Kommt einfach hoch und wir schauen uns einfach mal an, was ihr zu sagen habt. Tatsache ist, Palästina gibt es nicht. Palästinenser gibt es nicht. Es gibt Israelis, es gibt Juden, die auf diesem Boden leben. Es gibt Araber, die auf diesem Boden leben, seit vielen Hunderten von Jahren. Und die auch ein Recht haben, dort zu sein. Und sie haben sich allerdings aber dieses Recht 1948 fast verwirkt. Und weil sie sich auf die Seite kriegerischer Parteien gestellt haben. Und es war ihre Schuld. Israel wollte nicht, dass die Araber fliehen. Aber sie sind von Jordanien und Ägypten, ganz besonders von Jordanien und Ägypten, in diesen Konflikt hineingezogen worden. Und die Jordanier und Ägypter haben auch von den Palästinensern, also den Arabern, die auf dem Boden damals, auf dem britischen Mandatsgebiet Palästina gelebt haben, einfach die Koffer gepackt und sind abgehauen. Die hätten bleiben können oder sie hätten auch den arabischen Herrschern sagen können, Nein, wir schließen uns lieber Israel an oder nehmen das, was die UNO uns geben möchte. Und wir bauen darauf einen prosperierenden Staat. Ihre Dickköpfigkeit hat sie seit 76 Jahren ohne einen palästinensischen Staat gelassen. Pech. Ja. Ja. Und was bedeutet eigentlich Palästinenser, liebe Freunde? Ja. An alle, die denken, ich erfreue mich an dem Leid in Gaza. Nein, natürlich nicht. Also man müsste ein Sadist sein, um sich zu freuen über Menschen, die dort unter Schutt und Asche liegen. Ja. Aber wir werden keinen Frieden finden, wenn weiterhin Begrifflichkeiten unser Leben bestimmen. Ja. Der momentane Konflikt geht auf die Besetzung der Landregion Palästina durch Großbritannien zurück. Der Begriff Palästina stammt vom römischen, stammt von der römischen Provinz Palästina, also Plecht oder Philister, Philisterland. Ja. Und es war der römische Kaiser Hadrian, der dieser Region den Namen Syria-Palästina gegeben hat. Das heißt, bis zum Bar-Kober oder Bar-Kober-Aufstand oder Bar-Kochba-Aufstand, hieß diese Region Judäa und Samaria, Land der Juden. Fertig. Ganz einfach. Und erst die Römer haben dieses Gebiet umbenannt in die Feinde der Israeliten, nämlich Plechet oder Philister. Ja, was, die Philister waren keine Palästinenser, sondern sie waren Griechen, die mit den Juden ständig militärische Scharmützel hatten. Und es gibt ein Problem mit der Anfrage zum Hochkommen. Einladung wird nicht angezeigt. Interessant. Okay, lasst mich mal schauen, was sich hier abspielt. Okay. Okay, Kamera, Live, Kommentar, Einstellungen, Hör-Dir-Ranglisten, Kommentar-Nicher-Moderatoren, Stumm-Schalt-Konten, Gesperrte-Konten. Hm, okay. Ja, wie kann ich das beheben? Ist ja echt witzig. Ich merke nämlich, dass ich auch niemanden anklicken kann. Ach, das ist aber ärgerlich, wenn das jetzt wieder so ein Problem ist von TikTok. Weil wenn das ein Problem von TikTok ist, dann muss ich vielleicht mit einem anderen Profil reinkommen. Kommentar-Einstellungen ist alles gut. Kommentar-Dauer, der Stumm-Schalt-Blockieren von Stichwörtern. Tom, Kommentar-Anzeigen. Hm, das ist ja interessant. Gäste. Einladen. Oh, jetzt kann ich, glaube ich, Leute zumindest einladen. Und kann, glaube ich, die Zuhörer wenigstens nach oben holen. Also möglicherweise geht es jetzt. Aber ich gucke noch mal. Eine Sekunde. Gut, dann muss ich mal ganz kurz schauen, was hier los ist. Alles klar. Dann muss ich mal sehen. Also, Anna, du bist schon Moderator. Und das Gleiche gilt auch, glaube ich, für Andreas, der auch Moderator. Ah ja, okay. Gut. Ja, jetzt geht es offenbar. Kannst du mich wieder runternehmen? Ich auch. Ich wollte nur testen. Okay, super, super, dass ihr das gemacht habt. Finde ich ja klasse. Okay, das Problem ist behoben. Also, wie gesagt, ihr könnt oben bleiben oder ihr könnt runtergehen. Wie ihr das... Herz nicht runter. Ja, vielen Dank, Mücke. Eine Sekunde. Gut. Und ich bin's. Muss ich auch noch mal ganz kurz melden, bitte. Wenn ich bin's. Ah ja, da ist ich bin's. Ah ja, okay. Ich bin's. Du bist jetzt auch Moderator. Und dann ist es auch gut. Und ja, und dann herzlich willkommen. Ich, wie gesagt, ich... Okay, ich krieg jetzt hier gerade... So, also, hier seht ihr das. Kieran Kerman Schauhi. Ich stehe zu Israel. Wie kann man zu diesem dreckigen Zionisten-Regime stehen? Meine Güte, die bringen doch Kinder absichtlich um. Und nur Frauen. Und keine Dschihadis. Ja. Und, ähm, ja, hatte recht, Technik-Dschihad. Genau, es war mal ein Technik-Dschihad. Aber ich war auch lange nicht so live. Ich war ja immer... Ähm, ich war ja immer durch Anna. Ähm, ich war ja immer durch Anna live. Und, ähm, oh, jetzt hat es Anna tatsächlich nach oben geschafft. Aber ich glaube, Anna wird heute nicht ihre Stimme erheben. Ähm, sie wird nur moderieren. Aber als Moderatorin kann ich sie auch ruhig hier oben lassen. Das stört mich nicht. Wir haben ja noch... Ja, ich bin nur kurz da, damit meine Leute sehen, dass ich hier bin. Und dann gehe ich auch wieder runter. Ja. Weil ich habe heute Familienabend. Ich kann nicht. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Ich respektiere deinen Familienabend total. Also, in dem Moment, wo du rausgehst, Anna, respektiere ich das komplett. Also, wenn du wirklich gehen möchtest, dann, dann gehst du einfach weg. Ja, dann sagst du nur auf Wiedersehen, damit wir wissen, dass du weg bist. Und dann, dann, dann ist alles okay. Okay. Wichtig ist nämlich, ähm, dass du heute deinen Familienabend hast und Kinder, Mann und so gehen vor. Gut. Ähm, ich freue mich, wenn ein paar Dschihadis hochkommen. Am liebsten sind mir Muslime natürlich, aufgrund meiner eigenen Vergangenheit. Und, ähm, würde mich wirklich freuen, wenn einige, die jetzt im Chat zuhören, nach oben kommen und, ähm, Einwände haben gegen meine Position. Auf jeden Fall, ich habe keine Probleme, meine Standpunkte zu erklären, mal gucken hier, ähm, ob ich auch nochmal das Bild vielleicht ein bisschen provokativer gestalten kann. Ja, ich weiß nicht, ob das hier, ähm, ich weiß nicht, ob das hier, boah, das ist auch nicht schlecht. Also, die, die denken, es gehört sich nicht, so einen Terrorstaat wie Israel zu unterstützen, können wir drüber sprechen. Ganz besonders freue ich mich über Kritiker von Israel, Kritiker von Netanyahu, Kritiker von der IDF und Befürworter eines palästinensischen Staates. Wir Fürworter der Hamas, auch willkommen, herzlich willkommen, Ahlan Vassachlan. Ja, kommt einfach hoch und wir unterhalten uns dann über alles, ja. Wir haben hier keine, keine Angst. Ah, okay, so, dann, ähm, mach ich mal, setze ich mal auch ein paar Bilder ein. Es wird Zeit, dass man, dass ich ein paar Bilder, ähm, mir kurz runterlade und vielen Dank. So, schauen wir sie. Genau, das sind coole Sachen, die ich jetzt hier gerade habe, von Anna zugespielt bekomme. Ja, ich mache ja normalerweise, normalerweise mache ich ja alles immer nur Freikopf und, ähm, so, jetzt hole ich mir die Bilder und dann kann es weitergehen. So, dann hole ich mir die, AirDrop, mein Phone und dann hole ich mal ein neues Bild hoch. Leider ist das Bild nicht richtig zugeschnitten, weil ich nicht weiß, wie das geht, aber das ist diese besondere Spezies, Homo islamicus idioticus. Ah, okay, okay, hey, cool, hey, danke, Anna hat's für mich zurechtgeschnitten, das Format geändert, ja, okay, dann kann ich das auch nochmal ändern und nochmal von vorne. Ja, ey, 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 oh, das ist immer noch falsch, Anna. Dieses Format ist leider Gottes immer noch, immer noch zu groß. Gut, ja, mal sehen, vielleicht können wir das ja nochmal ändern. Okay, dann nochmal das gleiche Bild. Moment, ja, auf jeden Fall diskutieren wir heute anständig. Ich weiß, viele Leute mögen mich nicht, ja, das beruht aber oft auf Gegenseitigkeit. Es ist also nicht so, dass ich die meisten, die hochkommen und von der Hammers schwärm oder Christen dick Freundschaft mache. So, gut, so, jetzt versuche ich das nochmal, das Bild und dann zack, zack und ja, also, so, also, das ist die, das ist der Homo islamicus idioticus. Das ist einer von der ganz besonderen Sorte Muslim, der sich mit diesen zwei fliegenden Büchern um den Affenkopf sozusagen fanatisiert. Und es ist dieses eine Buch, dieser Koran, der sozusagen anstiftet zu diesem ganzen Judenhaus. Wenn irgendjemand glaubt, dass der Konflikt dort zwischen Israel und den Palästinensern irgendetwas mit Territorium zu tun hat, der täuscht. Es hat nichts mit Territorium zu tun. Es ist eine alte Abrechnung Muslime gegen Juden. Sie haben, sie haben, sie haben die Widerspenstigkeit der Juden nie vergessen. Und die Muslime haben deshalb so einen enormen Hass auf Israel, weil sie sich von der Geschichte erinnert sind. Sie spüren instinktiv, dass es mit Israel ihr historischer Feind auf die Bühne getreten ist. Und deshalb sind sie so wütend auf Israel. Und deswegen toben die Muslime auf der ganzen Erde gegen Juden. Ihr seht nicht dauerhaft Demonstrationen für das Leid der jemenitischen Kinder. Immerhin verhungern eine Million jemenitische Kinder. Gerade in diesem Moment gibt es eine fürchterliche Hungersnot in Jemen. Die vollgefressenen Houthis mit ihrem Cut, mit ihrer Droge, die sie den ganzen Tag kauen und wie Freaks aussehen, die kümmert das natürlich nicht. Aber wo ist denn die internationale muslimische Gemeinschaft? Und geht jeden Tag auf die Straße für die Beendigung des Krieges in Jemen und dem Leid von einer Million muslimischer Kinder. Es ist geheuschelt. Es ist Geheuschelei. Ihr seht nicht, wie die Muslime Dauerdemonstrationen gegen das chinesische Regime machen, weil sie die Uiguren unterdrücken. Sie kommen nur für Israel raus, weil sie die Juden hassen. Sie hassen die Juden. Das ist das, was sie vereint. Nur deswegen haben sie diese Ausdauer. Weltliche Antisemiten. Oh, da habe ich wieder ein tolles Bild bekommen. Das muss ich mir auch sofort rüberholen. Sie hassen Juden, weil sie eine alte Abrechnung mit ihnen noch offen haben. Und wenn ich sage alte Abrechnung, dann meine ich zum Beispiel, dass die Juden Mohammed als ein Scharlatan abgetan haben. Ja, das sind entführte Kinder. Und wenn es um Kinder geht, dann wären sie dabei. Aber jüdische Kinder bedeuten für sie gar nichts. Ja, ja, bedeuten für sie gar nichts. Jüdische Kinder können ruhig am 7. Oktober entführt oder ermordet werden. Es ist überhaupt kein Problem. Aber wir sollen grenzenlos Mitleid haben mit palästinensischen Kindern. Und interessant dabei ist, dass diese palästinensischen Kinder in einem Klima des Hasses groß werden. Ja, ja, in einem Klima von islamischer Indoktrination. Mütter, die auf das Leben ihrer Kinder scheißen. Ja, die im Fernsehen auftreten und sich interviewen lassen und fast Tränen in den Augen bekommen, wenn sie sagen, ich hoffe, dass mein Sohn ein Märtyrer wird. Ich hoffe, dass er ein Schahid wird. Ja, vielen Dank auch für die Geschenke. Vielen Dank für die Likes. Finde ich gut. Wir sind schon fast bei 30.000. Das ist super nett von euch. Und sie kümmern sich nicht darum. Sie haben keine Achtung vor dem Leben. Und dieser Verlust vor dem Leben oder diese Missachtung vor dem Leben kommt durch den Islam. Ja, nur ein Todeskult kann Mütter dazu bringen, zu schwärmen über den Tod ihrer Kinder. Und das ist auch, was Gulda Meir auch gesagt hat. Sie sagte, es wird Frieden geben, wenn die Araber ihre Kinder genauso lieben, wie wir unsere Kinder lieben. Wenn sie das Leben mehr schätzen und wenn sie den Tod nicht höher setzen als das Leben. Aber bedauerlicherweise dieser Schohada-Kult, dieser Schohada-Kult, der ist daran schuld, dass so viele Muslime nach dem Tod dürsten, weil sie keinen Respekt vor dem Leben haben. Und das ist es, was schlussendlich dann genau dieses Hass auf alle Menschen und besonders auf das Leben ausmacht. Ich werde mal im Laufe der Zeit auch ein paar Bilder tauschen. Und ich werde natürlich auch für Leute, die Interesse haben, mehr über den Konflikt zu wissen, dass ihr auch von Anna kennt. Aber sie spielt mir das gerade zu. Und ich finde dieses Bild richtig gut. Der Judalöwe, der Löwe von Juda und vernascht Palästina. Und Freunde, wenn ich sage, wenn ich mich so auslasse über Palästina, dann nur, weil ich einfach überhaupt keinen Grund sehe, mir vorzustellen, dass es so etwas wie ein Palästiner gegeben hat. Und es gibt sicherlich ein Recht, dort zu leben für Araber. Und zwar für jene, die historisch gesehen seit vielen hundert Jahren dort leben, gibt es selbstverständlich ein Recht. Aber es gab auch keine Vertreibung. Der Mythos, dass vier, fünf, sechs, siebenhunderttausend Araber vertrieben worden sind, ist nur zur Hälfte wahr. Vertrieben wurden sie von den Jordaniern und den Ägyptern. Sie haben den Arabern gesagt, hey, wir räumen auf. Diese kleine israelische Bande, die löschen wir in ein paar Tagen aus. Geht mal raus, setzt euch auf die Bühne, wartet bis wir fertig sind und dann kommt zurück. Und dann übernehmen wir alles. Und dann haben wir endlich zugunsten der arabischen Einheit dieses Land wieder angebunden an den arabischen Staatenbund. Und was sie aber nicht gewusst haben, ist, dass die Juden damals schon gleich bei der Staatsgründung, einen Tag später fing der Konflikt an, fing der Krieg an. Die Juden bereits fleißig Widerstand geleistet haben. Und sie haben wirklich gedacht, sie könnten die Juden auslöschen, weil sie irgendwie nicht geglaubt haben, dass die Juden über eine militärische Infrastruktur verfügen. Doch haben sie. Und ich zeige euch jetzt auch mal einen Zeitungsausschnitt. Ich muss sagen, ich wollte heute nur Freelance-mäßig sprechen. Bekomme ich mal coole Bilder zugespielt. Und da wäre ich doch schön blöd, wenn ich diese Bilder nicht einsetzen würde. Hier steht auf Englisch Arabs invade Palestine. Araber nehmen Palästina ein. Oder dringen in Palästina ein. So, und damit waren natürlich die Ägypter, Syrer und die Jodanier gemeint, die damals angefangen haben, sofort den jungen jüdischen Staat zu attackieren. Das bedeutet also, hätten die Araber sich nicht gewehrt gegen die Gründung des Staates Israels, dann hätte es heute einen palästinensischen Staat gegeben. Und alle Araber, die damals dort gelebt haben, wären heute dort geblieben. Und was das bedeutet hätte, könnt ihr euch ja vorstellen. Generation auf Generation wären die Araber gewachsen und hätten vielleicht eine prosperierende, große palästinensische Nation schaffen können. Selbst wenn ich glaube, dass es keinen Palästiner gibt. Und hier seht ihr tatsächlich Syrien-Libanon-Forces strike at down. Egyptian attack reported from south. Bitteschön. Syrien und Libanon schlagen von einer Seite zu und Ägypten attackiert von der südlichen Seite. Und dann gibt es noch ein anderes interessantes Bild, was ich euch zeigen möchte. Und dieses interessante Bild hier, meine Freunde, zeigt auch nochmal. So, eine Sekunde. Schon. Wie gesagt, Anna versorgt mich gerade mit diesen coolen Informationen hier. Bitteschön. Aufruf der Arabischen Liga. Und da heißt es, This will be a war of extermination and a momentous massacre which will be spoken of like the Mongolian massacres and the crusades. Ja. Das wird ein Krieg der Auslöschung sein. Ich übersetze es mal grob. Und es wird in die, und man wird darüber sprechen, wie die mongolischen Massaker und die Massaker der Crusader, der Kreuzritter. Also die Araber hatten tatsächlich geträumt, dass die ankommenden jüdischen Siedler, auch die Menschen, die vor dem Holocaust in Europa geflohen sind, die Überlebenden und all jene, die gehofft haben, dass sie dem Antisemitismus in Europa und im Osten entkommen können. Sie wollten diesen Job nochmal beenden. Und das haben sich die, natürlich die Juden, nicht gefallen lassen. Und es endete dann in einem Krieg, den die Israelis gewonnen und die Ägypter, die Libanesen und die Syrer verloren haben. So sorry. Und das ist nun mal Fakt. Das ist die Realität, liebe Freunde. Und deshalb, die Vertreibung passierte aufgrund der Syrer, Libanesen und Ägypter. Sie haben ihre eigene arabische Bevölkerung vertrieben. Und sie sind schuld, dass Araber von dort gegangen sind. Die jüdischen oder die Zionisten haben den Arabern angeboten, komm, lasst uns zusammen einen prosperierenden Staat aufbauen, als gute Nachbarn. Und lasst uns zusammenarbeiten und lasst es uns gut gehen, als Nachbarn. Aber das haben sie bedauerlicherweise verpasst. Sie haben es verpasst. Sie haben sich entschieden, lieber Krieg zu spielen, ihren Mini-Jihad zu initiieren und haben alles verloren. Weil die Juden mit westlichem Know-how und mit viel Überlebenswille die arabischen Armeen zurückgeschlagen haben. Und für Leute, die hier hochkommen möchten, die vielleicht was sagen möchten, herzlich willkommen. Überhaupt kein Problem. Ach so, dieses Bild funktioniert leider nicht. Sorry. Dann muss ich mal kurz ein anderes Bild holen. Ich mache dir jetzt das Bild. Entschuldige, ich habe ein paar Bilder verwechselt. Und die meisten sind im richtigen Format. Nur dieses Bild ist nicht. Moment bitte. Sekunde. Okay, wunderbar. Super, Anna. Super. Ja. Und jetzt steht das jüdische Volk wieder vor einer großen Herausforderung. Nämlich überleben oder untergehen in der Geschichte. Und das jüdische Volk hat sich entschieden zu überleben. Und es ist der Islam, der sich entschieden hat, wieder von Neuem eine Abrechnung mit den Juden zu initiieren. Und möchte faktisch den Job beenden, den sie nicht in der Zeit des Propheten Mohammed beenden konnten. Und deswegen sind die Muslime auch so vereint. Juden. Ja. Sie werden zusammengeschweißt durch den Hass auf Juden. So, hier sehen wir das auch interessant. Ihr Spain, Catalonia, bitteschön, Palästine. Anna, vielleicht erklärst du dieses Bild mal ganz kurz, wenn du mag, wenn du vielleicht eine Sekunde Zeit hast. Ich bin speziell in die Ecke gegangen. Also Spanien möchte ja ein nicht existierendes Palästina anerkennen. Aber in Spanien haben wir ein sympathistisches Problem auch. Es gibt nämlich Katalonien, das ist unter anderem auch Barcelona. Und sie möchten sich auch gerne trennen. Und Spanien bezieht sich darauf, dass das spanisches Gebiet ist. Und ja, das ist Sarkasmus, wenn Spanien auf Palästina blickt und sagt, hey, wir werden euch anerkennen. Wow, und Katalonien wird hier als die eifersüchtige Freundin dargestellt und so, aha, okay, dann trenne ich mich auch. Korrekt. Und dann trenne ich auch Anerkennung. Und dann werden noch weitere Länder folgen. Und dann wird Spanien einfach Barcelona und die Umgebung verlieren. Und das war's. Ja, genau. Ja. Man sollte, wenn man eine Freundin hat, nicht anderen nachschauen. Das sagt dieses Bild. Super, super. Und als Solidarität selbstverständlich mit Katalonien erkenne ich jetzt höchstpersönlich den katalonischen Staat an und fordere sofort die Abtrennung von Spanien. Und ja, jeder kann sich auch meine Trennungsgratulation auch. Ja, siehst du, kam auch zur rechten Zeit. Ja, kam zur rechten Zeit hier. Also ich persönlich, ich gratuliere dem katalonischen Volk für die Abtrennung und für den Separatismus von Spanien. Und selbstverständlich kann dann Spanien weiterhin Palästina anerkennen. Nur, was es dann schlussendlich daraus wird, werden wir ja sehen. Es muss am Ende Israel damit einverstanden sein. Und glaubt mir, nach dem 7. Oktober ist Israel mit ziemlich allem einverstanden, aber nicht mit einem palästinensischen Staat. Den können die Palästinenser erstmal in die Mülltonne schmeißen. Ja, und das ist auch gut so. Also, man kann nicht mit einem Volk wie dem Volk der Gazianer voller Wut im Kopf ist, so voller Islam im Kopf ist, gibt es kein Zusammenleben. Es gibt es nicht. Die größte Bedrohung ist der Islam für Israel. Denn das hat den 7. Oktober schlussendlich ausgelöst. Nicht mal die PLO, die Fatah, hat es gewagt, so gegen Israel vorzugehen. Ja, nicht mal das. Und da ist es schon wirklich, da ist es wirklich entsetzlich. Was die sozialistische PLO nicht geschafft hat, hat die islamische Hamas geschafft. Gratulation. Ja, Gratulation. Und deswegen Spaniens Heuchelei. Ich finde es gut. Es gibt aber auch spanische Abwörter. Spaniens Heuchelei, darf ich kurz nur sagen, unser Bundeskanzler ist wunderbar mit denen befreundet. Die Diplomaten treffen sich, geben sich die Hand, verstehen sich untereinander, so wie auch Ursula von der Leyen. Also, man sagt zwar, ich habe jetzt den Olaf Scholz gehört, wie er gesagt hat, dass Deutschland nicht vorhat, Palästina anzuerkennen. Aber er begründet es einfach damit, dass die Anzeichen noch nicht da sind und dass es nicht so weit ist. Er hat mit keinem Wort die Tatsachen erwähnt, dass in Gaza weder die Zivilgesellschaft noch das Politische noch das Legislative noch irgendwas bereit ist. Er hat auch nicht erwähnt, dass Gaza sowieso getrennt ist von Westjordanland und so weiter. Also er hat nichts von den Tatsachen erwähnt. Wir haben auch in Deutschland ein Problem mit unserer Regierung, das genauso wirklich kommunistisch angehaucht ist. Und das ist jetzt, also ich glaube, jetzt sind alle Masken gefallen. Und ja, dieses, das Arabische, ja, ich habe dir ein Bild geschickt, was ich auch bei mir rein stelle. Die Araber, die haben 15 Mal große Kriege angefangen, abgesehen von Intifadas, von Massakern, von Pogromen. Alleine große Kriege waren 15 Mal und sie haben kein einziges Mal irgendwas geschafft. Jedes Mal haben sie nur Land verloren. Jedes Mal haben sie Menschen ins Unglück gestürzt. Und jedes Mal haben sie einfach nur Israel geschadet und sich selbst geschadet und im Westen geschadet. Jedes Mal haben sie für Spaltung gesorgt und sonst ist nichts daraus gekommen. Und das wird auch diesmal so sein. Entschuldige, dass ich so reingegrätscht bin, Kian. Ich wollte, kann ich kurz noch was sagen? Ich bitte dich, ich bitte, das musst du gar nicht sagen. Ich bin kurz von Kindern weggelaufen. Also das Gerichtsurteil, was jetzt das internationale Gerichtshof herausgebracht hat, das wird natürlich missgedeutet von dem ganzen Propalis. Es ist nicht so, dass das Gericht Israel verurteilt hat, in Rafa alles zu beenden, sondern das Urteil lautet so, es müsste in Rafa aufhören, wenn Israel sich nicht an die internationalen Konventionen halten sollte. Also würde es zum Beispiel zum Völkermord kommen, aber es kommt ja nicht zum Völkermord, also zum Genozid, von dem die alle sprechen. Also die Propalis, es kommt nicht dazu und deswegen geht Rafa so weiter. Israel muss lediglich nur aufpassen, dass das nicht zum Genozid wird. Es sind also nur Wortfloskeln, es ist einfach nur ein Applesement an die arabische Welt hier. Ihr habt mal einfach mal auch ein Urteil, aber das hat gar nichts zu bedeuten, es ändert gar nichts. Israel ist immer noch im Recht und wird sich weiterhin verteidigen. Und auch was die Anerkennung von Palestine angeht, das wird sowieso die EU stoppen, das ist immer noch nicht anerkannt. Das sind nur Mundbekenntnisse von zwei Ländern und Spanien hat man vorgewarnt. Sollten die auch sich an Image-Schädigung von Israel beteiligen, verlieren sie einfach Katalonien und tschüss. Also das ist das in Zusammenfassung ganz kurz, was ich sagen wollte. Jederzeit, Anna, du kannst jederzeit dazwischen krätschen. Also es ist dein Stream, genauso wie es mein Stream ist. Darf ich was sagen? Ja bitte, Andreas. Guten Abend zusammen. Hallo, der spanische Ministerpräsident kann es zwar ankündigen und auch der irische, aber die haben ein großes Problem. Spanien ist ein Königreich und in Irland muss es der Präsident unterschreiben und in Spanien der König. Und solange auch die EU muss es unterschreiben, das werden die nicht tun. Die können das vollmundig erzählen, solange die entsprechenden Staatsoberhäupter bzw. Europäische Regierung bzw. Kommission nicht unterschreibt, können die so viel erzählen, was sie wollen. Es wird nicht funktionieren, weil die die Unterschriften nicht dafür kriegen. Außer den Staatsoberhäupter müssen das unterschreiben. Genau. Die Anweisung, das werden sie nicht tun. Können sich weigern. Und das werden die auch. Ja. Es gab auch eine sehr starke Rede von Eves Serrates. Er ist ein Oppositionsführer im spanischen Parlament. Und ich rate euch, mal seine Rede anzuhören. Der Mann hat geredet wie ein Löwe. Ja. Und ich schicke das mal Anna. Vielleicht kann Anna sich das mal ein bisschen verteilen. Aber diese Rede ist einfach nur superklasse. Und da könnt ihr sehen, was dieser spanische Oppositionsführer im spanischen Parlament sagt. Ja. Und der hat auch kein Blatt vor den Mund genommen. So müssen Staatsmänner sprechen. Und von denen haben wir leider im Deutschen Bundestag niemanden. Wirklich niemanden, der den Mund so aufmacht wie dieser hier Eves Serrates. Der war wirklich klasse drauf. Und selbstverständlich gibt es jetzt Druck. Viele zeigen ihren Antisemitismus. Sie zeigen ihre Abneigung gegen Israel. Der Antisemitismus ist neu aufgeflammt in Europa. Überwiegend auch durch die Linke, die sich wieder einmal historisch mit den Falschen verbrüdert. Aber auch durch den eingeschleppten Antisemitismus durch Muslime. Die Demonstrationen in Europa haben gezeigt, dass wir mit den Muslime, mit den Arabern und teilweise auch mit anderen orientalischen Völkern kaum zusammenleben können. Sie bringen viel zu viel Extremismus, die Stabilisierung auf unsere Straßen. Und sie zeigen auch, dass sie sich nicht an die zivilisatorischen Geflogenheiten halten, sondern dass sie bereit sind, Gewalt anzuwenden. Überall fürchten Juden jetzt wieder um ihr Leben. Überall sprießt der Antisemitismus aus diesen orientalischen Köpfen. Und vermehrt die Résentiments gegen Juden, unsere jüdischen Mitbürger. Die Juden sind so eine kostbare Gemeinschaft, Gesellschaft. Klug, gebildet, ruhig, angepasst, assimiliert, überwiegend, sehr vernünftig. Bereicherung für unsere Gesellschaft. Und jetzt dreht mal und schaut euch mal die arabischen Hohlköpfe an. Jene, die in Schulen deutsche Kinder zwingen zum Islam zu konvertieren. Oder schaut euch die türkischen Großfressen an, die in Form von Gangs über die Straßen Deutschlands laufen. Die Gewalt, die von diesen toxischen Migrantengruppen ausgehen. Wir brauchen uns gar nicht wundern. Die Juden sind ein Geschenk. Wenn wir vier Millionen Juden gehabt hätten, anstelle von vier Millionen Türken oder Araber oder Kurden oder weiß der Geier was, dann hätten wir eine prosperierende und eine Supermachtgesellschaft. Juden hätten alleine durch ihre Präsenz dieses Land so beschenkt. Mit Wissenschaft, mit Kunst und Kultur, mit Literatur, mit Erfindungen, mit Geld und so weiter und so fort. Also, das... So, dann haben wir den... Ja, es ist kein Problem, wenn er hier... Jene trainiert jetzt seinen Bauch. Ich steige ihm mehr als nur meinen Bauch. Ja, ich will euch nicht zu sehr reizen, aber ein bisschen Geheimnis kann man verraten. Damit die wissen, was auf sie zukommt. Und Kieran hat gerade gesagt, er trainiert nicht nur den Bauch. Richtig. Richtig. Und dir zeige ich alles, mein Süßer. Du kriegst alles von mir. Du kriegst meinen Bauch, du kriegst meinen Popo. Du kriegst alles von mir. Und die Augenbrauen. Bizeps, Bizeps und... Bizeps, Trizeps und... Ja, Rücken. Ja, und du kannst mich ansassen. Du kannst meine Stärkung ansassen. Und Abduktoren, Induktoren. Genau, genau. Lantje schreibt, er ist auch ein Mann, wie Kierns Bauchnabel sehen. Das ist kein Problem. Ich sage euch ja, da ich ja offiziell zum Gay gemacht wurde, zum Homosexuellen, jeder kriegt eine Nummer für eine schnelle Nummer. Aber nur gegen einen Löwen. Genug gegen einen Löwen. Diese Idioten. Vincent schreibt, nicht alle Türken sind Moslem. Genau. Das wissen wir. Und abonniert auch Ex-Hedro Kieren. Der hat schöne Bilder über mich gemacht. Und er ist sehr, sehr großzügig. Wenn er mal bei mir durchsickert, dann gibt er mir ganz viele Geschenke, Kieren. Ich denke, es lohnt sich für dich wirklich, ihm seine Nummer zu geben. Er bekommt die. Du kleine Bürgchen, du bekommst das von mir. Das ist überhaupt kein Problem, mein Süßer. Michaela schreibt, manche stehen auf Füßen. Meine Füße sind auch gepflegt. Die kannst du auch sehen. Vielleicht hast du einen Fußfetisch. Vincent schreibt, 48 nie im Leben. Ich weiß nicht, worum es geht. Wahrscheinlich 90 Prozent haben keine Ahnung vom Islam. Wahrscheinlich 48 Prozent nie im Leben Koran gelesen. Die meisten nicht. Ja. Ja. Und das ist einfach amüsant. Man muss das mit Satire begegnen, Anna. Man muss sich lustig machen über die Leute. Sie denken, sie verletzen mich dabei, wenn sie sagen Ex-Hedro. Wenn er jetzt geschrieben hätte, Kieren der Muslim, dann wäre ich auf die Barrikade gegangen. Aber bei Ex-Hedro, also glaub mir, sie könnten mir alles sagen. Alles ist besser als Muslim. Deswegen ist es völlig egal, ob er mich Ex-Hedro nennt. Ich habe nichts gegen Homosexuelle. Im Gegenteil, Homosexuelle sind immer besser als Muslime. In jedem Fall. Homosexuelle werden mir mein Leben nicht schwer machen. Aber ihr werdet mir mein Leben schwer machen. Homosexuelle erklären mich auch nicht zum Abtrünnigen von irgendetwas. Und deswegen ist das kein Problem. Jan, aber Hauptsache, du rufst nicht an, diesen einen Mann, der bei mir gestern war und statt Ananas-Zion-Stream Ananas gelesen hat. Ananas? Bekommt ihr blöde Kinder. Also, das ist ja schon wirklich echt ein Mütter. Sam schreibt aus dem Chat, keiner sagt, was die Türkei in Syrien macht. Richtig. Ja. Richtig. Ja, was macht die Türkei in Syrien? Sie haben die gute Beziehung zu Assad, haben sie völlig an die Wand gefahren. Sie haben Assad faktisch im Syrien-Irak-Krieg komplett fallen gelassen, haben sich sogar gegen Assad gewendet. Und die Türkei versucht ja auch ein Territorium an der Grenze zu Mardin und Syrien für sich einzunehmen. Die Türkei möchte also einen Teil von Syrien haben. Und das ist der Grund, warum sie jetzt dort operieren. Im Grunde genommen ist die Türkei auch ein Schurkenstaat. Ja. Ja. Und... Am Bild gesehen, ich werde es auf X teilen. Ja, gerne. Da ist ein kleines Kind nach einer Phosphorbombe schwer verletzt, was eben die Türkei über die Kurden geworfen hat. Und das Problem bei den Phosphorbomben, das ist wie Säure, das brennt weiter. Und das Kind im Fall fällt wirklich Haut Stück für Stück ab. Und es schreit Vater, bitte Papa, mach etwas, damit es nicht mehr brennt. Es ist schwer, sich das anzuschauen. Und die Propolis, die sind so brutal und so widerlich. Die haben das genommen als Fake und haben behauptet, das hätte jetzt Israel mit... Also das wäre ein Kind in Gaza und das hätte Israel getan. Aber das ist ja heute einfach herauszufinden. Und man hat es herausgestellt, es war von den Türken an das kurdische Volk. Und ausgerechnet dieser Erdogan und seine Anhänger kritisieren die ganze Zeit Israel. Nur so zum Thema. Und mich wundert einfach dieser Hang zum notorischen Lügen und zum eigenen Dreck auf Juden abschieben und um jeden Preis. Ja, wo wir beim Lügen sind, die Hamas wird gegen den großen Militärapparat von Israel, gegen die Aufklärungsapparat Israels nie gewinnen können. Und deswegen haben sie eine immense Propagandaeinrichtung geschaffen. Und sie haben auch erkannt, dass es im Westen so viele Trottel gibt, die für sie die dreckige Arbeit machen können, dass Hamas und Katar als die Hauptfinanzeure mittlerweile sehr viel Geld in den Westen pumpen, um linke Bewegungen auf die Straße zu schicken. Das, was ihr jetzt dort seht, in der gesamten westlichen Hemisphäre, dass überall Muslime zusammen mit weißen Linken auf die Straße gehen, ist das Ergebnis von viel Golfgeld, von Golf-Dollern, die jetzt abfließen in Black Lives Matter und in linken Organisationen, Antifa und irgendwelchen anderen westlichen Widerstandsgruppen. Sie werden bezahlt. Und deswegen sehen diese Demonstrationen auch so wohl organisiert aus. Es sind initiierte Demonstrationen. Und hier sieht man dann, wie sehr der Arm des Islams mittlerweile nach Europa reicht. Aus der islamischen Welt werden die Unruhen im Westen finanziert. So schwach sind wir mittlerweile geworden. So schwach, dass wir beginnen, uns aufzulösen, weil irgendwelche Drecksstaaten wie Katar oder die Türkei oder auch die Hamas viel Geld, auch der Iran, der Iran ist mutmaßlich an sehr, sehr vielen Aktionen beteiligt, Geld in den Westen schicken, um den Westen zu destabilisieren für ihre Zwecke. Und die dummen Weißen, die alle mitmachen, auch die dummen Linken, die alle mitmachen, die sind willige Verstrecker von diktatorischen Staaten. Ja, und vor allen Dingen, das ist auch jetzt sehr, sehr gut sichtbar geworden. Wir hatten ja ein Fauxpas in Sylt, wo Dumpfbacken sich betrunken haben, weil die ihren Uniabschluss gefeiert haben. Wunderbar. Ja, und ich meine, es ist schrecklich, aber das liegt eben an jahrzehntelanger schlechter Arbeit der Bildungsministerien, der Schulministerien, dass in Deutschland die Hochachtung vor dem Holocaust und die Erinnerungskultur im Eimer ist. Und da sind aber keine Nazis. Also diese jungen Dumpfbacken haben Ausländer rausgesungen und haben ihren Arm nicht mal zu diesem verbotenen Gruß gehoben, aber so ähnliche Geste gemacht. Und diese Dumpfbacken wurden sofort von den Linken auseinandergenommen. Sie werden durch alle Medien geschleppt, deren Gesichter, Identitäten, sogar die Identitäten und Arbeitsplätze und deren Familien und deren Eltern. Alles wird nach außen getragen, alles wurde gedokst. Der Bundeskanzler hat das kommentiert, die Frau Nancy Faeser, unsere Innenministerin, hat das kommentiert. Also keine einzige Vergewaltigung, muss man sagen. Keine einzigen Juden sind scheiße oder Juden raus, wurde jemals von den Leuten kommentiert oder verfolgt. Aber eben diese Dumpfbacken, diese jungen Menschen, die angetrunken so ein Mist fabriziert haben, die wurden sofort durch den Kakao gezogen. Und schlimmer noch, und das ist so offensichtlich, dass das alles bezahlt ist, plötzlich auf Süd. Binnen ein paar Stunden fanden sich auch irgendwelche Demonstranten. Das sind Friesbeespieler, die da irgendwie angekommen sind, um an einem Friesbeewettbewerb teilzunehmen. Und die standen schon vor dem Café mit Aufschriften keine Nazis oder wir sind gegen Nazis. Und das ist alles bezahlt, organisiert. Die passen nur auf, um eigene Leute, um Deutsche, um das eigene Volk, also die Opfern gerade Deutsche und Juden, um sich reinzuwaschen. Und das ist widerlich. Das ist wirklich organisiert, bezahlt. Und mittlerweile verheimlichen sie das auch nicht mehr. Ja, guter Punkt. Wollte jemand was sagen? Andreas, hattest du was gesagt? Entschuldigung? Nichts gesagt. Ah, okay. Okay. Ja, was hat sich in Sylt abgespielt? Eine Gruppe von jungen Männern und Frauen, wahrscheinlich gut betucht, zumindest wird es so gesagt, singen Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Dazu in einer Art Partystimmung. Und mutmaßlich hebt jemand, sein Name ist mittlerweile bekannt, Moritz N. heißt er wohl, seinen rechten Arm und imitiert dabei den Hitlerbart. Und das hat eine Runde gemacht. Die Leute sind mittlerweile aus ihren Berufen gefeuert worden. Sie haben Sylt-Verbot bekommen. Das heißt, sie brauchen sich nie wieder auf Sylt blicken lassen. Es gibt wohl keine gastronomische Einrichtung mehr, die sie aufnimmt. Der Betreiber der sogenannten Ponybar hat Strafanzeige gestellt. Und die haben sich zusammengetan und haben gesagt, diese Leute kriegen kein Besuchsrecht mehr, lebenslanges Besuchsrechtsverbot in ihren Einrichtungen. Und ja, jetzt ermittelt der Staatsschutz. Der ermittelt natürlich nicht gegen Kalifat. Die ermitteln nicht gegen Judenschweinerufereien und Juden ins Gas. Da wird nicht ermittelt. Und ja, die ersten Antifas haben sich auf Sylt schon eingetroffen und terrorisieren jetzt Sylt und machen da jetzt ein großes Theater um diesen Auftritt. Die Leute haben gerufen, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Die Forderung Deutschland den Deutschen ist ein völlig legitimer Anspruch. Ich möchte auch, dass Deutschland den Deutschen gehört. Ja, vor allem Deutschland den Deutschen. Wem sonst? Wem sonst? Wem sonst? Wem sonst? Die Palis, die schreien ja auch Palästina, den Palästinensern. Genau, und nicht den Juden. Und nicht den Juden. Genau. Das ist dann auch Nazis, oder? Aber komischerweise bei denen ist das nicht Nazi. Jetzt möchte ich aber trotzdem was sagen. Aber auch Deutschland den Volksgruppen, die seit Jahrtausenden hier leben. Zum Beispiel die Sorben. Die sind zwar keine Deutschen, ja Mann, aber sie leben ja seit Jahrtausenden auf deutschem Staatsgebiet. Die gehören auch dazu. Zum Beispiel die Volksgruppe der Sorben. Ja, die Sorben, ja, sagt mir auch was. Auf jeden Fall. Herzlich willkommen. Das ist die Volksgruppe. Ja, wer seit Langem auf deutschem Siedlungsgebiet lebt, ist auch willkommen. Es geht ja nicht um Ethnie an sich. Aber es gibt nun mal Tatsache, dass Deutschland ist das Land der Deutschen. Und es gehört ihnen. Und sie haben ein Recht, sich zu identifizieren als das, was sie sind. Nämlich als Deutsche. Und sie haben ein Recht, dass ihre Kultur und ihre Sprache, ihre Folklore und ihre Tradition und alles, was sie als Deutsche ausmacht, dass es bewahrt bleibt. So wie jede ethnische Gruppe den Charakter und die Identität ihrer Nation bewahren wollen. Wenn man jetzt in die Türkei geht und man würde in die Türkei Millionen von Afrikaner pumpen. Ja, man sieht es doch jetzt schon. Die Türkei reist jetzt mittlerweile in Istanbul, in Ankara und in vielen großen Städten reißen sie die arabische Schrift von den Geschäften der Syrer und erlauben ihnen nicht mehr arabische Schrift auf den Schaufenstern zu tragen. Arabische Musik darf nicht mehr laut gespielt werden in Restaurants, sondern es darf nur noch türkische Musik gespielt werden. Sie verbitten sich das. Warum? Weil sie die Identität ihres Landes bewahren wollen. Und Türken und Araber, Libanesen, Syrer, Afghanen, sie sind alle identitär. Sie kommen hierher und sie pflegen weiter ihre Tradition, ihre Sprache. Sie loben und schwärmen von ihren Shitholes. Ja, und die Deutschen, die allen Grund dazu haben, eine große Liebe zu dieser Nation zu haben, eine große Liebe zu ihrem innovativen Volk zu haben, zu dem Land selbst, zu ihrer Staatsform. Ihnen wird das alles abgesprochen und ihre Identität wird ihnen sozusagen versagt. Deutschland den Deutschen ist völlig in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Ausländer raus? Ja, sag ich auch. Und zwar habe ich das erklärt, wen ich mit Ausländer raus meine. Wenn es um Ausländer raus geht, bin ich zum Teil mit den Leuten. Was immer sie da gemeint haben, ich weiß nicht, wie sie das gemeint haben, aber ich bin mir sicher, dass diese Menschen, die auf Sylt Ausländer rausgeschrien haben, mit Sicherheit nicht die Portugiesen, die Spanier oder Italiener gemeint hat, die Tschechen, die Polen, die Bulgaren und so weiter und so fort. Nicht mal die Vietnamnesen, nicht mal die Inder. Ausländer raus? Klar, Integrationsverweigerer. Nicht mal die Juden. Also die meinen auch nicht die Juden. Genau. Ich habe keine Angst vor Lisa Maria, Mareike oder Moritz. Wirklich. Genau, bravo. Das ist genau. Integrationsverweigerer raus. Antisemiten raus. Sexualstraftäter raus. Vergewaltiger raus. Messermänner raus. Araber Clans alle raus. Illegale raus. Asylbetrüger raus. Und Asyltouristen goodbye. Fanatische Muslime raus. Gewalttäter, tschüss, bitte, geht und so weiter und so fort. Ja, Ausländer raus. Diese Menschen sind nicht erwünscht. Gut integrierte Araber, herzlich willkommen. Gut integrierte Türken, herzlich willkommen. Spanier, die integriert sind, ja natürlich, warum nicht. Juden, herzlich willkommen. Menschen aus anderen und fremden Kulturräumen, ja warum denn nicht. Ja, die Deutschen sind kein engstürniges und dogmatisches Volk. Alles, was sie verlangen, ist, dass die Menschen Respekt vor ihrer Lebensweise haben, die im Gegensatz zu der Lebensweise der Menschen, die aus dem islamischen Raum kommen, bestens funktioniert. Und dieses Recht sollen sie auch lautstark in Anspruch nehmen. Und deswegen selbstverständlich Deutschland den Deutschen. Ich will, der einzige Grund, warum wir noch nicht versunken sind in so ein drittes Shithole-Klima in Deutschland ist, weil Deutsche nach wie vor den Hebel überall in ihrer Hand haben. Ich will gar nicht wissen, wenn sich unsere Gesellschaft orientalisiert, verarabisiert, verislamisiert, wie dann dieses Nation den Bach runtergehen wird. Es sind Deutsche, die diese Nation sicher, stabil, stark, rechtssicher machen. Es gibt überhaupt nichts einzuwenden, dass Deutsche die Herren im Haus bleiben sollen. Es ist eine Selbstverständlichkeit und es ist ein Skandal, dass wir in dieser Zeit nicht mal mehr darüber reden dürfen, dass das Haus den Deutschen gehört. Es ist ihr Zuhause. Fertig. Und sie haben ein Recht, dass ihre Identität hier bewahrt bleibt. Und ich möchte unter deutscher Identität leben. Ich fühle mich wohl. Ich möchte nicht in einem Babylon aus kurdisch, arabisch, türkischem Mix leben, wo denn die ganze Zeit nur von Ehre geschwafelt wird oder von Islam und weiß der Geier was alles. Ich möchte in einem anderen Klima leben. Ich möchte in einem konservativen deutschen Klima leben und ich will, dass die deutsche Sprache bewahrt bleibt. Und ich möchte, dass man das Gefühl hat, man ist in Deutschland und nicht in irgendeinem Babylon. Und das ist die ganze Wahrheit darüber. Ich nehme es diesen Menschen nicht übel, dass sie das gerufen haben. Mehr aus Jux als aus tödlichen Ernst. Es war keine Nazi-Veranstaltung. Es war nicht ein Aufmarsch der NPD oder der Nationalen Front und dann hat man diesen Zeug da rausgehauen auf Sylt. Es war eine Partystimmung und sie haben sich mitreißen lassen von diesem Unsinn. Und das war es. Und deswegen habe ich größtes Mitleid, dass man sie so zerrissen hat. Ganz einfach. Kean? Ja, bitte, mein Freund. Habt ihr mal von der Frau, von der FDP-Politikerin, von diesem Preiselmann gehört? Oder Preisel? Ja. Ja, das ist ein Lichtblick. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich in Berlin die Demos beobachte, sie steht jedes Mal mit der israelischen Flagge. Und jedes Mal, ey, Wahnsinn, muss ich sagen. Die Frau hat wirklich Mut, muss ich sagen. Und da sind so viele Aggressive dagegen und da sagen die, wir haben nichts gegen Israel. Aber sobald eine israelische Flagge sieht, die rasten alle aus. Aber diese Frau muss ich ganz ehrlich sehr groß loben, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut, absolut. Und eine Sekunde. Eine Sekunde. Ja, und ich habe das auch in London gesehen. Mittlerweile gab es zwei große Gegenbewegungen. Israelische Gegenbewegungen. Und zweimal jetzt wurde eine Palästinenser-Demonstration durch hunderte von israelischen Demonstranten verjagt durch die Israelis. Durch Pro-Israel-Anhänger. Moment. Warum ist diese Bewegung nicht in Deutschland? Das verstehe ich nicht. Diese pro-israelische Bewegung. Ja, es gibt keine starken Lobbys hier, die, ähm, es gibt keine starken Lobbys, die das antreiben könnten. Es gibt eine pro-israelische Bewegung in Deutschland. Das Problem ist bei uns, wie gesagt, alles, was nicht links ist, wird versagt, wird untersagt, wird verdrückt, gedrückt, verboten, verzehrt und so weiter. Ich muss kurz rausholen, ja, man hat uns zum Beispiel hier vielen eingeflößt, wir werden an Amerika verkauft, aber wir sind an die arabische Welt verkauft worden. Ja, ich habe jetzt einen Bericht gelesen, bevor Biden, ähm, Administration angefangen hat zu arbeiten, zu arbeiten, hatte Iran, ähm, Texas, ich werde dich kurz stummen, weil bei dir irgendein Geräusch rauskommt. Also, ähm, bevor Biden-Administration angefangen hat, hatte Iran 500 Geisterschiffe, ja, also das heißt, ähm, illegale Schiffe, mit denen sie Handel, äh, Handelswege, ähm, ja, bereisen konnten und ihre Waren, zum Beispiel auch Öl verticken konnten. Und, äh, während der Biden-Administration, äh, die hatten 70 Schiffe, ja, äh, und während der Biden-Administration haben sie auf 300 Schiffe heraufgestockt. Äh, äh, bevor Biden, also, ähm, angefangen hat zu arbeiten, während, äh, Trump Präsident war, hatte Iran im Jahr 300.000 Perel, ähm, ähm, Öl verkauft im Jahr. Jetzt mittlerweile bei Biden sind sie auf 2 Millionen gestiegen. Das ist alles Geld, was dem Iran zugute kommt. Ich habe aus, von Weitem angefangen, ich komme gleich dazu, was ich meine. Nein, nein, bitte schieß los, Anna. Ja, also, die sind, wie gesagt, auf 2 Millionen Perel pro Jahr gestiegen und, äh, die bekommen alleine dadurch ungefähr 100 Milliarden Euro pro Jahr Einnahmen. Und, äh, nur dadurch. Und wie ihr wisst, äh, ist Iran der Finanzier von, äh, dem Krieg, äh, in Israel, ja, er finanziert Hezbollah, er finanziert Hamas, er finanziert Yahoudis, er finanziert auch andere, äh, Gruppe, äh, also der Iran, ich meine iranische Mullah-Regime natürlich, äh, finanziert ganz viel Terror. Und er finanziert auch diese ganzen Schmiergelder, ähm, die unterschiedlich verpackt sind, ähm, aber das ist immer noch Schmiergeld eben an die Universitäten in der westlichen Welt, Ministerien, Museen, ähm, ähm, Politik und so weiter. Iran finanziert aber auch, äh, beziehungsweise unterstützt auch, äh, Russland im Krieg gegen die Ukraine. Und was mich sehr, sehr wundert ist, bei uns in Deutschland ist das quasi verboten, äh, auch, äh, nur eine kritische Richtung, äh, äh, eine kritische Sache, äh, in Richtung, äh, Ukraine zu sagen, ja. Wir sind ja voll gegen Putin, aber gleichzeitig unterstützen wir absolut den Iran. Unser Bundeskanzler kuschelt, äh, mit Raisi, schreibt ihm sehr zärtliche Kondolenzen und gerade der Raisi und sein Regime finanziert und unterstützt durch Waffenlieferungen, äh, Putins Krieg in der Ukraine. Und all diese Doppelmoral, all diese Spielchen zeigen uns einfach nur, dass wir in einer, einem Korruptionsschema stecken, ähm, und das hat alles nichts mit Wahrheit oder Tatsachen zu tun, das hat absolut gar nichts mehr mit Demokratie zu tun oder mit dem Kampf für die Demokratie. Diese ganzen, äh, Black Lives Matters und MeToo und alles, das ist nur ein, äh, finanziertes Projekt aus muslimischen und arabischen Ländern, um uns zu destabilisieren. Und wir werden in Deutschland, gerade was Israel angeht, einfach nur verführt, wieder verführt, für ein Genozid einzustehen, am jüdischen Volk. Nur halt heute unter einem anderen Deckmantel, äh, Deckmantel und wir haben Millionen, wir haben ja die Grenzen geöffnet bekommen für Menschen, die eben jetzt auf die Straße gehen und uns dazu verführen. Es macht also quasi nicht unsere Regierung, aber unsere Regierung genehmigt diese ganzen Demonstrationen, genehmigt diese ganzen Streams, die wir haben, genehmigt diese ganzen Lügen und, ähm, wenn was ist, dann bringen sie eben noch ein paar betrunkene Jugendliche oder junge Menschen, äh, auf Opferaltar, auf das, ähm, Opferaltar, ja, kann man sagen, und, um sich vom Nazi-Regime zu distanzieren, einfach um sich reinzuwaschen. Und, ähm, ja, ich wollte es einfach nur euch kurz erklären, wer glaubt, Amerika sei hier an allem schuld? Nein, wir sind verkauft worden, beziehungsweise eingekauft worden von der, von der feindlichen arabischen Welt. Also, absolut. Ähm, Texas, grüß dich. Welcome. Hallo, hallo, ihr Lieben. Hi, Anna. Ähm, ich wollte nur sagen, Anna hat hundertprozentig recht mit Iran, äh, dass The Bars, äh, verkauft uns raus nach Iran. Wir hätten eigentlich unser, wo der Trump in Power war, ähm, damals. Wir hatten unser eigenes Öl. Wir konnten, wir haben sogar Öl verkauft, noch mal in Sowela, nach Südamerika. Wir hatten jede Menge Öl. Also, wir konnten echt von, und wir haben gut davon gelebt. Und dann, wo der Biden dann in Power kam, also der erste Tag, wo er meist im Haus saß, der Biden hat alles geschlossen. Äh, 34.000 Leute haben ihre Arbeit verloren, das war ihm egal. Dann, ähm, hat er, hat er, ich weiß nicht, ob du das weißt, er hat nach China Öl verkauft. Und unsere Reserve, und das darfst du gar nicht, da, 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 da wollten wir, da wollten sie ihn schon impeachen. Also, der, der Biden ist total korrupt. Und der schwingt einmal auf die jüdische Seite, weil er, die, die, er weiß, sie, die, was hier abgeht, normalerweise die Juden hier drüben wählen, normalerweise demokratisch. Immer. Die, die, die machen auch große Donations, also jede Menge Geld hier drüben, wie so in Hollywood, ne, die ganzen Hollywood-People und die Musiker und, also wie Lady Gaga, äh, wie, äh, wie heißt sie, die, 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 die jetzt so auf der Tour ist, die große Tour, wie heißt sie, ich weiß es nicht mehr. Taylor Swift. Ja, die Taylor Swift ist ja für den, für den Biden, ne, der ist, die, die, da schmeiße ich alles kein Geld raus. Also, ich, ich kaufe keine, keine Produkte von ihnen, von denen, also da bin ich total hart. Ich will, ich höre auch nicht die Musiker, das ist sowieso Kindermusik in meinen Augen, das sind die für Jugendliche, ich bin eine ältere Frau, aber ich sage euch eins, äh, es, wenn die Wahlen kommen im November, es wird alles verändert. Wenn der Trump wieder in Power ist und so, wie es aussieht, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt am Donnerstag, wir hatten eine riesengroße Rallye für den Präsidenten in den Bronx. Yes. Und der Bronx ist ja demokratisch, ne, das ist ja alles blau. Und die AOC, ich weiß, ihr wisst ja, wer die AOC ist. Ja, 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 die ist ein beautifuler Latino. Ja, ja, die ist ja gleich nebendran von der Bronx. Ja, und die AOC ist ja gleich nebendran an der Bronx. Und hat dann, es war bei CNN und hat erzählt, ach, da wird niemand hingehen und das war alles, das war alles so. Also, war es ja bei uns 1945 der Typ da, der H-Typ, ich kann es ja nicht sagen hier drin. Auf jeden Fall, es ist ja dann, das wurde ja dann, die Rallye ist ja dann gekommen und dann haben sie gesehen, wie viele Demokraten auf einmal aufgetaucht sind. Die haben sogar, du konntest, da war so ein Station, da konntest du von demokratisch, republikanisch umtauschen. Und das haben jede Menge gemacht. Also, Leute, ich sag euch gleich, Trump wird zurückkommen. Auch jede Menge Juden für Trump jetzt, die haben die Schnauze voll von Demokraten. Weil, das ist ja bei euch, bei euch die Demokraten sind, bei euch die Grünen. Ja, nur, dass die Demokraten noch viel schlimmer sind als die Grünen, die sind wirklich abgehört. Ich hätte mal eine Frage. Na klar. Es war ja mal diese Korruption von Biden, sein Sohn, glaube ich, Ukraine, oder? Irgendetwas war mal da. Irgendetwas war mal. Er geht jetzt vor Gericht, der geht jetzt am Montag, am Montag haben wir Memorial Day, aber nächste Woche, ich glaube, Dienstag oder Mittwoch, die haben doch den Laptop, da haben sie doch alles rausgefunden, das stimmt ja alles, den haben sie jetzt. Er hat seinem Sohn ja Anteile an großen Konzernen in der Ukraine geschenkt. Und wir, einige von uns, denken, warum der Biden so viel Geld in die Ukraine verschickt, weil der hat, wie du gesagt hast, Anna, der Sohn hat ja was zu tun mit der Ukraine, und die beiden, und ich nehme halt an, der Zelensky hat einiges, einige Secrets, also Geheimnisse von den Bidens, von dem Vater und dem Sohn und dem Bruder. Und da nehme ich halt an, hi, Daddy Trump, how are you? Hold on, I'm talking to a bunch of people here in German. Das ist ein Amerikaner, der müsste folgen, der ist total in Ordnung. Der heißt Daddy Trump. Daddy Trump follow these people. But there's Anna too, Anna is up here too. You met her before. Und wegen dem schickt er so viel geil, weil wenn der Zelensky nicht, kein Geld bekommt von Bidens, dann werden die bestimmte Mund aufmachen. Jetzt pass mal auf, wenn der Trump in Power wird. Vielleicht macht er ja dann doch den Mund auf, ne? Nehmen wir mal an. Ach nein, ich denke, das ist sehr viel einfacher. Korrupte Länder sind das Beste. Also grundsätzlich, Kommunismus funktioniert ja so. Nimmst den Reichen, gibst den Armen. Und das alles unter der Agenda, also unter der Ägide. Wir retten die Minderheiten. Wir helfen Menschen in Not und so weiter. In Wirklichkeit läuft das immer in einem Korruptionsschema. Das heißt, ich gebe dir Geld, zum Beispiel Texas, einmal im Jahr 100 Millionen, damit du irgendwie Fahrradwege machst bei dir in Peru, also unter dem Deckmantel natürlich. Oder du rettest das Klima oder du hilfst den Schwulen, den Lesben oder sonst was. Und von den 100 Millionen gibst du mir zum Beispiel 10 Prozent zurück. Verstehst du? Und das funktioniert nur mit korrupten Regimen. Deswegen haben korrupte Regime, wie Regime in diesen ganzen Hamas-Ortschaften, nennen wir so Hezbollah, iranischer Mullah-Regime, Ukraine und so weiter, momentan Hochtouren. Deswegen halten sich die Linke auch so stark hier an der Macht und denunzieren alle, die eine kritische Stimme erheben. Es geht nicht darum, hier hat jemand geschrieben, ja, ja, der Biden ist korrupt und der Trump nicht. Natürlich, alle Menschen, die in die Politik gehen, das sind Menschen, die möchten Macht und Geld. Und das muss uns allen deutlich und klar sein. Wichtig ist aber, dass die Politiker immer noch in unserem Interesse arbeiten. Das heißt, dass das eigene Volk eine gesicherte Zukunft hat, dass das eigene Volk sicher leben kann, in Gesundheit und mit einer Versorgung, wo wir Geld haben und wo wir Arbeitsplätze haben, wo wir eine Wirtschaft haben, Medizin, Infrastruktur und Frieden, ja, im Großen und Ganzen, auch im inneren Frieden, dass niemand uns auf der Straße vergewaltigt, dass niemand uns auf der Straße schlägt, dass niemand uns beklaut auf der Straße und auch, dass von außen kein Krieg kommt. Darum geht es. Und wenn solche Politiker wie Biden auftauchen, ja, oder wir hatten immer, wenn wir eine SPD- und Grünen-Politik haben, in Deutschland geschehen eben komischerweise Kriege. Wir hatten SPD und Grünen damals und da hatten wir am Balkan einen Krieg, falls manche das vergessen haben oder nicht gemerkt haben oder noch klein waren. Und jetzt haben wir Grüne und SPD und was haben wir? Wir haben wieder Krieg und wir haben wieder auch in unserer Mitte sogar mittlerweile Spaltung, Krieg und Antisemitismus, Judenhass. Aber mittlerweile auch schon ist das bei Einheimischen angekommen, dass die sich auch in ihrem eigenen Vaterland bedroht fühlen. Von daher, ich denke, Biden, oder kannst du mir noch sagen, Texas, ich weiß, dass Biden eventuell seinen Schwiegersohn holt, falls er nicht kann. Ist das richtig? Nee, ähm, der Biden, der kann gar nichts mehr machen. Der hat, der, der stellt nur noch da ist, aber ich kann nicht mehr Trump, entschuldige Trump, wenn Trump nicht kann, das ist ein Schwiegersohn holt. Ist das richtig? Äh, nicht, nee, nicht sein Schwiegersohn, sein Sohn. Ah, sein Sohn. Ja, und ich sag euch gleich, ähm, der Trump wird, äh, der ist jetzt der, da, der ist jetzt, äh, hat ja sechs Wochen lang vor Gericht. Also diese kommende Woche werden die Juro wieder zurückkommen und da wird das Urteil gefeilt, hoffentlich. Aber, ähm, das ist ja ein Joke. Das ist ja eigentlich, das geht ja nur ums Geld, was für Geld an die, 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 wie kann man das sagen, die Frau, wo das gemacht hat, äh, wo er angeblich geschlafen hätte, die ist ja eine, ähm, Filmstar, aber nicht richtige Filmstar, die, die macht das mit ihrem Körper. auf jeden fall das geht eigentlich der rechtsanwalt wo am letzten x rechtsanwalt von trump ich weiß nicht ob der cohen cohen heißt er glaube ich hat doch das ist ja gar nicht am dem rechtsanwalt mehr der hat ja auch der ist ja selber hat gelogen hat seine rechtsanwalt er und seine frau wäre fast ins gefängnis gegangen er hat steuern hinterzogen also das ist alles war das ist ja der war vor gericht der ist ja auf bewährung und den haben sie als zeugen geholt der das war der ultimate zeuge für gegen den trump und das werden wir halt sehen die jungen die jungen die jungen müssten eigentlich jetzt dürfen jetzt kein tiktak schauen also keine plattform kann fernseh anschauen also keine nachrichten aber und auch keine mit mit keinen leuten über den über den gefahren als das verfahren zu reden aber das ihr könnt ihr forscheren also wenn ich ein schöner war ich würde trotzdem das schauen hat also blöd bin ich ja nicht und wenn ich mal fernseh anschauen oder so also immer schön müssen wir gleich verabschieden ihr lieben ich wollte nur sagen dass nein du darfst nicht gehen ich habe heute eigentlich einen freien abend ich mache jede nacht ein stream und ich habe jetzt versprochen meine familie meinem ehemann und meinen kindern dass ich mal nicht im tiktok bin aber gehen hatte halt spontan diesen stream und ich habe dann auch ich bin es eingeladen und alle und bin ganz kurz reingekommen ich bin morgen ab 21 uhr 30 wieder da ich wollte nur sagen sobald amerika bei uns in europa sind die trends immer sehr ähnlich wie in amerika sobald amerika die diese linke mist aufhört diese korruptionsschirmen diese linke ideologie geht es uns auch sofort besser und wir werden eine erleichterung spüren das heißt wir müssen uns einfach nur gedulden aber nicht aufhören sich zu sich als zivilgesellschaft aktiv zu zeigen dass was black eagle gesagt hat mit dieser fdp politikerin ich habe ihren namen jetzt vergessen dann gewinnt ihre preis und genau so jemand wie sie das ist meine persönliche kennt denn sie stellt sich alleine vor diese pallet pallet gesündelt für dieses pack und mit der aufschrift ist nur resistanz also vergewaltigung ist kein widerstand sie ist die einzige aus der politikwelt aus der deutschen politikwelt die so eine aktive aufrichtige demokratische und moralische struktur hat von der also das ist die zukunft deutschlands ich hoffe denn sie steht tatsächlich zu tatsachen und sie werden definitiv auch das heißt sie ist einfach ein zeichen solche menschen sind wie sterneschnuppen ja in schweren zeiten sie zeigt alles wird gut ja und weil wir haben immer noch unsere intellektuelle mitte egal aus welcher partei wir müssen das verstehen es gibt auch in parteien die normalerweise jetzt bei uns aus sind sie kommt von der fdp die fdp ist keineswegs eine partei von der ich begeistert bin aber sogar da gibt es solche menschen und von daher wir müssen einfach nur beten hoffen war abwarten und keine zeit verlieren bis in amerika alles wieder gut wird und wir müssen hier auch ansprüche an unsere politiker haben sei nicht skeptisch enorm sei realistisch wir müssen einfach als zivilgesellschaft handeln wir müssen eben alles dafür tun um aktiv zu zeigen um aktiv zu zeigen dass wir damit nicht einverstanden sind was gerade passiert und natürlich an wahlen teilnehmen und den allen parteien die sich so verhalten wie sie sich momentan verhalten keine chance geben unsere stimme zu bekommen sie müssen einfach nur ein feedback bekommen das ist kein keine werbung für irgendeine partei ich meine damit nicht die afd ich bin gegen irgendwelche werbungen oder ratschläge was das angeht also religion und politik und sex sind sachen die wir natürlich sehr individuell und persönlich alle an also sich wählen aber zumindest wenn man sogar nicht weiß wen man wählen soll dann alles durchstreichen trotzdem zur wahl gehen alles durchstreichen so dass die alte parteien die eigene stimme nicht bekommen ich wünsche euch einen schönen abend am sein und vielen dank ihren und dann alle hier und bitte bitte liked und supportet diesen stream ich muss leider raus ich würde ab und zu reinschauen und zu moderieren like supportet und ich weiß es ist manchmal anstrengend aber wenigstens team geschenke oder ein paar kleine rosen vielleicht etwas größeres reinschmeißen damit die beschwerden abgeschmettert werden und damit natürlich das team auch eine gute sichtbarkeit hat gute nacht meine lieben vielen dank sweetie good night good night good night we love you my laptop not an alle guten nacht bis morgen anna dass du da warst danke dir gute nacht vielen dank guten und jetzt ist natürlich gut wir gehen auf die 70.000 zu das ist klasse so lange bin ich gar nicht online deswegen ist gut schade anna bereichert immer den stream auf eine ungeheure art und weise aber das ist okay ich habe auch anna schon im vorfeld gesagt sie soll nicht kommen sie soll jetzt das ausnutzen ein bisschen bis ein bisschen hier abzuschalten und und mit der familie zusammen sein und es ist schade dass sie trotzdem hochgekommen ist und es ist gleichzeitig auch schön dass sie da gewesen ist aber gut es geht morgen weiter und ich freue mich schon wenn sie dann wieder dabei ist das ist dann wieder eine andere sache und euch recht herzlichen danke erstmal auch so für die unterstützung finde gut dass wir jetzt auf die 70.000 zu gehen und ja wir haben es ja gehört trump wie hoch die chancen sind dass trump gewinnt das wissen wir so nicht aber immerhin es gibt nicht so viele skandale um trump als um beiden und seinen fürchterlich korrupten sohn der kennt der hat auch einige sachen zu sagen da geht der geht auch ab und zu mal in streams rein also da geht wir würden mir euch zeigen wir wollen aber es wird ja gefiltert haben gemerkt also wenn ich was manche sagen was ich poste auf meiner tic tac seite konnte gar nicht sehen das ist ja meine freundin hat mir dann ein bild rüber geschickt das war schwarz bei ihr und ich habe dann ihr das rüber geschickt und habe gezeigt guck das läuft interessant ja ja bitte bei den bei den trump wurde erst mal präsident gewählt haben die gesagt jetzt kommt dritter weltkrieg das weiß ich noch überall proben jetzt kommt der ist verrückt und 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 der hat keinen einzigen krieg angefangen kein ein vier jahren ich habe jeden wo der zu mir gesagt hat der trump ist erzähl mir mal welche krieg der angefangen hat erzähl mir einen einzigen krieg nee der hat keinen einzigen der hat ja auch er hat er hat keinen krieg angefangen hat sogar kriege beendet ja hey wisst ihr noch wisst ihr noch wo die angela merck die bei euch die 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 alte chancellor bei euch dort war da ist ja rüber geflogen hat ihr angeboten dass deutschlands deutschland sich selber regieren kann und sie hat sie abgelehnt sie hat das wortwörtlich ins 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 gesicht geschmissen hat gesagt ich will nicht nichts wir wollen nichts mit zu tun haben wir wollen das nicht er hat es angeboten dass ihr selber regiert da weil ich finde es ja die nato ist ja nicht schlecht noch so gesehen wenn irgendwas ist dass wir mich stehen dass hier hallo hi ex muslim der müsste ihm folgen wenn er da bleibt der ist total gut der ist sehr groß in amerika ich weiß nicht wer noch da ist ich kann es nicht sagen auf deutsch oder englisch das ist ein schlechtes wort er hat seinen namen hier drin f u c k h a m m a s der der ist aus amerika und der ist hat sehr große followers und er macht auch sehr gute live streams hier in amerika aber wirklich ja der müsste folgen und dann hier drüben die heißt show well die macht auch sehr groß die erfolg ich auch wenn du bei mir rein gehst kannst du anschauen mich ja wenn ich alles folge und dann noch mal eine frau die heißt pg die ist jüdin wohnt in californien aber ist auch mexikanerin die aus kommt aus mexiko aber sie ist mit einem amerikaner verheiratet die hat sehr große sehr große live streams und die wird dich auch hoch holen die dies totalen die joe anruf die pg wird dich auch hoch holen die brauchst nicht subscriben oder nichts tun du kannst anfragen und dies dies sind und die sprechen mit ihr totalen orde total lieb sind die die hat auch viele palästinensers supporters bei ihr drinnen und die versuchen mit ihnen zu reden aber ist ja nur hass das kann könnt ihr ja vorstellen das ist halt aber aber was was habe ich jetzt sagen wollte mit der nato damals hat er dabei hat der trump gesagt jeder bezahl rein bezahlen jedes land und jedes land muss gleich gleich also das gleiche geld reinlegen ist egal dass wir es wenigstens was zum das sind munition und so zeug kaufen können auch für hilfe essen kaufen können für dritte welt und bla 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 sehr interessant dass da kann man sich ja mal anschauen vielleicht wenn die mal irgendwann live ist dann kannst du ja mal mir das mal empfehlen ja natürlich das ich schickste rüber ich ich werde dich ein genau das ist echt wir sind total super die zeitverschiebung halt bei euch ihr seid sieben stunden vor uns na das ist halt das problem immer ja aber ich bin auch ich bin auch in englischsprachigen streams unabhängig von den streams ich bin sehr oft in streams von einem israeli von einem juden denn in der usa in kalifornia liegt und der macht ziemlich gutes streams weiße noch wie der heißt ich habe seinen namen vergessen aber ich bin zwei dreimal da gewesen habe zugehört und ein bisschen geliked und unten im chat mitgesprochen habe ich vergesse immer seinen namen ist das captain kapar probably not ich weiß aber ich denke der ist ziemlich gut er ist auch rhetorisch sehr stark dass der hat richtig power natürlich ja die sind die sind auch sehr echt also ich muss schon sagen die sind sehr und du kannst auch fragen stellen also ich bin ich war immer ich kenne ich bin nicht in der jüdischen familie aufgewachsen aber ich habe einige jüdische freunde hier in texas und aber wir reden eigentlich über über religion nicht drüber und daher jetzt war es jetzt passiert ist oktober 7 oktober da müssen da möchte ich halt schon mehr wissen und die helfen hat sich auch ja dann würde ich sagen da jetzt auch die anna hatte ja sehr viel dazu beigetragen den stream auch zu füllen bin ich jetzt wir sehr geneigt auch stimmen gegnerische stimmen nach oben zu holen gerade leute die nicht einverstanden sind die sagen nein israel hat kein existenzrecht die juden müssen von dort gehen sind sowieso alles europäische juden die haben doch nichts im nahen osten verloren und so weiter und so fort ich wünsche mir jetzt ein paar gute gegenstimmen vielleicht kommt ja jemand hoch aus dem zuschauer oder aus dem chat die einwände haben gegen das was wir hier sagen und ich bin ja ein ehemaliger praktizierender muslim gewesen habe den islam 2017 verlassen und seitdem warne ich die deutsche gesellschaft vor dem anwachsen des islam das gleiche auch in der usa es gibt mittlerweile viele muslimische enklaven städte die sich verwandeln in muslimische ghettos sehr unangenehm also auch sehr viel islam präsenz bis in den kongress sein ilano omar zum beispiel fürchterliches ja und gibt so viele muslimische aktivisten in der usa und das müssen wir uns nicht gefallen lassen wir müssen diese pest zurückdrängen und deshalb ist es wichtig dass wir aufklärungsarbeit leisten die fanatischen palästinenser anhänger entlarven und herzlich willkommen herzlich willkommen wer immer hier was als gegenstimme vorbringen möchte bitte 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 die schreien ja dass die israel die kinder umbringen meiner meinung her die schuldigen ist die hamas wenn die kinder sterben ein einziges schuld ist die hamas absolut jedes einzelne kind das jetzt in palästina stirbt ist geht auf das konto der hamas die hamas hat sich entschieden ein ganzes volk als schutzschild zu nehmen es ist ihr problem wenn die kinder sterben es ist nicht ein problem israel israel hat einen job zu tun und der job ist es seine eigene bevölkerung zu schützen und wenn israel das nicht kann dann hat israel verloren und israel kann sich das verlieren nicht leisten und deswegen schlägt es hart und gnadenlos zu weil es so sein muss die einzige sprache die araber verstehen ist die sprache der stärke deswegen haben sie auch nur diktatoren und keine demokraten bei sich darf ich mal was fragen ja gerne warum hast du das abgelehnt ja viele viele gründe haben ja grüß dich eine sekunde ist du bist gleich dran vielen dank viele sachen dass zum beispiel die zweiklassengesellschaft der frau pädophilie im koran die erlaubnis zum schlagen seiner ehefrau die verfolgung von apostaten von menschen die den islam verlassen die gewaltverlust die schlechte moral des propheten mohammed das sind alles gründe für mich gewesen wo ich gesagt habe ich kann nicht mehr länger muslim bleiben und über jahre hinweg habe ich versucht wege zu finden um irgendwie noch im islam zu bleiben aber das hat er nicht funktioniert und 2017 bin ich dann schlussendlich raus aus dem islam ja sam bitteschön bitteschön i speak english only i am british i see you british yeah well the the point is um it's um it's a german speaking stream and um due of respect of my audience are i cannot have a conversation with you in england you cannot have conversation with british people why because it's a german stream because it's it's too much sir sam the reason why is he's trying to be polite he's trying to say because there's so many germans in here they cannot understand most of them don't speak any english so or understand english you sound like a texan yeah she is yeah so that's okay no problem do you enjoy your enjoy yourself thank you very much thank you so much appreciate it thank you have a wonderful day thank you for coming on okay so this is this is leider immer immer das problem so wie ich habe überhaupt kein problem wenn ich meinen englischen stream mache habe ich überhaupt kein problem damit dann kann ich halt im englisch sprechen aber aber jetzt ist es ein deutscher stream und da ist es halt eben wichtig dass wir das auch in deutscher sprache lassen und ja freunde für mich ist es wichtig dass ich gegenstimmen habe ich glaube nicht an die existenz eines palästinensischen staates ich glaube nicht dass die palästinenser einen palästinensischen staat haben sollten aber das ist meine persönliche meinung wenn die juden zu einem anderen agreement kommen also zu einer anderen übereinkunft kommen bitteschön dann soll es okay sein die meisten palästinenser glauben auch nicht an die existenz israels also da kann ich dann auch die existenz eines palästinensischen staates durchaus ablehnen ich glaube an eine einstaatenlösung ich glaube an autonomie gebiete die wo palästinenser leben können bestenfalls können sie sich darin verwalten aber mehr macht sollten sie nicht bekommen kein militär sie sollten keine in wirkliche unabhängigkeit bekommen weil das würde zu einem großen desaster führen dass die palästinenser sich militärisch zusammenrotten würden und dann für israel wieder eine bedrohung darzustellen und israels sicherheit liegt mir einfach höher als die sicherheit der palästinenser weil die palästinenser zum gegenwärtigen zeitpunkt keine interesse haben auf ein würdevolles leben sie wollen lieber ein leben in krawall in ärger und in gewalt mit den israelis und das ist das große problem sobald die palästinenser frieden wollen sobald sie akzeptieren dass israel eine realität ist und jetzt haben wir auch gerade texas hier dann kann ich ja nur mal daran erinnern was mit den mexico usa krieg war da haben die amerikaner auch große teile von mexico genommen und haben es faktisch vereinleibt iowa kalifornien los angeles und so weiter das war alles mal mexico und die mexikaner haben irgendwann das akzeptiert und dann haben sie einfach einen friedensvertrag mit den amerikanern gemacht und dann war es das und dann gab es nie wieder einen konflikt und heute ist mexiko die fünf größte ökonomie auf der welt und wenn man die realitäten anerkennt dass israel nie wieder gehen wird ja dann legt man seine waffen nieder und dann verhandelt man und dann versucht man ein besseres leben zu schaffen was bringt denn dieses theater dieser kampf dieses blutvergießen ja das sterben von tausenden von palästinensern was bringt das überhaupt es hat gaza war überschwemmt worden mit internationalen hilfsgeldern ich würde sagen die gaza bevölkerung war die faulste die faulste bevölkerung auf dieser erde ja auch recht herzlichen dank das war total nett die gaza bevölkerung ist die faulste bevölkerung auf dieser auf dieser erde warum was sie haben internationale hilfsgelder bekommen und sie haben ausschließlich von fremden geldern gelebt ja jobs und so weiter und so gott gibt es doch so gut wie gar nicht in gaza außer restaurants und fast food geschäfte kann man in gaza ja nicht viel anfangen also sie wurden ausgesprochen gut durchgeführt hat durch die weltgemeinschaft und sie hätten diese gelegenheit auch nutzen können aber sie haben diese gelegenheit nicht genutzt ja und sie haben genau ich habe ich habe ich habe ein video angeschaut von mashaik von und er hat gesagt er wurde interviewt und er hat und wurde gefragt aber warum ich habe das war doch egypt warum sie die leute in oder saudi warum sind die leute reinlassen von dem wasser ist weil sie solche probleme nicht haben möchten weil sie nicht hundertprozentig sagen können ob die dh dh gruppe fördern oder supporten und daher wollen sich solche leute nicht haben aber wenn sie supporten israel und wenn das alles vorbei ist dann wurden sie das aufbaut mit hilfe von israel und von anderen ländern und es wird wieder ein es wird es kann möglich sein dass das jetzt sogar palästinenser in die behörde lassen und sich selber zu regieren aber ohne nicht ohne hilfe von von israel und die anderen an als saudi ich habe jordanien also wo an palästina angeblich grenzt quasi also das ist egypt jordan und ich glaube das ist ja israel und da haben sie darüber da hat er das war echt ein gutes interview und ich war echt erstaunt darüber also das finde ich würde ich würde und die wollen das so machen so wie art wie dubai also richtig schönes land wieder aufbauen das war ja nicht schlecht dass da wir müssen mal überlegen was was die da alles machen könnten das ist ja nicht nur am strand die haben ja so viele möglichkeiten dort wenn sie das wieder aufbauen lassen würden das wird nur wenn die hamas nicht mehr da ist ja natürlich wenn die hamas weg ist das haben sie das hat der typ das hat ja der gesagt vorher befassen sie das machen sie nichts weil sie wissen und black eagle die haben haben gesagt die wollen die leute nicht rein lassen weil sie wissen ja nicht wer und wie viel von 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 den palästinensern haben eine h gruppe ist sie wissen es ja nicht ich schätze meine persönliche schätzung 80 prozent ja das nehme ich halt auch an das ist das problem ja weißt du hast doch gerade vorher mit den kindern geredet hat die reden doch immer über kinder ich habe jedes mal wenn du da in die palästinenser hochkommt aber sind ja 30.000 kinder ums und an der live worden also mal warum stimmt es nicht es von der un wurde herausgefunden dass er nicht nicht mal die hälfte davon sind nicht ums leben gekommen das war ein hamas zahlen ja das und eine aber jedes mal kinder als es sind nur kinder gestorben man hört keine lösung man hört keine ahnung hat sich wahrscheinlich selbst rausgekickt ich hoffe er kommt gleich wieder zurück das war gut so dann habe ich ja und wir gehen jetzt wir sind jetzt schon bei 80.000 angekommen ist ja echt echt super dann mache ich mal 85.000 damit wir uns kann mich jemand hören andreas ja ok alles klar es war auf einmal so unglaublich so und ja mal sehen mal wer jetzt kommt wieder was ist passiert kian du warst zu lange in der pause ok entschuldigung ich hatte gerade ein paar bilder runtergeladen deswegen deswegen musste ich mal ganz kurz auf whatsapp gehen und da ist dann jemand raus geflogen das passiert dann wenn ich zu lange in der schleife dann haut jeden raus nicht so viel pause machen also ich weiß nicht wie viele minutenanzahl ist wenn der länger ist dann unterbricht der stream ok ok habe ich habe ich die gar nicht gewusst ja ich bin ich mich noch nicht so ich habe mir schon gedacht dann ich hoffe der kommt gleich ja nee nee es ist es ist was es ist mein freund nicht schmeißt niemand hier raus ich habe jemanden eingeladen aber ich glaube der kommt nicht hoch hat mich gefragt ob ich ein konvertierter muslim bin 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 ich nicht ich bin hallo ich glaube ich hole mir meine bilder ich kriege ein paar bilder zugeschickt ich für mein stream benutzen kann und dann immer irgendwie geht dann der stream aus ist total witzig ja es sind auch zu wenig hier wie gesagt sind irgendwie alle feige kein arsch in der hose woanders sind sie am krollen und rollen mittags habe ich auch mit der schon seit der jahre ist die haben alkohol getrunken die laufen nach gas auf die herrschaften was sie eigentlich nicht dürfen ja ich stelle mich der diskussion ich habe überhaupt kein problem aber es ist auch ein aber wir sind zu feige andreas was was die muslimer wo ich in die tutarkaik gewesen bin aber ist was sie mir erzählt haben aber nachts sieht aller nicht da können sie trinken weil es dunkel ist ja die saufen ihren raki das ist ja schnaps eigentlich also hier haben wir noch mal ein interessantes bild also ich hoffe ja dass der israelische geheimdienst sie alle erwischt und sie auslöscht weil sie haben wirklich keine existenzberechtigung mehr ex muslimer pass aber auf dass du da keine das ist nämlich da musst du aufpassen was solchen bilder kannst du gebannt werden ja das schlimmste ist was für sowas ist das schlimmste was passiert dass man mich aus dem stream schmeißt ja dann fliegen wir alle wir wollen bald noch bleiben nein das ist es auch nicht gut ist es das darfst du auch nicht da homo ist das ist das ist nicht gut das darfst du nicht reinsetzen das ist ja die bezeichnung für eine spezies also jetzt gehen wir langsam auf die 100.000 zu und leiten musste 100.000 reinsetzen dass das die das genau dass das das ist das ist leiten auch stabil bleibt damit ja und geschenke reicht mir rosen ich bekomme gerade die info wenn man so kleine geschenke bekommt dann bleibt der stream einfach bestehen das wiederholt auch anderen ihrem live stream und offenbar ist das auch so der fall ja dann ist das ein lebendiger stream und das finde ich cool ich erinnere mich noch an zeiten wo ich 1800 zuschauer gehabt habe wo es dann richtig losgegangen ist wo ich ihm wie auf dem fließband leute hochholen konnte also es war eine nicht endende kette von anfragen mit mir zu sprechen aber es war wild und deswegen ziehe ich lieber 87 leute zu bevor die vernünftig sind als 1800 die die totale hölle über mich losbrechen wollen ja da ist es mir doch schon ein bisschen lieber dass ich dann hier in der familie bleibe und es ist auch schön dass die leute jetzt auch gewöhnlicherweise das ist eine stille anerkennung dass ich zum team anner gehöre das finde ich gut und das schmeichelt mehr ich habe eine frage an dich wieder ex-muslimer wie viel seit da du das ja in deinem namen hast wie viel hatred bekommst du im tag hast du auch haben die auch schon haben die rausgefunden wo du her bist und wo du wohnst ja ja ich hatte besuch am 30 dezember 2023 bekommen um 11 uhr abends stand ein muslim an meiner tür 28 april 2023 war antifa vor meiner tür ja ich hatte schon so krank ja wir haben jemanden neues was sehr wie heißt denn nach ok ja bitteschön du kannst jetzt sprechen der muss ich ein stummen und jetzt du kannst dein mikrofon entstummen und dann kannst du reden nach du musst aber dein mikrofon aufmachen nach letzte chance oder auch 100 aufzumachen bitte ich kann auch versuchen das aufzumachen klar klar mach es gerne gerne überhaupt kein problem ich habe drauf gedrückt ok das mikrofon geht nicht auf ja richtig nach einer hat auch mikro einladung geschickt ok cool gut also wenn es nicht geht dann geht es nicht dann dann nehme ich ihn wieder runter so gut hat nicht geklappt vielleicht kommt versuchst du es noch einmal und dann versuch mal dein mikrofon dann gleich aufzumachen so und ich nach wie vor kann nur sagen bitte herzlich willkommen wenn ihr du bist super vielen dank das schmeichelt mir sehr dass du so viel los schickst und den stream noch mal auf peps das ist echt super und wir gehen jetzt auch auf die wir gehen jetzt auf die 92 also vielen herzlichen dank das ist ja total nett ja nacht ich kann sehen dein mikrofon ist frei bitteschön nacht dein mikrofon ist offen du kannst reden ok dass das klappt jetzt irgendwie nicht keine ahnung gut ja wenn ihr recht herzlichen dank das ist ja total lieb wirklich ok wir haben es versucht zweimal vielleicht alle guten dinge drei vielleicht versucht das noch ein einziges mal es kam wohl für eine sekunde kam ein guter ton raus aber dann war es dann auch schon vorbei mit der kommunikation gut alles klar so letzter versuch kopfhörer rausnehmen kopfhörer rausnehmen dann funktioniert das vielleicht das hört sich so an als wenn es jetzt müsste man sehen ob es funktioniert aber jetzt ist texas weg und bitte nicht mehr nach jetzt hoch holen nicht mehr hoch ich glaube der will gar nichts sagen ja ja das Das macht keinen Sinn. Wir wollten nur Dings. Ja, ja, das macht jetzt keinen Sinn. Wir machen einfach weiter und schauen zu, dass wir jemanden bekommen. Es ist natürlich schade, damals hatte ich bei meinen 1800 Leuten immer jede Menge muslimischer Stoff und da kamen alle möglichen Leute hoch, die gedacht haben, ich bin jetzt der super islamische Gelehrte und ich werde dir Kieran das zeigen und so. Ich will ja so eine Konfrontation. Ich möchte ja, dass Leute wirklich kommen und sagen, Israel hat kein Existenzrecht und die Hamas und der islamische Dschihad und so weiter und so fort, das sind die Top-Bewegungen. Ich wünsche mir, dass mal so einer kommt und den Mund aufmacht. Aber ja, es ist so, wie es ist, liebe Freunde, die Leute kommen nicht. Aber gestern, deine Frage war schön, wo du gefragt hast, Kieran, was hättest du gemacht oder wie hättest du besser gemacht? Ja, weil die Leute müssen mal in die Schuhe des anderen schlüpfen. Weißt du, wenn man das aus der Vogelperspektive sich ansieht, dann erlebt man nicht, was die Israelis erleben. Aber was tut man, wenn du überfallen wirst von deinem Nachbar und er rottet ganze kleine Dörfer an der Grenze aus? Und was tust du dort? Wie gehst du da, welche Schritte unternimmst du? Willst du reden? Wie bekommst du Geiseln frei? Wie rechtfertigst du den Tod von 1500 Menschen gegenüber deiner eigenen Bevölkerung? Und wie würde das Militär reagieren? Und solange diese Fragen nicht diesen Leuten gestellt wird, ist es tatsächlich völlig unsinnig, öfters mal Gespräche zu führen. Das habe ich meinem Freund auch, das gleiche, genau wie du das gemacht hast, du hast gestern mit Holland den Beispiel gegeben, ich habe mit Tschechien den Beispiel gegeben. Ich habe gesagt, denk mal, die Tschechen kommen und die feiern dann danach. Wie hättest du dich gefühlt? Oder wenn du jetzt, sagen wir mal, der Militärexperte wärst oder der Oberhaupt, wie hättest du reagieren? Richtig. Der konnte keine Antwort geben, weiß ich nicht. Und die verstecken sich noch unter dem Tunnel und die Leute sind oben und von den Wohnhäusern werden Raketen rüber geschossen, von Spielplätzen werden Raketen geschossen, absichtlich. Die wissen ganz genau, dass die Israel dort eine Rakete reinschmeißt. Die wissen das. Und dafür sage ich immer, jedem Kind, was in dieser Gaza-Streife sterbt, gibt Konto auf den Hammers. Ja, das ist wirklich wahr. Und man muss diese Gegenfragen stellen, damit man das Eis ein bisschen zum Brechen bringt. Wenn die Leute nicht konfrontiert werden mit dieser Art von Fragen, dann werden sie auch nicht empathisch. Dann wird das fremd. Dann wird das wirklich, wirklich, wirklich fremd. Und deshalb muss man die Leute emotional an diese Fragen heranführen. Und dann gibt es auch so etwas wie eine Connection. Und dann kann man wirklich mit den Leuten auch tiefere Gespräche führen. Das ist nun mal so. So funktioniert das. Ja, also ich freue mich natürlich, wenn Leute kommen. Wir gehen jetzt, oh, 99.000. Also wir gehen auf die 100.000 zu, was super, super, super klasse ist. 23.30 Uhr fast. Ja, das ist ein gutes Ergebnis für jemand wie mich, der nur alle vier Jahre mal hier live streamt. Finde ich gut. Also ich würde ganz gerne wieder auf meine alte Größe zurückkommen. Aber dann hätte ich wahrscheinlich im Dezember und Januar, da hätte ich immer eisern dabei bleiben wollen. Und ich fand TikTok einfach viel zu, ja, es hat viel zu aufgerieben. Ja. Und, ja, wir schauen mal. Vielleicht kommen ja ein paar Muslime rein und erheben ihre, erheben ihren Einspruch. Stimmt. Oder diese liegen irgendwie schon besoffen wie irgendwo in der Ecke. Was sie eigentlich nicht machen sollten. Oder die fahren mit dem Schiff nach Gaza runter. Ja, möglicherweise. So, wir haben jemanden Neues hier oben, General Nippelzwecker. Ja, hallo, guten Abend, guten Abend. Ja, guten Abend. Also, danke fürs Hochholen. Ja. Ja, also ich bin kein Moslem. Ja, ich auch nicht. Ich weiß, ich weiß. Aber ich habe heute einen Moslem kennengelernt. Mein Beileid? Ja, weiß ich gar nicht. Ich fand es okay. Und zwar vielleicht kurz, wie ich ihn kennengelernt habe. Ich bin ein bisschen umweltschutztechnisch unterwegs, Gewässerpflege, Gewässerwart und kümmere mich so um Gewässer in Niedersachsen. Das ist ehrenamtlich und betreue eine Jugendgruppe im Bereich Angelsport und so weiter. Und wir hatten da eine kleine Aufräumaktion heute. Haben da auch noch ein bisschen geangelt und ein bisschen geklönt und alles. Und dann lag da so ein Moslem im Wasser. Nee, nee, nee. Der kam dazu, der kam dazu, hat ganz interessiert geguckt. Er heißt Hossam. Hossam? Hossam. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ja, Hossam ist ein typisch libanesischer Name. Ja, ist aber Iraker, ne? Sagt er. Okay, gut. Aber viele Leute heißen aus Libanon Hossam. Ja, ja, ja. So, und sein Vater, der wurde im Irak umgebracht, weil sie keine richtigen Moslems waren. Okay. Und durch den Krieg und so weiter ist er dann irgendwie, ist er da abgehauen. Auf jeden Fall war er dann in Deutschland. Ja. Ist seit anderthalb Jahren in Deutschland. Und spricht dafür echt schon nicht schlecht. Also ihm fehlen natürlich einige Worte, aber das, was er sagt, ist grammatikalisch okay. Sicherlich mit Dialekt, ne? Und er hat mir berichtet, dass er Angst in Deutschland hat, weil er arbeitet, ist sehr liberal eingestellt, betet nicht, gar nicht und hat unheimlich Probleme mit seiner, also er arbeitet beim Deutschen Roten Kreuz in der Kleiderkammer. Das ist klar, das ist jetzt natürlich nichts, nichts, ja, ist jetzt nicht die Arbeit, womit du dein Leben verändern kannst, aber er besucht Deutschkurse und ist reglich, sichtlich bemüht. Ich habe bestimmt vier Stunden mit dem, mich unterhalten. Teilweise auf Englisch, teilweise Deutsch, Arabisch kann ich nicht, also im Rahmen seiner Möglichkeiten haben wir uns untergehalten und er hat momentan einen Riesenschiss vor Moslems hier in Deutschland. Ich kürze das einfach mal ab, weil ich kann jetzt nicht vier Stunden wiederholen, ich will euch auch nicht hier zusammeln, ich weiß auch nicht, ob es ein Thema passt. Doch, es passt, es passt, absolut, ist völlig im Verhalten. Weil er ist 27, ist auf der Suche nach einem besseren Leben und die Probleme, die er im Irak hatte, so meinte er, aufgrund der Religion, hat er hier eigentlich, das spürt er zumindest, irgendwie sogar noch viel schlimmer als im Irak selber. Und, naja gut, das finde ich eigentlich sehr krass, dass Leute ihn hier quasi bedrohen, so mehr oder weniger, weil er nicht in die Moschee geht freitags und nicht die Sachen macht, die von ihm erwartet werden oder wie auch immer. Und dass er sich eben mit Deutschen trifft und mit Deutschen zusammenarbeitet und also wirklich, dass ihm eingeredet wird, das ist nicht richtig, dass man mit Deutschen zu tun hat und so weiter und so fort. Er ist im Übrigen auch der Einzige, der seinen Deutschkurs, seitdem er hier ist, im Grunde genommen durchzieht. Er meinte, die meisten kommen ein, zwei Mal, dann kommen die schon gar nicht mehr und deswegen wird da eben auch eingefeindet, weil er eben schon Deutsch kann. Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil das wurde ja sogar, ich erinnere mich an einen Zeitungsartikel, wo das tatsächlich erwähnt wurde, dass die meisten die Deutschkurse wieder abbrechen. Ja, aber wie gesagt, anderthalb Jahre, überleg mal, Deutsch und Arabisch ist vom Sprachenstamm komplett verschieden. Das wäre wie, als wenn ich jetzt Chinesisch lernen müsste. Das stelle ich mir viel komplizierter vor als jetzt Englisch oder Französisch oder Spanisch. Ja. Und dann lesen die auch von rechts nach links und so weiter. Das heißt, das ist einfach komplizierter zu lernen als Dänisch oder Holländisch oder irgendwas Europäisches. Und ja, und naja, wir haben Nummern ausgetauscht. Er findet das mit dem Angeln und Müllsammeln auch irgendwie spannend und das wollte ich euch einfach nur mal berichten, dass es eben Menschen gibt, die auf der Suche sind nach einem freien Leben und quasi von eigenen in Anführungszeichen Glaubensbrüder angefeindet werden, die eben mit in dem Land, in dem sie wohnen, überhaupt nichts zu tun haben wollen. Weder mit Mensch noch mit Kultur noch mit, keine Ahnung, naja, ich will ja jetzt auch nicht ins Detail gehen, weil ich da ja auch gewisse, ich will ja auch nicht, dass es hier Ärger gibt oder irgendwie sowas. Ja, das wollte ich euch berichten, das habe ich heute erlebt mit einem echt netten Moslem, der im Grunde genommen wenig anzufangen weiß mit dem Islam und ich habe ihn auch gefragt wegen, ich glaube, das war Sure 5, Vers 32, ich weiß es nicht, Thema Freundschaft, ich habe ihn darauf angesprochen, dass er sich ja quasi gerade mit einem Ungläubigen unterhält und es gibt ja auch den Vers, wo es heißen, durch Christen und Juden nicht zu Freunden, denn sie sind schlimmer als mhm, 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 na, und wenn ihr es tut, dann seid ihr einer von ihnen und ihr seid nicht mehr Teil der, der Glaubensgemeinschaft, des Islams oder irgendwie sowas, ja, und er meinte, ja, das stimmt tatsächlich alles, das ist exakt so, ja, er hätte mir eigentlich alles, alles bestätigt, ich bin jetzt hier nicht der Islamwissenschaftler oder so, aber ein paar Sachen kenne ich aufgrund von, von, von Sachen, die ich eben verfolge und da meint er, das ist, wenn man so will, rassistisch oder eben sehr autokratisch und das ist, da steht da alles so drin und er will damit, er hat damit, er hat da keinen Bock drauf, ne, das sieht er alles anders. Und ich kann es gut verstehen, also ganz besonders, wenn man aus einem islamisch geprägten Land geht, flieht, weil man dort in einer unerträglichen islamischen Atmosphäre lebt und dann kommt man nach Deutschland und man sieht dann tausende der, der Leute, vor denen man geflüchtet ist und man sieht praktisch ein Land, das ohnmächtig ist gegenüber dem islamischen Input, den sie bekommen, ja, denn man sieht ja, dass die deutsche Gesellschaft überhaupt kein Konzept hat, sie weiß ja gar nicht, wie sie mit dieser Musik haben ja überhaupt keine Option zu wählen. Die Menschen haben keine Option zu wählen, aber die Bundesregierung weiß einfach nicht, was los ist. Ja, das ist so, ne, das ist das. Nicht mal die Türkei schafft, muss ich ganz ehrlich sagen, die Araber zu integrieren, wie will Deutschland das schaffen? Das ist es und das sind ihre Glaubensbrüder. Ja, das sind ihre Glaubensbrüder. Es war die Wahrheit, die in der Türkei, in Istanbul, die haben ja eigene Ghettos und schon ihre eigenen Flaggen oben. Genau. Das ist schon, dort schon heftige Diskussionen unter die Bevölkerung, ja, die lassen sich dort nicht integrieren und das ist ja ein muslimisches Land. Wie will Deutschland integrieren? Die Araber kannst du nicht integrieren. Die sind sehr, sehr schwierig. Es gibt bestimmt welche, aber sie sind sehr in der Minderheit. Ja, nun ist es so, dass er bei uns da im Angelverein sich engagieren will, weil er einfach, ich habe richtig gemerkt, er sucht Kontakt und so weiter, aber er wohnt ja dort nach wie vor in so einer Art Männer-WG, ne, und, und hat da eigentlich gar keinen Bock drauf, ne. so, und, ja, ich muss ich, also der ist echt voll okay, so wie ich, so wie ich es erkennen kann, ne, in Kürze der Zeit, ne, und, ja, weiß ich nicht. Muss man mal sehen. Also eine Sache ist klar, eine Sache steht hier schon mal fest im Raum. Wer vor dem islamischen Albtraum flüchtet, der wird überrascht sein, dass er mitten in Europa muslimische Enklaven findet, die dem Charakter aus dem, oder dem Typ Land entspricht, aus dem sie gekommen sind. Das heißt, sie sehen Ähnlichkeiten, Parallelen, die Bezirke langsam islamisch geprägt sind, sie sehen die gleichen Menschen wie die, vor denen sie weggelaufen sind, sie sehen Kopftücher, sie sehen bärtige Männer und sie sehen eine Orientalisierung der deutschen Gesellschaft und das erschreckt all jene, die große Probleme haben mit der Zuwanderung von Muslimen aus islamischen Diktaturen. Ja, ist so. Also wenn du, also ich komme aus der Nähe von Hamburg und bin auch oft in Hamburg und was ich eben sehe ist in, das ist allerdings auf bestimmte Stadtteile beschränkt, aber was ich eben sehe und das gab es vor einigen Jahren noch nicht, ist wirklich, dass Frauen komplett schwarz, also wirklich bis zu den Füßen, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, du siehst wirklich nur die Augen, wie so eine Art Panzerseeschlitz, ja, und das sieht man immer, immer öfter, immer öfter, also die Türken, sagen wir mal, die hatten halt ein Kopftuch, das war es dann und auch bunt gekleidet, aber die sind wirklich rahmenschwarz, mit wirklich nur Augen und du siehst noch nicht mal die Augenbrauen und das sieht man eben mehr als oder öfters als vorher, und ja, das ist, das ist halt so eine Sache, naja, gut, ich, 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 denke einfach mal, irgendwie, er hat irgendwie, weil ich habe richtig gemerkt, er will, der will was aus seinem Leben machen oder aus seiner Situation und auch die, die Geschichte seiner Familie, er ist ja im Grunde genommen Opfer der Religion auch, ne, und das im Irak und ja, ja, und er ist halt mit seiner Mutter und mit, mit, mit seinem Bruder hier, ne, der Bruder ist ein bisschen älter, der lernt auch Deutsch wie verrückt, ne, und die, die Mutter ist, hat kein Kopftuch oder sonst was und im Irak übrigens auch nicht, ne, und deswegen hatten sie im Irak sehr viele Probleme, ne, und der, den Vater, den haben sie, den haben sie weggemacht, ne, ja, was, was, was wirklich brutal ist, ja, ja, ich, ich kenne das, ich habe viele Freunde von damals gehabt, die, umgeheuer viele Schwierigkeiten gehabt haben, im Irak, im Jemen, im Iran und so weiter und so fort, also das Problem ist mit der Massenzuwanderung von Muslime nach Deutschland, wir bekommen bedauerlicherweise viele, viele Probleme mit Menschen, die nie gelernt haben, wie man in Zivilgesellschaften lebt und das, das ist leider die große Herausforderung, dass wir diese, diese Spannungsfelder haben und ich kann einfach nur hoffen, dass wir 2025, wenn die großen Wahlen anstehen und leider Gottes wird es noch fast anderthalb Jahre jetzt so weitergehen mit der Ampelregierung, dass vielleicht der ein oder andere sein Häkchen bei der AfD macht und dass wir vielleicht das Ruder wieder rumreißen können. Kern, da wird wieder diese, wenn die, wenn die CDU, ihr Branden, jetzt egal was wir darüber denken würden, wir bräuchten, wir bräuchten, es wird Wischenkoalition sein, wenn die diese Brandenmauer einfach mal lassen, wirklich schwarz-blau und mal durchziehen. Diese konservative, aber diese richtige konservative, diese Wischiwaschi. Ja, das stimmt. Ich denke, die AfD, wenn sie nicht alleinige Regierungspartei wird, das wird sie nicht, sie muss koalieren, dann muss sie auch viel von ihren Versprechungen aufgeben. Und ich bin danach gespannt, ob es dann überhaupt eine Partei gibt, die mit der AfD koalieren möchte. Wenn es nämlich keine Partei gibt, die mit der AfD koalieren möchte, dann kann die AfD ihre Regierungsgeschäfte nicht aufnehmen. Sie muss fusionieren mit irgendeiner Partei. Da bin ich echt gespannt, ob der gesamte Parteienapparat zusammenhält, um die AfD zu boykottieren. Ich warte auf die Ostdeutschland, die Wahlen in Ostdeutschland, da wird die Brandmauern, da bin ich, auf das warte ich, die Ergebnisse von Ostdeutschland. Ja, also ich danke auch nochmal den Zuschauern, hier ist echt super nett, dass ihr hier, Sekunde mal, ich muss mal ganz kurz was einstellen, bestätigen und Ciao, Bella, Ciao. Moment, okay, irgendwie klappt das nicht. Gut. Okay, ich wollte euch das nochmal berichten, was da heute bei mir passiert ist, so rein privat, dass ich einen Moslem kennengelernt habe, der von Geburt an Moslem war oder wurde, aber im Grunde genommen gar keiner mehr ist und wenn er da noch in seiner Wohnanlage mit seiner Familie rumrennt, dann ist er halt nur zur Tarnung sozusagen, um sich und seine Mutter und seinen Bruder und umgekehrt natürlich genauso halt zu schützen. Ja, sowas gibt es dann auch. Naja, auf jeden Fall, er nimmt mal jetzt ein paar Terminen bei uns teil und dann hat er nicht-islamische Bekanntschaft gemacht und wer weiß, vielleicht ist das ja für irgendwas wichtig. Ja, sie brauchen auch diese Kontakte, diese Menschen brauchen auch Kontakte zu der Mehrheitsbevölkerung. Ja, er ist auch schlau und hat auf seinem Handy da so mit Translator und Sprachprogramme und so weiter. Der ist echt bemüht und überleg mal, anderthalb Jahre ist er erst hier und spricht echt gutes Deutsch. Also alles, was er gesagt hat, war grammatikalisch korrekt. Ihm fehlen halt noch viele Wörter, also rein nur die Vokabeln, aber das ist das geringere Problem. Wichtiger ist ja die einzelnen Zeiten und Artikel und so weiter und so fort. Und das muss man erst mal hinkriegen. Klar. Okay, das war mein kleiner Beitrag. Recht herzlichen Dank. Ich habe mich echt gefreut. Vielen Dank auch für diese Einblicke. Ich finde, wir sind ja nicht per se gegen Menschen aus dem islamischen Kulturraum. Es geht halt eben um diese toxischen Gruppen, die keine Achtung vor dieser Gesellschaft haben und diese Gesellschaft durch ihr Verhalten, aber auch durch ihre Ideologie einfach umprogrammieren wollen. Naja, und eventuell unsere Gesellschaft komplett transformieren mit ihrem Glauben. Absolut. Und es macht sich dennoch Mühe, zwischen die Ohren zu gucken oder hinter die Brille oder was auch immer, der Mensch hat immer eine Chance verdient, egal, es kann ja keiner etwas dafür, woher er kommt oder wo er geboren ist oder was auch immer. Ja, ganz genau. und und ich kritisiere in aller Regel die Menschen, aber den Islam kritisiere ich sehr wohl, wenn ich offen darüber und ich gehöre zum Beispiel nicht zur AfD, aber wenn ich im Rahmen meiner Community darüber rede, dann wird mir das meistens auch sehr nahegelegt oder eben auch rein interpretiert, dass ich eben irgendwie homophob oder islamophob agiere und was ja Blödsinn ist, weil ich nicht den Menschen als Problem sehe, sondern eben die Weltanschauung als solches und das kapieren viele hier nicht. Sie kapieren es nicht, dass es nur lediglich eine Religion ist und wenn man über Religionsfreiheit spricht, dann mag das auf den spirituellen Anteil sicherlich völlig okay sein, aber wenn eine Gesetzgebung und irgendwas sich da noch reinmischt, die mit unserer Grundordnung nicht kompatibel ist und das ist sie ja nicht, da muss ich ja nicht schlau für sein, um das zu verstehen und da muss man unseren jetzigen Politikern, die am Drücker sind, wirklich sagen, dass die da eine Art Betriebsblindheit irgendwie ans Tageslicht legen. Das ist so und das wäre dann sicherlich auch die Ampel, weil die ist ja auch in der Regierungsverantwortung. Dass da alles was auch jetzt zum Beispiel ist meine Nichte ist bei der Bundespolizei und mein Neffe ist bei der Feuerwehr und alle Einsätze und das ist ein Faktum und das ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Ganzen 80 85 85 Prozent der Einsätze die meine Nichte hat sind wegen bestimmte Kulturkreise ich drücke das mal ganz vorsichtig aus ne ja ja 80 85 Prozent der der Täter oder der Verdächtigen oder der es ist ja nicht nur immer nur eine Tat es ist ja auch oftmals nur wo Stress gemacht wird wo jetzt noch nichts passiert ist sondern es sind halt nur verbale Auseinandersetzungen und so weiter aber es ist die deutliche Mehrheit die eben von diesen Menschen aus ausgeht bestimmte Kultur bestimmte Religions Zugehörigkeit männlich und sagen wir mal so bis ja 35 40 also von 15 bis 35 das ist so das das Haupt Profil wenn man so will so und das ist dann das ist dann das ist dann das ist dann nicht nur ein Tag oder eine Woche oder einen Monat nein das zieht sich über Jahre hin Tendenz steigen das ist einfach eine Wahrheit so und wenn wenn zum Beispiel ein keine Ahnung Syrer Afghane taucht relativ häufig aus diese Richtung Stress macht gegen irgendwas Antisemitisches ja dann wird das zum Beispiel als rechte Gewalt auch dekliniert weil es heißt immer die größte Gefahr ist von rechts das heißt wenn irgendwas gegen Juden passiert ist es automatisch rechte Gewalt obwohl ein Deutscher damit überhaupt nichts zu tun hatte sozusagen ja also das ist dann auch nochmal irgendwie eine Verfälschung der Statistik wenn man so will gut ich wünsche euch einen schönen Abend schönes Wochenende bleibt gesund und munter nette Gespräche echte Freunde und wer weiß vielleicht irgendwann andermal wieder ja recht herzlichen Dank dass du da warst schönen Abend bis dann vielen Dank tschüss war ein interessanter Gast fand ich gut ich wünschte mir wir hatten also TikTok kann auf eine gewisse Art und Weise ziemlich interessant sein wenn man wirklich gute Menschen nach oben holt dann wirklich dann klappt das dann hat man wirklich ein sehr angenehmes Klima aber wenn man Idioten hochholt wirklich Schwachköpfe und so eine aggressiven Ghetto Kinder dann merkt man mit was für einer Kultur man es zu tun hat und das ist fürchterlich fürchterlich ja ich bin aber sehr glücklich darüber dass wir heute einen ziemlich guten friedlichen Stream haben ich hätte mir natürlich die Konfrontation gesucht ich hätte viel lieber gewollt dass wir Leute haben mit denen so richtig mit denen man sich streiten kann das wäre echt super gewesen leider ist das nicht möglich ja hallo zusammen ja ich bin's grüß dich ja ja Kian ich wollte nur kurz sagen hier ist irgendwer Miss Kis Kis Lidle Bengel soll man hochkommen wenn die oder er Eier hat die tut er ganz komische Sachen oder er schreiben unten okay ja kein Problem jeder ist willkommen auch wenn er Schluss schreibt ja es kam kein Thema ich bin Kian nur deswegen hochgekommen weil ich verstehe ja nicht Schubladen Denken und verschiedenes sowas wird da geschrieben von dieser Person komm hoch wenn du Eier hast oder zwischen die Beine was anderes als weibliches komm hoch und erzähl bei uns was du meinst hat von allem genug oder Miss Miss ist ja eine Frau ist ja kein Problem aber ich kann sie nicht einladen bedauerlicherweise vielleicht wie es aussieht ich habe du kannst ja oben bei Erkundung gucken die hat fast 3000 Verlober in beide Richtungen ganz genau ganz genau kannst gucken bei Erkundung da sind ja genug Streams da habe ich gesehen da habe ich kurz mal draufgelegt ich glaube sie hat ich glaube sie hat ein Privataccount Palis andere Streams drin sind ja aber sie hat glaube ich ein Privataccount deswegen so ja aber das ist irgendwie grad so eine Propagnie Links Ideologin oder Ideologe aber unten bellen bringt nichts komm hoch also wir haben wir haben zwei neue Gäste Metzumix grüß dich und Harry so und jetzt lasse ich mal kurz Metzumix was sagen hallo zusammen hallo Kian ja grüß dich mein lieber grüß dich ja Kian mich interessiert deine Meinung was du dazu sagst weil ich habe auch wieder eine Frage an dich ja gerne weil wir beide wissen ja genau mit den Muslimen mit dem Islam gibt es auf der ganzen Welt große Probleme ne und meiner Meinung nach haben die hier in Deutschland und beziehungsweise Europa nichts verloren weil solange ist diese potenzielle Terroristen also für mich ich denke dass jeder Moslem ein potenzieller Terrorist ist ne und solange das gegeben ist und das müssen die Moslems intern untereinander klären verstehst du das geht uns nichts an dieser Krieg die müssen untereinander sich das klären sich umbringen bis bis das erst funktioniert kann man darüber reden dass sie in Europa können dass sie nach Deutschland können damit wir hier in Ruhe schlafen Kian verstehst du und ja ich finde dass das sein muss also die müssen hier weg und wenn die es geschafft haben dass sie ihre Leute Gehirn gegeben haben Menschen geworden sind ja dann können sie hierhin und auch sag ich mal stolz hier zu sein also jetzt so müssen sie sich schämen hier zu sein finde ich Kian also das als Moslem muss man sich echt schämen also wenn man solche Widersprüche lebt wenn man also seine Religion aus dem siebten Jahrhundert praktiziert und so ernst zu nehmen praktiziert und dann im 21. Jahrhundert in einer sehr aufgeklärten westlichen Gesellschaft ankommt dann muss der da muss das Spannungsfeld zwischen seiner rückständigen Religion und der Gegenwartsgesellschaft enorm hoch sein und wenn man dann also so witzige Dinge sagt wie man muss aufpassen dass der Teufel einen nicht ins Ohr pinkelt in der Nacht und all diesen Quatsch und man Essens- und Kleidervorschriften einhalten soll und dann so absurde Dinge glaubt wie der Prophet hätte den Mond mit seinem Finger gespalten und wer auf einem Hybridwesen halb Pferd halb Mensch in den Himmel geritten das ist lächerlich also da ist man einfach nicht in der Wirklichkeit angekommen und dieser fehlende Intellektualismus in der Religion macht grundsätzlich jede Religion völlig absurd aber die islamische Religion ist halt eben besonders schrecklich Kian wo waren die ganzen Moslems in Deutschland auf der ganzen Welt wo diese ganzen Terroranschläge in Europa wo waren die ganzen Mossys als ISIS da diese schrecklichen Sachen gemacht hast du irgendeinen draußen protestieren sehen hast du irgendeinen gesehen der darüber geredet hat gesagt hat ja wir finden das nicht gut das ist nicht okay die können sich dafür nicht interessieren die dürfen sich dafür nicht interessieren die interessieren sich nicht dafür das sind ja denen ist das egal die finden das vielleicht sogar gut dass das dass die vielleicht sag ich mal mehr werden oder sag ich mal kann ich mal kurz mix und mix die sagen schon was die sagen schon was die sagen eins das ist nicht der Islam das ist nicht der wahre Islam sagen die das ist nicht der wahre Islam die sagen doch wir machen das für den Islam wie soll das nicht für den Islam die sagen das doch selber ja wir haben auch oft solche Sachen so das ist ja auch nicht der wahre Kommunismus und so ein Unsinn aber wir haben Harry Hirsch jetzt und ich würde gerne Harry Hirsch mal kurz rannehmen bitteschön guten Abend erstmal ja hallo also ich kann den Muslim eigentlich ganz gut verstehen das Ding ist ja wenn du als kleines Kind schon diesen Wurm ins Ohr gelegt kriegst der dir dein ganzes Leben lang sagt was du zu tun und zu lassen hast dann ist das irgendwann drin das ist eine reine Psychowäsche das geht dir so durch den Kopf das kriegst du nie wieder los auf jeden Fall das Ding ist ja die leben das ihr Leben lang und das geht von Generation zu Generation und spielst du einmal nicht mit ich glaube Ex-Muslim der kann auch ganz gut mitreden bist du raus du hast keine Freunde mehr du hast keine Verwandten mehr du hast kein Leben mehr und mit dieser Angst kannst du jeden Tag wieder auf die Straße ja ja das also ich brauche die Jahre um so meine Ideologie abzuschütteln das ist wirklich nicht einfach ganz besonders weil ich ja mit 14 angefangen habe zu beten und dann habe ich mich da reingesteigert und dann irgendwann mit 45 bin ich ausgestiegen und ich weiß was das bedeutet ja und die Leute die dann daran festhalten sind noch viel schlimmer weil sie dann wirklich ihre ganze Persönlichkeit an der Moschee die Tür abgegeben haben und dann wirklich erlaubt haben dem Islam ihre Charakter und ihre Persönlichkeit komplett zu überschreiben genau das heißt du bist ab dem Tag wo du austrittst bist du eigentlich tot für alle anderen die du kennst in deinem Leben und du hast ja nichts anderes kennengelernt als in Islam da wird ja immer gut drauf geachtet das ist das gefährliche an dieser Geschichte dieser Fanatismus der herrscht und ruft jetzt einer aus die Christen wollen uns was Böses gehen alle drauf los weil du hast nichts in deinem Leben gelernt du hast ja immer nur diese eine Schule gehabt in der Schule zu Hause wenn du geschlafen hast hast du von Gott geträumt das stimmt es ist schwierig es ist schwierig aus so einer Geschichte rauszukommen weil du hast ein Trauma dein Leben lang und niemals hat irgendwie einer versucht dir zu helfen oder niemals konnte dir einer helfen weil die Gruppe um die Rom einfach stärker ist weißt du was ich meine ja und natürlich ist es auch in meiner Augen das ist irgendwo eine mittelalterliche Religion und ich finde Religion ist für viele Menschen auch ganz gesund im gewissen Maß aber das ist schon was in der heutigen Zeit sollten Religionen keine Kriege mehr führen das Problem ist dass wir Menschen sind bedauerlicherweise immer noch sehr stark mit der Religion verworben und ich sehe keine Religion die qualitativ so viel Gewalt in den Raum wirft wie der Islam es gibt wohl keine andere Religion die so viele Terroranschläge so viele Terrororganisationen und so viel Gewalt produziert wie die islamische Religion es gibt kein Verhältnis kein Verhältnis ein schönes Beispiel hier auf TikTok ist ich weiß wie ich sagen kann ein Tesla Hahn er macht sich drüber lustig und vielen Dank dass jeder Muslim der reinkommt einfach nur richtig hochgeladen richtig provokativ und beleidigend ist aber vor mir also mir geht schon nicht mehr also da sieht man schon wie sehr fanatisch und aggressiv diese Religion ist da macht sich einer drüber lustig und die gehen rein und lassen da Sachen raus die sind schon wirklich erbärmlich da würde ich mich für schämen ja sie wenn sie wüssten wo er wohnt würden sie ihn besuchen gehen sie würden ihn sie würden ihn umbringen sie würden ihn zusammenschlagen sie würden ihn verletzen wollen sie sind daran gewöhnt dass alle Welt diese Religion respektiert also sie wollen dass wir künstlich ihre Religion respektieren sie wollen dass wir unsere Kritikfähigkeit aufgeben unsere Religionskritik aufgeben sie wollen dass wir ihren Propheten so sehen wie sie ihren Propheten sehen und sie wollen den Islam geachtet sehen wie sie den Islam achten und das wird nicht mit uns funktionieren wir glauben halt eben nicht dass der Islam eine gute Religion ist auch der Staatsschutz hier finde ich macht seinen Job nicht das ist ja ich meine irgendwo muss der Staatsschutz hier ja auch sehen wie gefährlich diese Religion ist wie wie der Staatsschutz der Staatsschutz ist ja heute islamisch vergiss das nicht dass alle unterwandert sind ja das ist ganz klar ich meine ich finde ich finde auch gerade dieses rechts und links so lächerlich weißt du ich muss mit meinem Nachbarn klarkommen egal ob der rechts ist oder links ist und wenn ich auf die andere Seite gucke diese Barrikaden die gerade aufgebaut werden das macht der Staat und hetzt uns untereinander das ist gar keine Frage aber irgendwo finde ich sollte diese Institution Staatsschutz auch mal da greifen wo es wirklich notwendig ist und nicht weil der Höcke sagt alles für Deutschland mein Gott das sagt wenn du einen Fußballspieler fragst der in der Profiliga spielt was machst du morgen ich gebe alles für Deutschland scheiße du gehst jetzt erstmal in den Knast alles für die eigene Tasche macht der Fußballspieler und diese Regierung macht das selber und die Kommunisten waren schon immer ja die Kommunisten waren ja schon immer Islamisten auch in der Sowjetunion Stalin wer war der gebürtig ein Muslim vergiss das nicht ich finde es einfach beschreiten ich weiß nicht Isaac das stimmt nicht er war Georgier und er war Andreas rede nicht rein über Sachen wo du nicht kennst er ist ein Abkhazer aus Georgien Abkhazen sind Muslims ich weiß über was ich rede er war Pristerschüler er ist Priestersemonar denn sein Vater war ein Hauptimam in Abkhazien er ist ein Muslim ich weiß über was ich rede ich kenne die Geschichte und unterstütze nicht deine Scharia-Partei Andreas er auf er wird als er wird als bevor er zum kommunistischen Partei gegangen ist ist er als Priesterschüler beziehungsweise wird er gekennzeichnet und wird über ihm gesagt ja das ist deine SPD Propaganda ist das deine kommunistische faschistische SPD das sagt sogar die Kommunisten das sagt sogar die Kommunisten dass er bis zur Oktober kurz vor der Oktoberrevolution sogar äh größer Christophander war SPD Schule von Olaf Scholz wo den Jau verhaften will unterstützt du er auf Andreas unterstützt diese islamistische islamistische faschistische Partei SPD ist NSDP die Adi Partei ist deine SPD Isaac das hat nichts mit der SPD zu tun zum Himmel Donnerwetter sagt die kommunistische Partei dass er kommunisten sind islamisten und dein Scholz auch und dein nicht mein Präsident auch da hat die Mulas vergrüßt und du unterstützt das weil du eine Freundin hast und lässt dich betrügen wo auch eine islamistin ist sie wird Christin Himmel Donnerwetter Isaac hast du eine Knatsche nimm deine Tabletten wird Zeit jetzt sage ich dir ernst was du musst wirklich deine Tabletten nehmen du hast ja ein Vorfahren mit Alzheimer du musst wahrscheinlich Tabletten nehmen und deswegen aufhören diese islamistische SPD Scharia Partei zu unterstützen wenn du nicht aufhörst Andreas du kannst in die Streams nicht mehr reinkommen nicht bei mir nicht bei Anna nirgendwo ich sage das direkt Jungs mir ist jede Partei egal Shalom ja also Akko Isidi bitteschön herzlich willkommen hallo guten abend zusammen ja ich sollte zu dem Thema was sagen Palästina Israel und so weiter und so fort also was ich halt klar dass es Krieg das ist schlimm sterben auf beiden Seiten Zivilisten und so weiter aber es ist mir auch hätte ich gesagt aufgefallen dass als der IS damals groß war und im Namen des Islams Völkermord durchgezogen hat von Land zu Land überall Anschläge auf dem ganzen Planeten gemacht hat oder verübt hat da war da gab es eigentlich so gut wie kein Aufschrei da hieß es nur das hat nicht mit Islam zu tun und da war der Aufschrei nicht so groß und wenn ich mal anschaue in so vielen Ländern herrscht Krieg wenn so viele Tausende von Menschen abgeschlachtet da hört man auch nichts jetzt mit Palästina hört man nur noch jeden Tag von morgens bis abends Demonstrationen und so weiter und so fort also ich finde das auch sehr heuchlerisch muss ich sagen und klar Hamas oder Humus wie man das sagen das ist eine Terrororganisation ich verstehe nicht was es da noch zu diskutieren gibt ganz ehrlich nicht nur das wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen der Grund warum wir so viele Demonstrationen sehen ist dass jetzt augenblicklich aus der islamischen Welt aus den Golfstaaten aus dem Iran auch von der Hamas selbst viel Geld in westliche Staaten gepumpt werden um diese Demonstrationen zu finanzieren und sie haben die dummen Linken gefunden die sich historisch immer auf die Seite der Falschen stellen und die Linken haben sich bereitwillig erklärt Marionetten dieser Golfstaaten und der Hamas zu werden es fließt viele Petrodollars in den Westen damit die so gut organisiert ihre Demonstrationen veranstalten können also hier sehen wir den Einfluss aus der islamischen Welt wie die islamische Welt uns bereits destabilisieren kann und es zeigt auch wie schwach der Westen geworden ist dass er das zulässt ich wünschte mir wir könnten endlich einen globalen Counter Dschihad beginnen wo wir unsere Militär endlich auf die islamische Welt loslassen und diese Idioten in das siebte Jahrhundert bomben da wo sie alle hin wollen in die Zeit der Glückseligkeit wie sie die Zeit nennen in denen der Prophet gelöst das passiert erst wenn wir unser Land zurück gewinnen müssen wir müssen sie rausschmeißen weil sie sind wirklich gefährlich sie werden unsere Gesellschaft destabilisieren wenn Muslime unter zwei Prozent bleiben in einer Gesellschaft passiert gar nichts solange wir das fördern verschenken wir unser Land weiter und weiter jeden Tag genau also rausschmeißen sage ich ich ja nicht mal rehabilitieren rehabilitieren du musst kranke Menschen einfach gesund machen der globale Dschihad war immer da also das ist aber in der Moderne zeigt er sich durch den 11. September und da hätten wir schon anfangen müssen das war schon das Warnsignal von da ab hätten wir nicht mehr Muslime in den Westen aufnehmen sollen nicht mehr islamische Beschwichtigungspolitik betreiben müssen sondern wir dürfen wir hätten von dort ab hätten wir die Zuwanderung von Muslime begrenzen müssen wir hätten den Islam nicht hätten wachsen lassen dürfen im Westen sondern wir hätten ihn beschränken müssen und wir hätten eine Quote einsetzen müssen 2% Muslime reicht mehr brauchen das Schlimme war ja auch diese unkontrollierte Einwanderung seit 2015 wo eigentlich jeder reinkam und da waren ich sag mal so viele Menschen bei denen einfach alles scheißegal ist dass es für uns verdammt gefährlich ist hier zu leben aber auch das ja das ist einfach so das ist so wenn ich mal so ein bisschen unterwegs bin so gerade in den Städten muss ich echt sagen also ich bin ja kein kleiner aber wohl fühle ich mich dann auch nicht also ich drehe mich doch schon lieber oft um wo ich eigentlich so durch die Straßen laufe die Welt ist in Ordnung drehe ich mich da doch schon oft um und gucke was da vor mich rum passiert wir erleben wir werden noch schlimmere Zeiten erleben bis 2025 werden sicherlich nochmal eine Million Muslime nach Deutschland gekommen sein und dann gute Nacht liebe Freunde wenn die AfD ja also der Familiennachzug der wird schon wir haben jetzt eine Zuwanderung von wie war das jetzt wenn dann noch die Familie nachkommt das sind ja mal viele Köpfe wir reden ja von Clans da kommst mit einem Millionen glaube ich nicht mehr hin ja aber aber ich meine ich will gar nicht wissen wie viele wir auch bis dahin einbürgern Menschen die im Grunde genommen den deutschen pass gar nicht verdient haben für mich war der deutsche pass immer der abschluss der integration ja wenn jemand den deutschen pass bekommt dann ist es sozusagen weil er sich den verdient gemacht hat durch gutes deutsch gute Arbeit nicht straffällig geworden aber jetzt nehmen wir den ganzen Müll rein und jeder der aus irgendein von diesen shitholes kommt und drei jahre hier lebt und irgendwie einmal die Straße gefickt hat oder eine Oma über die Straße geholfen hat kriegt eventuell den deutschen pass kurz Kilian sagen ich meine aussagen ich würde ein bisschen deine aussagen zu mäßigen weil du weißt nicht jeder der dorthin kommt du weißt es sind auch sehr viele christen und wir sieben und andere minderheiten die meine ich auch gar nicht ich rede ganz speziell von den muslimen ich arbeite mit leuten aus dritten ländern zusammen auch muslime gar keine frage ich komme gut mit den klar wir stellen unsere base wir machen unser ding und ganz ehrlich ich kriege mit wie schwer die das haben die sind zum arbeiten die wollen ihr geld verdienen die wollen ihre familie zuhause füttern die wollen ihre rente sichern und wirklich die haben es unheimlich schwer hier überhaupt einen Aufenthalt zu bekommen während anderen die gar nichts tun einfach so unseren Nacken leben das ding einfach so ins gesicht geschmissen wird weißt du und da fange ich an nachzudenken und denke mir wie kann das sein da kommen leute hier hin mal hoch mit mir jeden tag und und müssen müssen sämtliche sämtliche prüfungen bestehen weißt du gerade was deutsch angeht nur um hier arbeiten zu dürfen wenn andere die gar keinen bock auf arbeiten haben alle selbe geburtstag haben uns auf den sack gehen einen deutschen pass kriegen da stehe ich da und denke mir so was ist hier los alter was geht hier an ja jetzt es makaber also wirklich verstörend absolut ja ganz ehrlich die jungs sind voll in ordnung die machen nur ihr ding die sind auch nur am arbeit ganz ehrlich das schätze ich auch gar keine frage wer mit mir auf der baustelle ist den schätze ich wer da bleibt den schätze dem ist richtig schwer gemacht überhaupt diese arbeitserlaubnis hier zu bekommen und die wollen ja auch gar nicht bleiben die wollen ja auch wieder nach hause die kohle machen kann ich gut verstehen während andere richtig schön breit machen die auf den sack gehen deiner frau auf den sack gehen deutschen pass kriegen was ist da los ja das ist schon ein bisschen absurd absolut ja schade dass hier also die muslime kommen gar nicht hoch leider ich sehe dass hier wirklich niemand da ist der irgendwie so aus dem feindes lager da ist schade ich weiß nicht was passiert ist dass ich diese frühere zahl von 1800 nicht mehr erreiche aber ja aber ja ich habe keine krawall streamer das will ich auch nicht ja du hast wahrscheinlich auch zu viel gesperrt und dann kommen die auch nicht mehr kann sein ja aber da gibt es auch tausende von denen da draußen ich meine ich habe doch nicht ich habe doch nicht die halb deutschland gesperrt ja stimmt aber trotzdem viele haben nur ein und dann ja wie gesagt viele sind einfach haben nur einen account und oder ein oder zwei oder auch wie gesagt von wo kommt das her dieses geräusch das jetzt ja ich kriege meine zukünftige schicken dauernd hier nachrichten ich schicke mir andere nachrichten weil sie will dass ich noch für sie weg fahre und ich sage ich bin zu müde ich fahre nicht mehr einfach hier tacheles reden ja mache ich auch weil ich sehe das nicht ein in deutschland aber viele diese pro pali demos werden auch von der türkei finanziert diese Partei da war ich weiß nicht ob ihr gehört habt den müssen wir vielleicht schon ein bisschen ernst nehmen weil jetzt die Regierung ja auch diese doppelte Staatsbürgerschaft ja freigelassen hat ja Bullshit normalerweise ja ja es ist ich denke wir müssen zu dem Punkt kommen wo es verboten wird zum Beispiel from the river to the sea zu sagen ja from the river to the sea Palestine oder Palästina gab es nie finde ich auch ganz wichtig dass wir auch solche Dinge mal aussprechen ja Palästina gibt es nicht und die Leute verstehen das einfach nicht sie kämpfen einen ein 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 Fake eine Fake Geschichte was ist diese Free Free Palestine das ist doch eigentlich Existenz von Israel wird doch abgestritten oder selbstverständlich wer Free Palestine sagt der meint nicht die Grenzen von 1948 und das was die UNO den Palästina zu schreiben wollte sondern die wollen wirklich from the river to the sea die wollen wirklich genau dahin sie wollen die Juden komplett auslöschen warum erlaubt das Deutschland warum ist diese Parole nicht verboten gute Frage oder das Problem ist dass unsere Justiz komplett überfordert ist mit diesen Begriffen und in England hat man gesagt das ist Interpretationssache und deshalb also man lässt die Türen offen es ist unglaublich dass man auf die Straßen von Deutschland geht und man einem Staat seine komplette Existenzberechtigung abspricht Terror State Kindermörder alles mögliche Wahnsinn und die Polizei schaut zu ja eben und und das muss unterbunden werden und das müssen sich auch hier wieder clevere Juristen heransetzen die sagen nein Schluss aus es geht nicht es geht nicht dass solche Parolen auf unseren Straßen gerufen werden es gibt Gesetze aber das Problem ist dass wir irgendwann diese Sachen nicht mehr unter Kontrolle bekommen wenn wir nochmal bis weiß der Geier was bis 2025 und Gnade uns Gott wenn die AfD völlig an die Wand fährt und sie keine Regierungsgeschäfte übernimmt was dann aus unserem Land wird dann ist Deutschland kannst du Deutschland abschreiben dann ist vorbei dann kriegst du die Flut von Menschen nicht mehr unter Kontrolle und dann wird die Linke wird es eskalieren lassen sie werden Millionen von Menschen reinbringen sie arbeiten mit deutschen Schleuserbanden zusammen mit Schlepperbanden sie finanzieren die Rakete die mit ihrem Scheißschiff da zwischen dem Mittelmeer hin und her fährt und die hunderte wenn nicht sogar schon tausende Menschen nach Deutschland geschleppt hat und die Linke im Parlament die geben unheimlich viel Geld aus dem Bundest für solche Schlepperaktivitäten also wir müssen wirklich wahnsinnig sein wenn wir 2025 im Herbst diese Bande nicht weg bekommen dann ist Deutschland geliefert dann brauchen wir alle nicht mehr hier weiter zu machen dann bringt das alles gar nichts mehr es weiß ich das sieht richtig schwierig aus ich hoffe dass es auch so kommt muss ich ganz ehrlich sein wie du das sagst ich hoffe dass jemand kommt wirklich mal aufräumen richtig aufräumt aber nicht so bla bla richtig ja ja und deswegen brauchen wir eine Kulturrevolution wir müssen den Hebel wieder recht herzlichen Dank vielen Dank wir müssen den Hebel wieder zurücksetzen und wir müssen wieder anfangen wieder für die Menschen in diesem Land Politik zu machen die dieses Land lieben und dazu zählen auch die Migranten die ein Teil dieser Gesellschaft sein wollen aber wenn ich jetzt meine Kindheit so denke die CDU die CSU zu denen die sind jetzt die eigentlich die AfD denken muss man jetzt ganz ehrlich sein oder die CDU ist ja nicht mal diese christliche was sie mal war wo das hergibt eigentlich oder das ist jetzt mit der Angela Merkel hat sie das verloren die Christen waren die CDU waren traditionell die konservativen und der konservative Flügel der CDU CSU war mit Franz Josef Strauß genau so der wichtigste konservative Flügel der damaligen Zeit Helmut Stolper genau und und dann schlussendlich hat es mit Angela Merkel hat es einen grotesken Wandel durchgemacht Helmut Kohl war noch so der letzte der versucht hat die CDU auf dem konservativen Weg zu halten aber mit Merkel hat es plötzlich eine eigenartige globalistische Politik gegeben und das hat dazu geführt dass sie die Büchse der Pandora aufgemacht hat und hat uns diese ganzen Goldstücke aus dem Nahen Osten beschenkt oder beschert und sie hat nie wieder Abstand genommen von dieser Politik sie ist eine Massenmörderin sie hat so viele Leben hier in Deutschland als Blut an ihren Händen weil sie gewalttätige Menschen ins Land geholt hat und das war ein gigantischer Fehler und das hat unsere Gesellschaft auf eine drastische Art und Weise geändert und deswegen brauchen wir eine wieder wir brauchen einen Marshall Plan wie wir wieder zurückkommen in eine Zeit vormirken und Remigration ist nun mal das Nonplusultra wir müssen Menschen wieder nach Hause schicken wir müssen sie wieder nach Hause schicken es geht nicht dass die Menschen hier bleiben und wie denkst du mit England mit Afrika Abkommen Ruanda eine tolle Idee wenn es stimmt eine tolle Idee wenn die Engländer es konsequent umsetzen würden sie tun es aber nicht und das ist halt eben das schlimme Ruanda hat sich bereit erklärt all diese Flüchtlinge aufzunehmen und England hat ein Spezialabkommen mit denen und ich finde es gut jemand der keinen offiziellen Asylantrag stellt und unsere Grenze überschreitet und dabei festgenommen wird wird nach Ruanda abgeschoben ist eine gute 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 Idee aber im Moment nicht umsetzbar weil sich nämlich die obersten Gerichte streiten ob es rechtlich legal ist so etwas zu tun ja und deswegen ist das ein bisschen konfliktreich weil die haben ja gesagt was ich mit den Medien mitbekommen habe die haben ja gesagt entweder wir geben dir ein bisschen Geld du gehst wieder in dein Ding zurück oder wir schieben euch nach Uganda und das sollte eigentlich ich weiß was medien richtig oder falsch ist wie eigentlich gut läuft und jetzt auch momentan in Deutschland auch hinter der Tür diskutiert wird mit dieser Uganda Thema weil England ist ja nicht mehr EU ist ja kein EU Land mehr aber Deutschland ist ja noch in der EU das ist das ja genau und das ist der Punkt auch dabei und deswegen wir müssen wir müssen hier alle darauf hinarbeiten dass wir so eine ähnliche Politik bekommen wie in England das würde auch sagen hey Grenzen zu wer illegal das Land betritt wer nicht einen ordentlichen Asylantrag an der Außengrenze stellt wenn das Dublin Abkommen 1 und 2 nicht eingehalten wird dann nehmen wir überhaupt keine Flüchtlinge mehr auf aber das ist mit der jetzigen Politik nicht machbar wir wir träumen wenn wir denken dass es angeblich wird hinter den Türen diskutiert schauen wir ich bin mir nicht so sicher ich bin mir auch nicht so sicher was man sieht ich habe da kein großes vertrauen drin ehrlich gesagt ich auch nicht ja mit der ganze Propan diese Aggression auf der Straße gegenüber auch gegenüber die Polizei und so das ist ja Wahnsinn ich war selber auch viel Demos teilgenommen und so aber ich habe nie solche Aggression auf der Straße gesehen auch bei den Demos nicht so eine Aggression gegenüber die Polizei und so das ist ja Wahnsinn mir brennt gerade was auf der Zunge ich möchte es gerne raus lassen es ist eigentlich faszinierend dass Deserteure hier auf die Straße gehen hier rum kaspern und diese Leute schützen das heißt ja quasi die flüchten vor dem Krieg es sind Deserteure wir schützen hier Deserteure jeder der keinen Bock auf Krieg hat rennt nach Deutschland hin und wird geschützt das kann auch nicht richtig sein wenn du hier jetzt bei der Bundeswehr nicht pünktlich aufstehst hast eine Strafe am Arsch und Pech hast und gehst ein paar Tage in die Kiste Ja 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 es ist ja Deserteure letztlich so sehe ich das weil wenn ein Mann vor dem Krieg im Land flüchtet ist es ein Deserteur oder sehe ich da was falsch wenn jemand vor dem Krieg wegläuft und er den Wehrdienst vollziehen muss dann ist er ein Deserteur ja ich glaube das sind hier ich weiß nicht wie viele Deserteure verstecken wir hier gerade und das wird überhaupt gar nicht diskutiert ich meine die sind deswegen sagen wir ja nicht umsonst es sind sehr viele Syrer hier im wehrfähigen Alter das sagen wir nicht umsonst weil sie tatsächlich im wehrfähigen Alter hier sind und die hätten eigentlich in Syrien einen Militärdienst leisten sollen oder ihr Land verteidigen sollen oder am besten gleich zurückgehen und ihr Land endlich wieder aufbauen es wartet jede Menge Aufbauhilfe im Iran äh im gerade jeder im wehrfähigen Alter der 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 ist doch froh dass die weg sind ja aber er hat ihn ja auch ähm ähm fangen ganze Boote auf wir fangen wir fangen ganze ganze Zugladungen ab LKW sitzen voll mit dieser Türen und wir nehmen die alle auf wir verstecken wirklich also wir haben jetzt gerade hier im Chat mal wieder jemanden Al-Bainir er schreibt Kian 313 also er kommt hier mit so einer schiitischen Propaganda ähm ja 313 Kämpfer die sich um äh immer mächtig versammeln um dann die globale Revolution anzuzetteln also äh interessant dass jede Religion so ihre 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 Zahlenspiele hat ja ähm lächerlich es gibt ja Abkommen ne normalerweise müssten Deserteure ja auch ausgeliefert werden ähm wenn die nicht ausgeliefert werden dann sind die ja wahrscheinlich in der Pflicht hier oder? mh wie gesagt die müssten die müssten gehen die müssten gehen das ist schon verwirrend ne äh äh angeblich vom Krieg geflüchtet aber letztlich ja desertiert äh werden nicht ausgeliefert als Deserteure also sind die in der Pflicht hier da muss ja ein Deal sein ja da kann doch was nicht stimmen irgendwo na ist es auch so es äh die die Tatsache dass sie dass sie dass sie dass sie ein ja dass die meisten im Grunde genommen nicht hier sein sollten weil auf sie eine neue Zukunft wartet ich finde es sollte auch eine ähm äh europäische Politik geben wo wir sagen hey Flüchtlinge bleibt besser in euren Ländern wir helfen eurer Wirtschaft wir schauen zu dass wir mit euch wirtschaftliche Beziehungen aufbauen und dass ihr dann davon profitiert und nicht das Land verlassen müsst das wäre auch gut da unten ist Free Palestine oder? der ist genau na na wenn jetzt jemand kommt hier mit Free Palestine herzlich willkommen ja der Chat ist einer glaube ich ja soll auch hochkommen ich habe ihn eingeladen Palästina ist auch so ein Ding das ist irgendwo ich meine es ist ein bisschen krass wie Israel das abzieht aber ich kann Israel auch gut warum du sagst Palästina nicht exist sorry in der little post are you saying that Palästina didn't exist oder doesn't exist das ist correct ja never existed are you stupid um das ist nicht ein argument ja es ist wenn ich mit einem stupiden das ist das ist das ist mein Freund das ist nicht ein argument Palästina hat passports die haben existen für ein lang time international courts haben gesagt Israel hat genocide 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 why are you acting like like this you're saying you're ex-Muslim I don't think you are it's wrong you're making a very far right Nazi opinion my friend my friend if listen go on speak listen name 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 one palestinian state before 1948 one palestinian minister so what I mean any leader or any dynasty called palestine anything which leads how long has israel existed how long has israel existed they've had passports they've had people living there I mean you're making the same arguments that nazis did about jews back in the 1940s no jews they have land and they are europeans aren't they jews are not a religion they're european nation they belong to the israeli people they belong to the 12 tribes wait no israel existed before 75 years or something palestine was there for like a thousand years yes no there was not yes what's the first israeli leader's name I forgot her name exactly there is no golden mirror or something like that he spoke about it that they were that they stole another people's land they applied for palestinian visas and all that they arrived as refugees and they were locked there and within two years what did they do let's 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 they went around and behaved like Nazis you're throwing you're throwing a lot of stuff into the arena let's let's start with one thing can you tell me where the name palestine comes original from go on you tell me you're so educated if you defend palestine yes you have to explain me where the name palestine comes from well it's the people came up with it who who came up the arabs probably that's wrong that this this is when i see passports that are like the older generation of israel that said palestine you're just defending the british empire called it palestine no wrong yes what i'm saying is true you're just saying wrong what if if you like just go and open history books and you will see that the roman imperial hadrian was the person who named judea and samaria into syria palestina palestina and he did that to abuse the jews because under bar he was a big jewish leader he revolted against the roman emperor and for the reason why they changed the name from judea and samaria into syria palestine was he wanted to punish the jews for this revolting against him this is the moment where the name palestine comes up in history so it is actually a roman and latin word created by the romans and if you go to the history books you will see that there was never a nation called palestinians there there are maps that say palestine that are like hundreds of years old you're talking complete nonsense do you understand that you're just speaking you're not actually saying something that i can actually verify i told the thing is you know you're just insufferable you're not it's not it's not an actual definition it is there's people living there i mean arabs came in okay judaians do you know what happened to the judaians pardon do you know what happened to the judaians they migrated to europe and they left the land alone and then a century later arabs came there and they created palestine in in the holy land there was always jews in the holy land yeah the over rolling majority they left for europe strong no there's a bbc documentary called the search for exile and they have israeli historians israeli archaeologists they said that there was no like roman exile of jews they said that the most likely scenario is that judaians left for europe the reasons why the jews left the area was that the romans pushed them out from no there is no evidence of roman exile there is no evidence of that israeli archaeologists have said that if you're actually interested there's a bbc documentary called the search for exile these lying which is which is known for its pro palestine oh my god it's a horrible broadcasting channel it's like talking to damas please do not do not come with bbc do you have any bbc is oh my god so you want me to say what the zionists say because it is pro palestine narratives yeah i mean what's wrong with okay do you think what's happened there is a genocide palestine was not not state he was in the history of my friend what's what's the definition of a genocide a slaughter of people intentionally that's what's happening no it's not the icj have said it's a genocide it's not there's a arrest war for nothing yahoo are you willing are you willing to accept arguments or you're just coming up just to say i can say the same to you i can say the same to you i did my homework so that's why you do homework my view i can tell why do you call yourself the ex muslim zionist because i am an i don't think you're muslim at any point because i'm an ex-muslim and i became you know i don't think you were an ex-muslim at any point i was indeed i live in the uk the lot of people who pretend to be muslim and they say the most racist islamophobic things and is to gain clout with the far right people i think you'll probably get money from zionist you play i don't care if you believe me or not i'm not here to prove anything to you pre palestine fuck you yeah thank you very much okay good thank you very much i won the battle so jetzt holen wir mal die größte förderin des anarchyan clans waney nach oben grüß dich aber nein ich wollte nur nein ich gehe wieder runter ich wollte nur ihn ich wollte nur ihn konfrontieren alles gut ich gehe wieder runter ah schade okay tut mir leid war ein bisschen angepasst ja das hat mich so aufgeregt echt wie ist der überhaupt hier genannt das das hat mich so aufgeregt gerade komm lass mal ruhig die luft raus komm schieß mal ja nein das hat mich so aufgeregt aber wir müssen denen das habe ich auch gerade geschrieben wir müssen denen auf allen sprachen begegnen auf deutsch auf englisch und ich folge auch sehr vielen ex muslimen und aber auch teilen seltener aber auch sehr viele atheisten auch und ich folge auch also wie gesagt die meisten sind glaube ich auch ex muslime aber auch atheisten aber auch einfach weiß ich christen oder so die die diesen antisemitismus mir geht es immer um den antisemitismus obwohl ich selbst auch einer minderheit angehöre also du siehst ja dass ich dunkelhäutig bin ne aber ich finde das nicht so extrem also wenn jetzt hier irgendwann weil meine lebenserfahrung ist ich lebe seit meinem vierten lebensjahr in deutschland und ich mag gar nicht so viel über mich erzählen über meine also über meine privatperson oder auch auch noch gar nicht mal über meine eckdaten oder so weil du hast sogar in diesem stream erzählt dass du auch zu hause besucht bekommen hast oder so ja ja absolut genau eben sehr sehr geschält und die anna ich kenne dich durch die anna die hat auch anfeindungen und alles nicht extreme sogar ja ja eben und die ist sogar das ist auch das muss man ich will dir gar nicht ich will dein problem gar nicht verharmlosen oder so aber die ist ja sogar also bei jüden wenn jemand jüdisch ist dann ist das nochmal ganz ganz extrem weil ich als jemand als eine minderheit in anführungsstrichen hier in deutschland als dunkelhäutige und juden die minder das ist das kann man gar nicht vergleichen weil wenn man etwas rassistisches sagt gegen dunkelhäutigen und so dann sind alle empört zum beispiel ich bin immobilienkauffrau im büro das also das wird niemals jemand durchgehen lassen ja wenn jemand sagt gegen dunkelhäutige oder gegen afrikaner aber gegen dunkelhäutige ist in deutschland keine minderheit mehr wie bitte nochmal ich habe gerade noch meinen kopf rauf komisch aber entschuldigung nochmal bitte dunkelhäutig ist in deutschland keine minderhaltigkeit das ist ja wer ist dunkelhäutig ist in deutschland keine minderheit ich weiß was du meinst wir sind über 50 millionen wirklich das erschien mir so als mindestens 15 millionen oder so wäre aber lieber ich habe meinen kopfhörer raus deswegen kann ich gerade nicht auf dem bildschirm schauen ich weiß deswegen weiß ich nicht wer das gerade gesagt hat hier oben aber schau mal bitte auf die zahlen aber wir sind wirklich nicht ich habe ich habe mal das letzte mal als ich geschaut habe waren wir eine million eins also alle zusammengezählt das war die weit drüber und guck mal ich sehe ich bin ich sehe gerade das ist der honey okay dann okay dann sag mal es ist sehr dunkel und ich werde echt ganz ehrlich öfters von dunkelhäutigen gehoferstraße angesprochen als von deutschen nein nein also nein nein positiv deswegen ist das auch deswegen bin ich jetzt zum ersten mal seit dem 7. Oktober ich habe so empfunden seit ich Kleinkind bin eigentlich nicht und also ich bin etwas älter ich bin ü40 auf dem wenn ihr mein Profilbild sieht oh nein du bist ja fürchterlich alt nee aber ich werde immer 20 Anfang 20 oder so geschätzt aber ich bin tatsächlich ü äh 40 ja ähm ich werde immer jünger geschätzt aber ich habe ja genau du hast gerade vorhin hast du zum ersten mal ähm du hast vorhin erwähnt du bist 45 oder so hab ich gesagt was ich habe dich auch viel viel jünger geschätzt jedenfalls ähm ja es geht mir darum dass ähm ja ich hätte ihn so gern gesprochen diesen Typen echt jedenfalls müssen wir uns auf jeden Fall dagegen wehren und ich äh ich finde das auch so dass alle anderen Minderheiten auch äh lieber Herr Hanni Hitsch oder was äh 9175 auch wenn du das nicht so empfindest trotzdem sind Afrika äh Menschen mit Migrationshintergrund aus Afrika noch eine Minderheit hier genauso wie ähm Muslime sind trotzdem dennoch eine Minderheit hier genauso wie die das sehe ich auch so die Entwicklung ist leider so aber äh mir geht es darum dass bei allen anderen Minderheiten zum Beispiel das habt ihr vorhin auch genannt das Beispiel in Sylt wie äh die Reaktion darauf war auf alle anderen Reaktionen aber wie war denn die Reaktion nach dem 7. Oktober bitte ja weißt du diese betrunkene nein nein und seitdem habe ich nicht betrunken gefeiert haben ne wie bitte ja diese Aktion aus Sylt wo ein paar betrunkene Jungs gefeiert haben ne nein ja aber für mich mir geht es darum dass seit dem 7. Oktober also ich arbeite wie gesagt im Kaufmenschwahrsch und in diesem ganzen Bürowesen ist das so dass man trotzdem immer noch dass nach dem 7. Oktober tatsächlich noch antisemitische Äußerungen fallen und das war für mich echt obwohl ich seit meinem Kind ich werde auch immer mir wird auch mal gesagt ja deine Freunde ja dein your people und deine Leute und so wird mir immer gesagt nicht und ja obwohl ich keine Jüdin bin weil ich mich immer gegen Antisemitismus ausspreche mit Migrationshintergrund oh ja deine Leute deine Leute ja du bist ja immer und so aber seitdem muss ich echt ich möchte auf jeden Fall deswegen ich kann natürlich nicht wie ihr ihr seid sehr redegewandt und sehr interessiert du ich arbeite ich arbeite ich arbeite ich arbeite als einziger Deutscher nein nein ich bin aber finanziell unabhängig und mein Beitrag ist einfach dass ich euch finanziell unterstütze dass ihr mehr ich versuche so oft wie möglich beleiten und Geschenke zu schicken und so dass ihr mehr exposed werdet quasi dass mehr Leute in den Stream kommen und alles und das mal eine andere Narrative hören als diese verdammten antisemitischen Scheiß ja ich soll ich soll dir auch von Anna nochmal ausrichten dass sie sich bedankt ihre Kommentare kommen nicht durch aber sie weiß das sehr zu schätzen ach ehrlich oh Anna durch dich durch Anna habe ich dich doch kennengelernt liebe Diana ich habe bei Anna du warst oft bei ihr oben die kenne ich auch so seit einer Woche oder so ach ihr seid ich werde auf jeden Fall versuchen euch von unten her zu unterstützen ich bin jetzt noch rausgekommen weil wer war dieser Typ das ist auch nicht ich finde das nicht normal dass der kein Wort Deutsch spricht der ist wahrscheinlich auch hier in Deutschland und der wurde wahrscheinlich hier aufgenommen versteht ihr der ist wahrscheinlich ein Flüchtling und der ist irgendwo in einem Donnel oder so und hat sein WLAN genutzt um gegen in einen jüdischen oder nicht in einen pro Israeli Stream zu kommen um gegen Israel zu stehen was soll dieser Scheiß das kackt nein ich muss mich auf jeden Fall als Nichtjüden auch auf jeden Fall ich muss auf jeden Fall was machen ich habe auch mal gehoogelt und dann ich bin sehr sehr oft unterwegs auch in offiziellen jüdischen Webseiten auch bei Synagogen und so und dann habe ich mal bei einer Synagoge gesehen weil was mich auch sehr darf ich das noch sagen ganz kurz dann gehe ich auch runter nein nein du musst nicht hier runtergehen ist alles in Ordnung nein nein das ist schon was das ist lieber Björn ganz kurz weißt du was mich so sehr aufregt als Nichtjüden hier in Deutschland wenn ich diese ich bin echt die ganze Zeit ich habe auch heute da habe ich auch diesen Dino la le irgendwas der ist auch immer bei der immer wenn die Anna online ist ist der auch immer online oben aber der hat so einen Akzent irgendwie Italienischen der spricht so viele Sprachen ich glaube auch Spanisch man kann sein Akzent also ich ich sage mal ich kann Dino aber der spricht mehr Sprachen das kann ich erkennen und ich muss sagen liebe wie soll ich das erklären ich war auf jeden Fall ich verfolge sehr viele jüdische auch in ganz auch im englischen Sprachraum ich habe euch erst vor ich habe die Anna erst vor eineinhalb ich weiß nicht die kann wenn die hier im live ist kann die vielleicht auch ich bin erst seit einer Woche oder so bei Anna noch nicht mal einer Woche vielleicht heute ist Samstag Sonntag vielleicht noch nicht mal seit einer Woche aber ich bin so froh dass ihr pro Israel seid und ich werde euch auf jeden Fall zumindest finanziell unterstützen und auch durch Likes weil ihr habt natürlich die Kenntnisse und ihr könnt das viel eher rüberbringen aber ich habe also das wollte ich noch sagen das wollte ich euch fragen als Supporter der israelischen Community quasi oder der Juden weil ich habe gegoogelt weil ich habe gesagt nee ich muss jetzt auf jeden Fall mich auch bekennen seit dem 7. Oktober und dann war ich auf mehreren jüdischen Seiten weil ich habe auch in England wenn man in England schaut wie die wie die demonstriert wenn man hier in Deutschland ist das so spärlich wirklich wenn man die pro-jüdische Community da sind so 50, 100 sagen wir mal 150 sagen wir mal 200 Leute oder sagen wir mal 500 das sind niemals 500 Leute aber sagen wir mal 500 Leute das sind immer so 100 Leute 50 Leute was stimmt mit uns nicht weil seit dem 11. Oktober verfolge ich sehr viele auch Ex-Muslime und die sind auch immer die Ex-Muslime sind auch wie du lieber Kinia Kinia die sind immer pro Israel aber was stimmt mit uns hier in Deutschland nicht warum es ist wichtig dass wir die dass wir die nicht im Stich lassen dass wir die nicht allein lassen weil immer wenn die allein auf die Straße gehen dann guck mal die beschweren sich auf hohem Niveau quasi und diese ganzen antisemitischen die machen das jetzt nicht nein aber wir müssen uns lieber Kinia wir müssen uns organisieren dass wir also du bist Verzeihung ich möchte dir gar nicht so nahe treten aber durch dein Bild weiß erkenne ich dass du jemand mit Migration und wir mit Migration wenn ich bei so einer Demo dabei stehe bedeutet das auch etwas weil die Juden stehen einfach alleine da hier in Deutschland und das darf einfach nicht sein das darf einfach nicht sein und es ist auch so wie ich das jetzt mittlerweile online mitkriege gibt es auch sehr sehr viele Deutsche die nicht Juden sind aber warum ich frage mich warum stehen wir den Juden nicht bei hier in Deutschland warum ich weiß dass das sehr viel ich weiß dass das was das zu bedeuten hat dass da wird es im persönlichen Leben weil ich bin natürlich jemand Migrationshintergrund und ich werde sehr viele Anfeindungen kriegen in meinem für mich persönlich das wird Konsequenzen haben aber seit dem 7. Oktober ich muss euch ganz ehrlich sagen ich will da muss ich möchte mich gleich natürlich ist das keine Gleichstellung weil ich möchte das nicht natürlich werden die Juden trotzdem Anfeindungen erhalten aber es ist wichtig dass alle hier die Anna hat auch immer so viele im Chat die nicht Juden sind auch Christen und Atheisten aber warum können wir das hier in Deutschland die Judische Community oder der Zentralrat der Juden oder warum verfolgen die diese Livestreams nicht warum 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 gibt es kein Reach Out und lieber Kinian ich werde mich ab jetzt an dich und Anna wenden wir müssen das irgendwie organisieren es ist wichtig auch ihr wisst ja diese Propaganda nicht ich möchte dieses Wort gar nicht benutzen aber diese medien wirksame weißt du dass auch dann andere folgen auch weil weißt du was ich meine ja da kannst du das einzige was du machen kannst ist einfach dass du unterstützt dass du einfach dabei bist dass du aber wie denn wie jemand wie ich kannst du mir das sagen wie ich das machen kann als jemand der nicht jüdisch ist und der so sehr die Schnauze voll hat bin ich doch auch nicht bin ich doch auch nicht weißt du ich habe heute sogar den ganzen ich habe heute ein da habe ich doch auch die ich habe heute einen Account entdeckt dann habe ich mal so durch wie sagt man denn durchgescrollt und das waren so wie das war so eine israelische Seite weil ich folge mittlerweile nur noch israelische Seiten und da waren Videos von Überleben das war ja ein Massaker aber so sehr barbarisch nicht das war so unmenschlich und so monströs und so barbarisch und dann wenn die überleben warum zeigen wir das nicht Tag und Nacht hier in Deutschland warum wenn unsere Politiker sprechen die ganzen Tag darüber Tag und Nacht ja aber warum denn diese warum werden nur Videos von diesem das ist natürlich ich bin ich bin möchte menschlich bleiben das ist natürlich auch ich möchte ich finde ich bin ja auch gut ich möchte auch nicht das kann man natürlich auch sagen die Opfer auf der anderen Seite aber gleichzeitig muss man auch sagen dass das ein Verteidigungskrieg ist ich wurde aus einer Seite geschmissen ich habe das ist aber ein Verteidigungskrieg und ich wurde so sehr verteufelt und ich wurde so sehr beleidigt und aber mittlerweile ist mir das egal weil ich muss dahin weil das muss auch jeder Jude erfahren und mittlerweile ist mir das egal das ist wichtig dass wir uns solidarisieren und klar die überwiegende da überwiegend wird werden andere andere Videos gezeigt von Opfern von Bombardements das verstehe ich natürlich auch und ich möchte dass ich ich bin so dass ich niemals argumentiere aber ja was denn ja gut aber ich bin nicht so dass ich so argumentiere sondern immer nur von meinem Standpunkt aus weißt du dass ich da weil die auf der anderen Seite ist das ja anders auf der anderen Seite ist das ja so dass die immer gegen Israel oder Juden die behaupten natürlich immer dass es kein Antisemitismus ist sondern nur Antisienismus und das man auch mal einfach ich ihr könnt das vielleicht besser dass das kein Antisienismus ist also das ist ja wohl so ein Gitz ja weil ich verfolge natürlich auch weil mich interessiert auch wie junge Juden hier Teenager ne es gibt 16 jährige 17 wie gesagt ich bin 40 aber es muss ehrlich zugeben ich folge auch 23 so die sind so Teenager nicht die sind so 18 19 17 und auch Studenten also sie sind schon unter einer hat unter einer Handvoll aber die berichten über ihre Erfahrungen nicht in den Unis und überhaupt in der Schule in der Sekundarstufe bist du die war in der Jungschule jede einzelne von denen Verzeihung ich möchte gar nicht sagen behauptet weil das ist so negativ angehaftet aber es sagt dass die ihr Judentum einfach immer versteckt haben müssen ja und jetzt sind die einfach in einem Alter wo die 17 16 18 19 jetzt zum ersten Mal stehen die dazu dass sie Juden sind was ist das für ein Armutszeugnis für mich und für dich ich spreche dich mal an lieber als Exmuslim also als nicht Juden was ist das ein Armutszeugnis für uns nicht Juden dass hier in Deutschland Juden das versteckt müssen was ist das für ein Armutszeugnis dass ich habe so viele Dokus seit Jahrzehnten und Reportagen über Juden auch in Skandinavien in England in ganz über ganz Europa Osteuropa aber auch sehr viele in Deutschland die sich überschaut und die berichten jedes Mal darüber dass die nicht dass die das verbergen müssen dass sie richten dass die Juden sind und das ist das ist also das ist ein Armutszeugnis für mich und dich für alle für alle nicht Juden für dich und mich lieber ich für alle nicht für alle Christen ist das ein Armutszeugnis hier in Deutschland oder in ganz Europa für alle Christen für alle Atheisten für alle was auch ja gut die gewisse Gruppe möchte ich gar nicht ansprechen weil das ist ein Spezialfall aber nein wir müssen auf jeden Fall was ändern liebe Leute und ich folge euch weil ich dazu lernen möchte ich bin neu ich weiß nicht was ihr ihr konfrontiert natürlich das ist nicht so meine Stärke weil ihr könnt auch so entgegen argumentieren quasi nicht und ich bin aber vom Wesen her nicht so dass ich so diese Konfrontation so nein ich möchte lieber für etwas einstehen ich muss lieber ich möchte lieber ich werde ja aber du hast zumindest Anna sehr beeindruckt und Ach ehrlich ich habe jetzt gar nicht mitgelebt ist die Anna noch hier ist sie nicht sie ist sie ist sie ist sie ist sie und ich möchte gar nicht sagen woher und so weil das macht nichts deine Hauptfrage ist völlig unbedeutend ja weil manche fragen wie alt bist du woher kommst du wo lebst du und so nein weil du hast sogar in diesem Stream gesagt dass die Leute zu Hause besucht haben und all das ganz genau also ich bin so ein softe Person und so sind sie ich könnte das gar nicht verkraften und so ihr seid wirklich sehr sehr stark und deswegen werde ich euch immer finanziell unterstützen aber das ist für mich das ist erst der Anfang das ist für mich nicht genug wir müssen mehr werden und ich wünsche mir dass die jüdischen ich wünsche mir auch dass die die erst mal möchte ich dir danken dass du mich so sehr aussprechen lässt ich muss mich erst mal auskotzen nein 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 ich finde auch dass aber gleichzeitig verstehe ich das ist auch kein Vorwurf das ist nie niemals ein weil ich würde niemals der jüdischen niemals nie niemals noch mal möchte ich noch niemals der jüdischen community einen Vorwurf machen weil sie müssen sich immer schützen die müssen ihre Kindergärten schützen das ist wieder ein dass die dass die ihre Kindergärten und schulen und schulen und jüdische Sekundarschulen und Studenten und über jüdische Restaurants es muss alles einfach geschützt werden vom Staat und das ist so ein Armutszeugnis für uns alle nicht für uns alle nicht Juden ja wir müssen uns in Grund und Boden schieben und ich ich weiß und ich bin ein ich weiß dass menschen Menschen libertieren das muss sie jetzt decoden menschen von einer bestimmten Gruppierung die sagen natürlich immer die mögen das natürlich immer auf eine Seite schieben und die nutzt also ich bin als nicht Juden hier in Deutschland aufgewachsen ich bin als Flüchtlingskind mit vier Jahren hierhin gekommen und ich möchte dir sagen dass ich als ähm könnt ihr mich eigentlich gut hören ja wir hören dich sehr gut ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen ja aber aus irgendeinem Grund das kann ich dir nicht erklären dann habe ich mich immer schon zu dem seit meiner Kindheit zu dem niedlichen Volk hinzu ich weiß es nicht seit ich das erste Mal und dann habe ich mich irgendwann getraut als Teenager das mal anzusprechen in meiner christlichen Familie und das das hat meine Eltern so erschüttert mein Vater der war so ich sag mal auf englisch ja das war so schlimm für ihn dass ich nicht an Jesus Christus glaube aber ich hab ihm gesagt aber das wahre aber das steht doch da das steht doch da ich weiß vielleicht sind einige unter euch Atheisten oder so aber für mich ist das weil ich christlich in einem christlichen Haushalt aufgezogen wurde war für mich immer die Wahrheit das alte Testament weil sie konnten auch niemals erklären warum das neue Testament ich hatte tausende Fragen über das neue Testament das wurde niemals erklärt deswegen war ich seit meiner Kindheit immer eher dem Judentum hingezogen und ich hab mit 17 habe ich mich das erste Mal getraut das auszusprechen weil Kian du hast wahrscheinlich auch ein Migrationshintergrund und in unseren Familien äh wow ich kann mir gar nicht vorstellen dass ich so dass du mir so viel Zeit gibst dass ich hier so viel Wie ist los? Meine Plattform ist für Menschen für dich Wow danke sehr aber ich hab dann zum ersten Mal ähm aber du kannst du weißt ja du hast ja auch ein Migrationshintergrund oder? Na klar Weißt du ja dass wir anders erzogen werden nicht das ist sehr sehr autoritär seit der Kindheit weil da wird gesagt wir sind Christen und dann wenn du Christen bist du bist Also wir sind Orthodoxe wir sind Katholiken oder wir sind oder was auch immer wir sind das und wenn man Moslem ist ist ja wir sind Sunniten wir sind Schieden Das wird alles einfach und da gibt's das fängt schon bei der Familie an dass man sehr sehr dass es alles immer sehr autoritär ist keine Kritik erlaubt ist keine Diskussion keine Fragen weil Fragen werden auch sehr kritisch und als Angriff immer das wird nie nie niemals erlaubt und gestattet Das ist nicht gewollt diese Kritik diese Hinterfragung weil bei uns regelmäßig sind Mein Vater ist ein ältester gewesen in der Gemeinde und da sind immer Priester gekommen und wenn ich Fragen gestellt habe ja aber dieser Jesus war wie da 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 Und dann der hat mich da die waren immer feindlich guck mal was für Menschen das sind guck mal was für Kulturen das sind Ein Kind stellt einfach nur unschuldige Fragen und man wird direkt feindlich angesehen von diesem weil ein deutscher Priester würde das nicht so sehen Aber okay das habe ich nämlich erfahren aber das geht auch das kann man das geht hoch bis in die Gesellschaft in diesen Entwicklungsländern Das geht hoch das geht dann auch nicht nur in dem eigenen Elternhaus fängt das an Autoritäten nicht hinterfragen Dogmen nicht hinterfragen Und dann geht es hoch in die Regierung wenn das eine Diktatur ist Hier leben so viele aus meinem Land die vor Krieg flüchten und die fliegen hier nach Deutschland und Europa und Amerika Australien Kanada Die fliehen hier hin die machen sich schön gemütlich in den Sozialsystemen im Westen und supporten von den Sozialsystemen heraus die Diktatoren Das sind die Diktatoren Anhänger Ich muss leider zugeben ich komme aus einer Familie ich bin natürlich das schwarze Schaf und ich habe keinen Kontakt mehr mit meiner Familie leider Gottes Weil ich das nicht weil ich das immer wieder kritisiert habe seit ich Teenager bin dadurch dass ich hier in Deutschland aufgefangen aufgewachsen bin Das ist sehr sehr schwierig und manchmal finde ich darf ich das auch sagen manchmal finde ich auch eure Kritik sehr sehr hart von dir oder von Anna Oder ich finde ich verstehe was ihr versucht zu machen aber manchmal ist es besser diese Person weil immer wenn man ausbricht bedeutet das auch immer Abbruch mit der Familie versteht ihr Das ist sehr sehr schwierig aber trotzdem ist eure Arbeit wichtig das ist halt so schwierig schwierig Ja danke dir Veni dass du das gesagt hast und dass du uns Einblick gegeben hast so mal in deine Gedankenwelt bezüglich des ganzen Konflikts und warum du bei uns dabei bist Ich finde es mal gut wenn wir von unseren Zuschauern mit denen wir eigentlich wenig interagieren dann mal so Standpunkte hören was sie eigentlich denken über unsere Aufklärungsarbeit Wir tun das weil es getan werden muss aber wenn wir dann auch diesen Effekt haben dass wir Leute mitziehen und dass wir dann Freundschaften bilden finde ich klasse Das ist sehr sehr wichtig die Arbeit deswegen mittlerweile ist auch das meine absolute Nummer 1 Deswegen auch wenn ich die Außenpolitik der USA kritisiere trotzdem ist USA Nummer 1 Verteidiger oder was heißt Friends wie die das nennen in Anführungsstrichen der Israelis Deswegen bin ich auch für die Konservativen in den USA Auf jeden Fall Nee das ist absolut wichtig weil es ist weltweit einfach ein Anstieg des Antisemitismus und mein Leben seit ich Kind bin war ich dagegen und nie wieder diese ganzen Parolen die anscheinend gar nichts bedeuten Weil das haben wir hier in Deutschland immer wieder gehört und schau dir die ganzen Universitäten schau dir die ganzen Demos an Jedes Wochenende schau dir die ganzen Demos an und da sind Deutsche Es wäre etwas anderes wenn das nur Migranten wären aus gewissen Ländern Ich will das gar nicht aussprechen aber es sind ja Deutsche und alle möglichen dabei Und in Amerika sind es sogar da sind ganz viele auch Afroamerikaner und was soll das in Amerika überall und wir wissen wir leben in einer Zeit wo die Politiker einfach sich auch beeinflussen lassen durch diese öffentlichen Narrativen Wer am lautesten schreit quasi Ja Wer am lautesten schreit der kriegt die ganze Aufmerksamkeit und dahin müssen wir uns richten Wir haben die ganze Macht in den Das sind Team in den 20-Jährigen 19-Jährigen Die haben noch niemals auf nur eine Rechnung gezahlt Die stehen noch nicht mal mit beiden Füßen im Leben Aber nein wir müssen die verfolgen Und wir müssen die Was soll das Und deswegen mag ich diese Republikaner mittlerweile in Amerika Ach Gott obwohl die auch ganz viele andere Sachen Aber das ist momentan meine Nummer 1 Priorität weil wir dürfen das nicht zulassen Nie wieder ist jetzt dieser Slogan Richtig Das ist tatsächlich der einzige Slogan der nicht nur ein Slogan ist Nie wieder ist jetzt das ist tatsächlich die Wahrheit Wir müssen uns alle atmen gehen und ich bin gar nicht ein Mensch der Ich hab mich noch nie politisch aber ich Das ist erst der Anfang dass ich jetzt im Hintergrund quasi nur finanziell euch unterschüsse Aber ich muss auf jeden Fall auch mal Ich werde auf jeden Fall das letzte Mal als ich begoogelt habe Ich bin immer regelmäßig auf Websites von jüdischen Synologen Die haben dann die Berichten dann und Einmal gab es eine Demo und ich habe mich aber nicht getraut dahin zu gehen Weil das war Weil das war Weil ich wieder dann habe ich gedacht auch wollen die das überhaupt Und soll ich da überhaupt hin und so und aber Weiß ich nicht Ich verstehe das auch von denen wird das ja niemals kommen Ja Deswegen würde ich einfach mal Ich weiß nicht ich würde mal gerne von auch von diesen 16 17 jährigen Von diesen Teenagern Es kommt einfach niemals von der anderen Seite Aber eigentlich müssen wir ihnen beistehen Weil diese ganzen Berichte Und das werden wir auch wenig Wir werden das Wir werden eine große Familie Wir wachsen und wachsen und wachsen und wachsen Und dadurch werden wir stärker Wir müssen uns einfach nur verbrüdern und verschwestern Und zusammenhalten Das ist alles was wir machen müssen Ja aber wir müssen auch präsent sein In Deutschland Guck mal Hast du das mehrmals geschaut jetzt In den letzten Monaten gab es mehrmals In Großbritann in Europa jetzt Es gab einmal mal in Argentinien oder Brasilien eine Demo Da waren wirklich über 500.000 Mindestens eine Million oder so Und in Europa ist es halt Was ich beobachte in England Da sind so mehrere zigtausend auch Nichtjuden Und warum schaffen wir das nicht in Deutschland Wo der Holbeguss stattgefunden hat Was soll das Warum können wir Es ist wichtig dass wir Das ist wichtig dass so Menschen wie du und ich dahin gehen Weil das immer so abgetan wird Weißt du wenn das nur Juden sind Ah guck mal jetzt beschweren Das ist wichtig dass das 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 Menschen die nicht jüdisch sind an diesen Demos teilnehmen hier in Deutschland Und es ist wichtig dass auch dunkelhäutige und auch dass das deutsche die nicht juden das deutsche das osteuropäer das westeuropäer das Weini Irgendwo aus Asien und irgendwo aus Afrika Das ist wichtig dass wir alle erreichen dass wir sagen Genau Und wir müssen Ich hab drei neue Gäste Weini Okay ich geh runter ich geh runter ich geh runter Oh nein du musst nicht runter gehen Ich muss nur halt Ich geh runter Ich geh runter Bitte 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 Ich hab sowieso nichts zu Es ist eure Arbeit Ihr macht so eine wichtige Arbeit lieber Kieran Vielen Dank dann nehme ich jetzt mal die Mental Gate Vielen Dank Randy Du bist die Beste Danke dir Nein du bist die Beste Kannst du mich rauskippen Ja ich Gut Oder Ja ich sag auf Wiedersehen Ja alles Gute Tschüssi Ciao Ciao Okay Mental Gate bitte Schalom guten Abend erst mal guten Morgen Ja hallo Ja meine letzten Infos grad vielleicht ich weiß nicht wie weit ihr da nochmal Infos bekommen habt Ich hab jetzt grad wirklich neue Infos bekommen aus Bosnien, Sarajevo Da sind die Damen und Herren ganz groß im Einkauf von Land und Haus und ja die versuchen ihr Islam da richtig neu zu etablieren Das bedeutet viele viele aus ja reichen Staaten kaufen sich dort ein und ja ich weiß nicht welche Infos ihr aktuell habt Also du meinst die Golf Araber zum Beispiel Die Golf Araber richtig Kaufen sich überall ein also die Golf Araber besitzen England fast jedes Fußballstadion jede Fußballmannschaft in England gehört mittlerweile den Golfstaaten Katar ist ein großer Finanzier für Fußball Richtig richtig Die Saudis kaufen ganze Stadtbezirke in London auf Nur wie gesagt es geht jetzt nicht um Fußball mehr oder weniger sondern es geht um ihre Ideologie wo sie jetzt verbreiten Ja das ist besonders Katar Ja und das ist ganz ganz gefährlich aktuell also in die Bevölkerung selbst wo jetzt grad in Sarajevo ist zum Beispiel im Umkreis auch Ja die haben sich zwar daran gewöhnt ja allerdings fordern sie jetzt auch ja ihren islamischen Staat dort ein Okay Und das wird langsam gefährlich ich weiß nicht was ihr da noch Infos habt eventuell Also ich habe noch ich habe nicht wirklich Updates dazu deswegen muss ich passen ich müsste mich etwas durchlesen recherchieren und dann könnte ich erst dir Feedback geben also ich kann da jetzt erstmal bedauerlicherweise nicht viel dazu sagen Ja und ja und dann schauen wir mal weiter Wie gesagt letzten Infos sind es nur gewesen wie gesagt dass sie da ja es ist schon fast die halbe Stadt aufgekauft haben und fordern auch den Niqab und Hicab an dass sie das dann aktiv tragen die Damen und Herren Ja also ich weiß dass die Saudis unheimlich involviert sind auf dem Balkan und die bauen da sehr viele Moscheen und wiederbeleben auch den Islam in Bosnien Richtig 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 allerdings nicht diesen moderaten Islam der Ewigkeiten eigentlich dort beherrscht oder geherrscht hatte sondern sie tun auch ihre Rogers austauschen Richtig die die gehen uns das ist nach Saudi-Arabien so wie Pierre Vogel zum Beispiel der hat auch das ist übel abgeschlossen ja Genau das ist übel Ja dann ähm Mental Gate ich werde mal mich ein bisschen mehr damit beschäftigen und dann wenn du vielleicht mal wieder da bist dann schauen wir uns das alles mal an und dann gucken wir mal weiter Ich würde gerne den Simba Moon jetzt der Arme hat auch lange gewartet und dann nehme ich ähm Fred Feuerbach oder wie heißt es dann Alles gut das ging jetzt nur als Info ne? Vielen Dank das war sehr nett das ist ein guter Anreiz für mich nochmal da rein zu schauen Wie gesagt es geht nur darum nicht dass wir da ein Problem kriegen dass die aus dem mittleren Europa an uns dran gehen ne? Ja absolut absolut und das direkt vor der europäischen Haustür Danke euch ne? Vielen Dank Es ist natürlich wir sehen es ja es ist natürlich erschreckend da kommen Europäer, Deutsche und merken dass irgendetwas vor unserer Haustür stattfindet dass sich irgendein Szenario vor unserer Tür abspielt ja die bauen langsam wieder Enklaven um Europa und stärken den Islam wieder dort damit es dann von dort aus nach Europa geht ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei ja Ja Simba Moon grüß dich mein bester Ja guten Abend alles gut ich habe gern gewartet einfach weil ich Waini gern zugehört habe Schön dass du mal da bist schön Ja ich habe in letzter Zeit nicht so viel Zeit aber heute habe ich Zeit ja ich habe Waini einfach sehr gerne zugehört sie einfach Fakten geredet das was viele von uns denken das glaube ich auch viele in Deutschland denken Und ja das Problem ist halt einfach warum ich auch einfach hinter Israel stehe auch als Nicht-Jude weil ich einfach sehe wie die Welt diesen einzigsten jüdischen Staat diesen winzigen jüdischen Staat von der Größe Hessens behandelt unfair behandelt Und wie ich selbst lange Zeit extrem gegen Israel war weil ich einfach all diese Lügen und Propaganda gegenüber Israel geglaubt habe weil die Welt hat einfach extrem gegen diesen jüdischen Staat Israel wird für alles verantwortlich gemacht jetzt im Nord-Ost-Konflikt Ich merke es einfach die ganze Menschheit oder viele Menschen werden einfach emotional erpresst von der Hamas von den Pro-Palästinensern auch wenn die Pro-Palästinensern nicht Pro-Palästina sind sondern einfach nur Anti-Israel Die jucken die Palästinensern ja will ich jetzt nicht sagen weil sonst hätte ich bestimmt wieder gesperrt aber die jucken die Palästinensern nicht nur gegen Israel Die Menschheit hasst halt einfach Israel warum auch immer weil es wahrscheinlich der einzigste jüdische Staat ist es wird wieder Propaganda verbreitet wenn in den Inkubadoren im Krankenhaus immer in Gaza Kinder ersticken weil es keine Benzin mehr gibt wird Israel verantwortlich gemacht obwohl die Hamas 100.000 Liter Treibstoff gespeichert hat wenn die Menschen in Gaza verhungern Obwohl Israel Tonnen an Lebensmittel liefert weil die Hamas und irgendwelche arabischen Clans in Gaza Lebensmittel stehlen wird Israel verantwortlich gemacht wenn Israel hier einen Krieg führt mit wirklich der weltweit besten Quote von zivilen Opfern zu Hamas Terroristen zu militärischen Opfern wirklich Israel ist das Land das am allermeisten macht um zivile Opfer zu verhindern Ja es ist Krieg man kann nicht verhindern dass Zivilisten sterben aber Israel ist wirklich das Land das dafür sorgt dass am allerwenigsten Zivilisten sterben hier in der Schlacht von Mosul um diese Stadt vom islamischen Staat zu befreien da sind viel mehr Zivilisten gestorben im Verhältnis zu IS-Terroristen als in Gaza Ja absolut Zivilisten absolut ich mag ja deine faktenbasierten Gedanken sehr und deine Auslegungen sind immer extrem hilfreich und ja so weil wenn man mit Argumente arbeitet dann gewinnt man und unsere Gegner sind häufig nicht in der Lage ein paar vernünftige Gedanken vernünftig in geordnete Bahnen zusammenzubringen Und das ist das ist grandios also vielen Dank für deinen Feedback daher und ja ich nehme jetzt mal den Fred Feuerbach Ja jetzt hast du mich reingeholt genau Fred Feuerstein Fred Feuerstein ja das hat so einen kleinen Anklang was ich früher immer gerne gemocht habe Ja vielen Dank zivilisierte Geräte Ja in den 70er Jahren war das 70er, 80er Jahren vielleicht kennst du das noch aus dem Grund Also nochmal also ich war schon mal auf eurem Stream das war bei der Anna Odessa und da habe ich dich absolut gelobt weil ich bin so ein sogenannter Bio-Deutscher Ja und ja ich finde das einfach faszinierend was du machst und einfach cool und ich muss auch einfach mal sagen ich hatte da auch in diesem Stream erzählt dass mein Sohn vor einigen Jahren konvertiert ist Ja Zum Islam und da hast du ja mir eigentlich Fakten gegeben Ah ok Die ja ja echt Fakten gegeben die meinen Sohn nachher auch dann überzeugt haben hoffe ich auf jeden Fall die da sag ich mal wieder zu dieser Pause gebracht habe aber das ist nicht das einzigste was ich sagen wollte was auch war die ganzen Dialoge oder zum Beispiel diese Diskussionen die du halt in deinen Streams bei YouTube oder bei Twitter oder wo auch immer wo ich dich verfolge oder jetzt auch bei TikTok ich hab dich jetzt gerade bei TikTok gesehen weil ich dich ja auch habe Ich finde es einfach ja du triffst einfach den Punkt ja du triffst einfach deine Argumente und das was du sagst das überzeugt also mich auf jeden Fall ich weiß nicht wie es für andere ist und ich schäme mich eigentlich für Deutschland eigentlich dass man solche Demonstrationen hier in Deutschland zulässt ja Ja so antisemitische und judenhassende Demonstrationen ich begreif das nicht also sorry ich verstehe ja ich auch nicht völlig grotesk Ja absolut und dann denke ich mir gerade der Vorredner von mir ich habe den Namen jetzt vergessen ich habe nicht drauf geachtet der hat eigentlich genau das gesagt was ich eigentlich auch sagen wollte es ist so traurig weil ich bin jetzt ein paar Jahre noch älter als du ich weiß wie alt du jetzt bist 72er ich bin 64er Ja stimmt ja 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 okay aber wir sind so generationsmäßig weit auseinander und ich schäme mich ehrlich für das was ich in der Schule gelernt habe was ich mitbekommen habe und was ich auch gehört habe in den ganzen Jahren dass das was hier passiert ist dass das den heutigen Politikern in dieser Ampelregierung Ja ja dass denen das nicht bewusst ist was hier auf diesen Straßen los ist ja und äh da schämt man also ich schämme mich dafür ja ich weiß nicht wie das für andere ist ja ich denke mal einfach ja ich denke einfach mal guck mal schau dir mal einfach dieses Bild an es traut sich kein Jude offen hier äh durch die Straßen zu gehen ja also mit einer Kippa auf dem Kopf also das ist unglaublich unglaublich und deswegen finde ich eure Arbeit so wertvoll dass ihr den Leuten ihr müsst noch noch mehr Leute erreichen und äh damit das wirklich äh dass die Leute wach werden ja also das ist echt das ich ich schäme mich für Deutschland also ich schäme mich für Deutschland dass das hier nicht sage ich mal offen diskutiert wird und auch in den Medien gerade in den sogenannten Leitmedien oder diesen Mainstream Medien dass das nicht mehr da äh ja offen ja diskutiert wird ja ja das ist ein guter Punkt ich meine wenn unsere Politiker ähm mal die Gesellschaft teilen müssten mit den Menschen mit denen wir die Gesellschaft teilen müssen dann würde dann würden sie sehr schnell in der Migrationspolitik umschwenken das Problem ist sie leben in ihren sie leben in ihren Willenvierteln werden abgeschirmt ähm werden sie werden mit der Limousine zum Einkaufen gefahren oder kriegen diese Einkäufe sogar erledigt ähm sie kriegen von der Welt da draußen überhaupt nichts mehr mit ähm und deswegen sind sie völlig vom Alltag abgeschnitten und sie sehen nicht wie sich die Städte transformieren in Shitholes in dritte Welt und ähm langsam zu einem ja sich arabisieren und islamisieren und das sehen sie alles nicht und deswegen verstehen sie uns nicht ne ja das ist ja das was du jetzt das ist ja genau das was ich auch denke ne aber äh ich meine okay die 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 schicken ihre Kinder in Elite Schulen ja das weiß man auch selber ja das sieht man ja beziehungsweise ist nichts anderes sagen die leben in ihren äh sage ich mal abgeschirmten äh und und gut bewachten äh wilden Gegenden wie du sagst ne die sind von 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 böse ganz weit entfernt ja das ist ganz klar ja nein aber nochmal Kian also ich bin traurig ich bin traurig darüber dass Leute mit Migranten Hintergrund ja und hier dieses Land mehr lieben mehr für dieses Land tun äh äh als der Deutsche selber weil der Deutsche äh echt die degeneriert ist ich sehe das selber an meinen Söhne ja ich habe zwei Söhne habe ich dir einer ne der aber die Pause gemacht hat und der andere wenn ich dann Diskussionen mit ihm führe und versuche nun wie aus meiner Vergangenheit zu erzählen ja dann äh ich finde der ist so indoktriniert von dem was in den Medien äh äh stattfindet dass ich den gar nicht erreiche und 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 mit einer ja mit einer gewissen Wut die in mir äh steckt so ne dass ich dann dass er dann auch merkt halt ne ne Vater ne übertreib jetzt nicht naja das höre ich hunderttausendmal das haben mir so viele Eltern berichtet aber das liegt daran dass ähm ich hab mal eine äh bei Charlie Kirk ist ein amerikanischer Konservativer der fährt durchs ganze Land und macht genau das was Anna und ich so im Kleinformat machen wir klären auf aber er klärt richtig auf vor tausend Menschen in einer Universität im Hörsaal und dann kommen manchmal Migranten die sind ein paar Jahre in die in der USA und die kommen aus diversen Gegenden Südamerika oder aus der oder aus islamischen Ländern die sagen ihnen immer wieder ich verstehe die Amerikaner nicht die sich jetzt hinter den Palästinensern stellen und linke Positionen vertreten ich komme aus einem kommunistischen Land ich komme aus einem islamischen Land und ich bin dankbar dass ich hier eben in der USA sein kann und meine Freiheit genießen kann die ich sonst nicht so genießen kann und ähm unsere Kinder sind teilweise sehr verwöhnt sie sitzen zu so sehr in Watte eingepackt dass sie keine keine Schmerzen abbekommen wie es Menschen da draußen geht die aus Diktaturen kommen ja und ähm ich erinnere mich an meinen Vater als mein Vater in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen ist ähm hat er gestaunt über dieses Land und er hat immer gut gesprochen von von den Deutschen er war ein Schwärmer er hat gesagt was wie was für eine Disziplin hier was für eine Ordnung was für eine Sauberkeit er ist in einem in den 60er Jahren gekommen und da war Deutschland ein völlig anders ja und ähm er hat diese Haltung nie aufgegeben ja ich meine meine mein Vater lebt jetzt nicht mehr aber bis zu seinem Tod hat er hat er seine Haltung nicht aufgegeben wenn mein Vater heute sehen würde was aus Deutschland wird mein Vater hat in einem Großunternehmen gearbeitet weißt du was aus diesem Großunternehmen heute geworden ist ein Asylheim mein Vater hat da über 40 Jahre gearbeitet als Ingenieur dann sage ich dir auch mein Vater würde es wäre heute 93 Jahre alt ja er hat eine große Familie großgezogen also eine Familie mit vielen Kindern großgezogen ja ja was ist ja was das heute nicht mehr gibt aber der würde sich auch also das würde er nicht mehr wieder erkennen eins muss ich dir aber trotzdem noch sagen deswegen dann gehe ich aber auch wieder raus ja also ich sage ganz ehrlich das ist kein Schleim kein Schleim oder nein bitte Kian nein Kian also wirklich ich hoffe man wird sich irgendwann mal sehen und ich kann dir die die Hand schütteln weil ich bin ich bin ich bin wirklich in allen sage ich mal sozialen Medien wo du vertreten bist und wo du deine Kommentare und deine Meinungen sage ich mal preisgibst und offen sage ich mal kundtust die lese ich mir und dann denke ich mir einfach nur meine Güte der Junge der trifft wirklich wirklich den Punkt ja und ich bin echt und ich bin echt gar nicht gar nicht gar nicht erleichtert weil ich bin eigentlich für mich für manch einen hier in Deutschland der seinen Arsch mich hochkriegt ja und und äh 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 Cool-up von dir also wirklich kein absoluter Hammer und wenn ich ganz auch immer lieber nochmal aber nochmal kier deine Argumente deine äh 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 Streams die ich gesehen habe die habe ich dann genutzt um meinen Sohn davon zu überzeugen dass er doch vielleicht auf dem falschen Weg ist. Und die haben ihn dann auch davon überzeugt. Ja, recht herzlichen Dank, mein Lieber. Also ich danke dir recht herzlich, wirklich. Nicht zu danken und ja, alles, alles Gute und bleib gesund und auch alle Leute, die hier in diesem Stream sind, und habt viel Erfolg und ich unterstütze dich auf jeden Fall. Vielen Dank, mein Bester. Recht herzlichen Dank. Danke, danke. Und wünsche dir auch nochmal eine gute Nacht. Danke dir, danke, danke, danke. Ciao, ciao. Mach's gut. Mach's gut, ja. Ja, und Freunde, es ist jetzt bei mir, es ist jetzt halb zwei und ich werde jetzt den Stream beenden. Und ich danke allen, die heute da gewesen sind. Elisha, recht herzlichen Dank für deine Moderatoren-Tätigkeit und allen anderen, die jetzt hier als Moderatoren unterwegs gewesen sind. Der Anna, aber die Anna ist jetzt weg. Aber jedem anderen, auch meinen Gästen, Xeha, Andreas, Black Eagle, super Gesprächspartner, recht herzlichen Dank. Ich habe jetzt nochmal den Goa hier oben. Vielleicht können wir den Goa noch nehmen, ist denn der letzte. Und dann mache ich dann auch langsam Feierabend. Ja, Goa. Okay, also ich habe bloß eine Frage an dich, Kian. Warum gibt es eigentlich so viele Gläubige, die ans Märchenbuch, an die beiden Märchenbücher glauben? Weil zum Beispiel Adam und Eva sollen ja über 900 Jahre alt gewesen sein. Und in den Büchern steht so viel drin, was man mit rationalen Denken gleich wieder legen kann. Oder zum Beispiel gibt es ja, die Menschheit gibt es seit 2,5 Millionen Jahren. Und wenn es ein Paradies gäbe, müsste es ja total überfüllt sein. Ebenso die Hölle. Na ja, also schau mal, wenn man einmal anfängt, an etwas Übersinnliches zu glauben und man akzeptiert das Übersinnliche zum Beispiel, dann glaubt man alles, was einem gesagt wird. Dann werden die Türen zur Irrationalität einfach aufgestoßen. Wenn jemand sagt, Mohammed hat mit seinem Finger den Mond gespalten, was die Muslime ja glauben, ich meine, es ist ein Koran, wenn die Muslime das akzeptieren, dass er das getan hat, dann akzeptieren sie alles andere in Bezug auf übersinnliche Aktivitäten. Und das Gleiche gilt für jede Religion. Das gilt für Hindus, das gilt für Christen, das gilt für jede Art von Glaubenssystem, das mit diesen übersinnlichen Dingen arbeitet. Und wir haben offenbar immer noch so etwas wie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich hatte damals sehr viele theologische Diskussionen in diesem, auf diesem Feld, weil, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ohne Leute zu verletzen. Aber, ich muss mal mir kurz ein paar Gedanken machen. Ja, so viel ich auch weiß, ist ja die Hölle in der Erfindung von Dante, so ein Schriftsteller, ich glaube, 14. Jahrhundert. Genau, also, schau mal, ich weiß, dass es möglich ist, Übersinnliches und Götter und einen Gott zu finden. Die alten Griechen, die fanden Aphrodite, die alten Iraner fanden Ahuamasta, die Germanen fanden Odin, die Hindus heute fanden Vishnu und Brahma und viele andere Götter, die Muslime haben Allah und die Christen haben Jesus und Jehova. Götter oder Gott zu finden, ist nicht das Problem. Die Menschen sind so gut darin, dass sie sogar fiktive Götter finden können. Götter zu finden, die existieren, ist das eigentliche Problem. Es ist ein so großes Problem, dass niemals, jemals, oder niemand jemals nachweisen konnte, dass er einen Gott gefunden hat. Sie alle glauben, dass sie den richtigen Gott gefunden haben. Ja, aber ich verstehe das, ich verstehe nicht, wie das, also ich kenne viele Leute, die gläubig sind, ob Buddhismus oder Christentum, aber die sind ja auch intelligent, aber wie kann man gleichzeitig an sowas glauben? Also ich verstehe es nicht, als Atheist. Ja, also, weil, also ich würde sagen, die Frage ist, warum ist es schwer, die Existenz Gottes in Frage zu stellen? Weil durch solche Religionen fangen wir ja an, Dinge zu glauben, die wir sonst in der realen Welt gar nicht zu Gesicht bekommen. Also Dämonen, Geister, Engel und all diese Dinge, das alles sehen wir ja nicht in Wirklichkeit. Wir glauben immer nur, dass sie existieren. Im besten Fall tun wir so, als wenn wir sie fühlen. Das ist so, wie Kinder werden immer wieder Geschichten über Gott erzählt. Und in vielen Fällen sogar täglich. Und sie hören täglich angesehene Erwachsene, ihre Eltern, Autoritäten, Pfaffen, Priester, Rabbis, Mullers und so weiter, die über Gott sprechen. Sie hören von Gott auch in der Schule und wo sie zum Beispiel zum Lernen geschickt werden oder bei ihren Freunden in ihrer sozialen Umgebung. Jeder spricht irgendwie über Gott. Von Politikern bis hin zu ganz normalen Menschen. Gott lernt man durch Wiederholung und Autorität kennen, mein Freund. Danach werden sich Kinder wahrscheinlich genauso wenig fragen, ob Gott existiert und ob all die Dinge existieren, die immer erzählt werden in Bezug auf Gott, dass Jesus über Wasser laufen konnte, Tote lebendig machen konnte. Mohammed hat den Finger benutzt, um den Mond zu spalten und so weiter und so fort. Und die, danach, wie ich gesagt habe, werden sich die Kinder wahrscheinlich genauso wenig fragen, ob Gott existiert, wie sie sich fragen, ob die Sonne existiert. Gott und die mysteriöse, übernatürliche Welt, in der dieser Gott lebt und diese Religion in sich lebt, werden Teil der Weltanschauung eines Kindes. Aber was mich persönlich immer interessiert hat, ist, was passiert, wenn das Kind ein Mann oder eine Frau wird. Wir lernen ja zum Beispiel, dass nicht alles wahr ist, was uns gesagt wird. Und wir lernen, den gesunden Menschenverstand einzusetzen, um das wahrscheinlich Wahre von dem wahrscheinlich Nicht-Wahren zu unterscheiden. und angesichts der unglaublichen, weit hergeholten Geschichten, die mit Gott in Verbindung gebracht werden, sollten wir eigentlich erwarten, dass Gott eines der ersten Dinge ist, die junge Erwachsene unter die Lupe nehmen. Aber ich habe herausgefunden, dass das nicht so ist. Die meisten Menschen überdenken nie ihren Glauben an ihre Religion oder an ihren Gott. Also was ist der Unterschied zwischen dem Glauben an Gott und beispielsweise dem Glauben an Feen? Und dafür würde ich verschiedene Erklärungen vorschlagen. Aber die meisten, würde ich sagen, würden einer kritischen Prüfung nicht standhalten. Zum Beispiel argumentieren einige Leute, dass die Angst vor der Hölle der Faktor ist, der es verbietet, Gott in Frage zu stellen. Ich glaube das weniger, sonst hätte ich den Islam nicht verlassen. Manche Menschen fürchten wirklich die Hölle, aber ohne Gott gäbe es auch keine Hölle. Wenn du also zu dem Schluss kommst, dass es keinen Grund gibt, an Gott zu glauben, wirst du gleichzeitig den Glauben an die Hölle ablehnen. Das ist fast immer so der Fall. Der Höllenglaube ist eine Folge des Gottglaubens, nicht der Grund dafür. Und einige Leute argumentieren, Glaube wird verweist, um an Gott zu glauben. Und Glaube kann einen Glauben unerschütterlich machen. Ich bin nicht einverstanden damit. Glaube ist ein absurder Grund, irgendetwas zu glauben, aus meiner persönlichen Erfahrung, aus 35 Jahren gelebten Islam. Und der kleinste Gedanke macht das auch deutlich. Ich denke zum Beispiel, Glaube ist eine Entschuldigung, die Menschen dafür geben, außergewöhnliche Geschichten zu glauben, die sie sonst nicht rechtfertigen können. Ich vermute, dass es Menschen gibt, die einfach nicht neugierig genug oder schlau genug sind, um festgefahrene Überzeugungen in Frage zu stellen. Also kommt es den meisten Menschen nie in den Sinn, es auch nur zu versuchen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in diese Kategorie fallen, aber es ist wahrscheinlich ein ziemlich kleiner Anteil von Gläubigen, die das wirklich, wirklich, wirklich hinterfragen. Und der wahre Grund, warum so wenige Menschen an ihrer Religion oder an dem Inhalt einer Religion zweifeln, ist für mich ganz persönlicher Natur. Also das ist das, was ich daraus ablesen kann. In dem Moment, wo die Menschen die Fähigkeit entwickelt haben, kindliche Überzeugungen in Frage zu stellen, sehen sie Gott bereits als ihren Freund und Vertrauten an. Wenn man ein ganzes Leben mit dem Klang des Christentums zum Beispiel in Europa aufwächst, dann ist man Christ. Egal, ob man Lippenbekenntnis Christ ist oder ob man ein Gläubiger Christ ist, aber der Klang, dass man in einem christlichen Europa aufwächst, macht einen irgendwie automatisch zum Christen. Genau wie das automatisch Inder zu Hindus macht oder zu Muslime macht. Und in dem Moment, ich habe mal eine interessante Studie gesehen, Gehirnscans haben mal gezeigt, und das faszinierte mich als damals Gläubiger sehr, wo ich auch ein bisschen Zweifel bekommen habe, dass wenn Menschen mit ihrem Gott sprechen, genau der gleiche Teil des Gehirns aktiv wird, als wenn wir mit echten Menschen sprechen, denen wir sehr nahe stehen. Gott ist für sie so real geworden, wie ihr aktueller, bester Freund. Und die Menschen geben nicht gerne zu. Also wenden sie sich zum Beispiel philosophischen Argumenten zu, um ihren Glauben zu rationalisieren. Zum Beispiel, nichts kann aus dem Nichts kommen. Heißt es dann. Aber die Erfahrung sagt mir, dass wenn man alle philosophischen Argumente, die ein Gläubiger erwähnt, vollständig zunichte macht, sie nicht aufhören werden, zu glauben. Zumindest nicht sofort. Also der wahre Grund, warum Menschen ihren indoktrinierten Gottesglauben nicht in Frage stellen, ist also, dass ihr Gehirn einen imaginären Gott in einen geliebten Freund verwandeln kann. Und wie kann man einen geliebten Freund verleumden? Das ist meine Erklärung dazu. Okay. Und nach dem wievielten Lebensjahr bist du Atheist geworden? Erst vor sechs Jahren. Wie alt bist du jetzt? 51. Okay. Also ich habe faktisch mein ganzes Leben als gottgläubiger Mensch gelebt. Ja, da danke ich dir für die Antwort. Ja, tut mir leid, dass ich so ein bisschen ausgeschweift bin, aber man kann das nicht leider kurz erklären. Nee, man muss ja auch ordentlich erklären. Ja, okay. Wunderbar. Aber ich sage mir immer, wenn man überlegt, wie groß das Universum ist, ein Gott scherzt sich doch nicht darum, ob irgendjemand ein Schwein ist. Ja, das sind die Punkte. Ja, ein gigantisch großer Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der keinen Anfang, kein Ende hat, der faktisch, die Muslime haben einen sehr schönen Satz dafür. Sie sagen, kun feia kun. Sei und es ist, der faktisch etwas in die Existenz bringen kann durch einen Befehl. Sei und es ist, dass sich ein Gott damit aufhält, zum Beispiel den Muslimen oder den Juden zu sagen, ess kein Schweinefleisch oder ess nicht diese Sorte von Fisch oder ess nicht diese Sorte von Tieren und hey, Sklaverei ist okay, aber du darfst nicht Alkohol trinken, zum Beispiel. Und ich verstehe diese Dimension nicht. Ich verstehe nicht die Vorstellung, dass ein Gott zum Beispiel den Sikhs sagt, lasst eure Haare wachsen und schneidet euren Bart nicht und dann sehen die aus wie Urwaldmenschen mit der Zeit. Und warum bürdet Gott den Menschen immer so absurde Regeln auf? Wir müssen, weißt du, wir sind, wenn wir, wenn wir, wenn Gott Gott ist, dann sind wir Ameisen. Ja, und wenn Gott existiert und perfekt und so erhaben ist, wie die Gläubigen behaupten, dann muss er massiv intelligenter sein als wir. Menschen zu erschaffen wäre also wie, also wie ein Mensch, der Ameisen erschafft, um ihn anzubeten. Soll man so etwas glauben? Das ist die Frage. Abgesehen von der Frage, warum ein vollkommenes Wesen wie Gott das Bedürfnis verspüren sollte, verehrt zu werden, müssen wir uns auch fragen, wie ein Superwesen damit zufrieden sein könnte, von Ameisen verehrt zu werden. Ja, ein solches Wesen müsste mega, hyper egoistisch sein, um zu wollen, dass Ameisen Gott anbeten oder es anbeten. Egoistisch bis eigentlich zum Wahnsinn. Andererseits, zu welchem Zweck könnten Menschen Gott erschaffen? Wie wäre es, um die Menschen zu beschützen? Um ihnen zu helfen? Ich sehe viel mehr Gründe, warum Menschen Götter erschaffen, als dass ein Gott die Menschen erschaffen hat. Und das ist halt eben mein Gedanke zu diesem Punkt. Und es ist, wenn niemand nie auf die Füße treten, das habe ich damals immer gemacht, aber mir ist es völlig egal, was jemand glaubt. Ich betrachte das philosophisch und theologisch und ich bin ein Religionsskeptiker, ich bin ein Religionskritiker und deswegen lasse ich mich nicht abspeisen, mit Gott existiert oder so. Ja, also auch in der Bibel und Koran manchmal verhält sich da ja Gott wie ein jezorniges Kind und ich kann das gar nicht glauben, dass ein Gott sich so verhalten würde, wie es da drin steht. Ja, ja und wie gesagt, also ich war beseelt von dem Koran, ich habe fest geglaubt, das ist das Buch von einem himmlischen Schöpfer und habe auch danach gelebt und jetzt kann ich einfach nicht mehr danach leben, also jetzt sehe ich einfach keinen Gott mehr. Ich kann zu den Rocky Mountains gucken, ja und das ist eine unglaubliche Bergformation, die ich bestaune und da kann man auch diesen Effekt bekommen, dass man sagt, wow, das kann nur von einem Gott kommen und dann schaue ich in eine Kindersterbeklinik und sage mir einfach, nee, geht nicht. Auf der einen Seite ist es so erhaben, auf der anderen Seite fügt er der Familie und dem Kind so viel Leid zu und wenn er Gott ist, dann erwarte ich von ihm, dass er dieses Leid nicht fabriziert. Es gibt da auch Trilliarden von Sonnensystemen, also wenn es einen Gott gäbe, dann ist er damit beschäftigt, neue Welten und neue Lebensformen zu schaffen und warum sollte sich ein Gott nur mit der Menschheit befassen? Naja, schau mal, die, die, guck mal, es ist mein Lieblingsthema, ich war ja islamischer Theologe, also ich habe ja ein Islamstudium hinter mir und ich habe in den Moscheen, die ich mitgegründet habe damals, habe ich natürlich auch Unterricht gegeben über die Existenz Gottes und das war ja immer sehr wichtig, dass die Muslime auch Beweise dafür bekommen, warum Gott existiert. Und lassen wir doch mal eine Sache ein bisschen hier abspielen. Gott hatte keinen Anfang, das wird gesagt von den monotheistischen Religionen. Er war immer da. Wenn wir die Definitionen ansetzen dürfen, dann ist er maximal intelligent. Wir wissen nicht genau, was das bedeutet, aber wir nehmen an, sein IQ beträgt ein paar Milliarden im Vergleich zu unserem durchschnittlichen IQ von 100. Und das ist nur eine hypothetische Bemerkung, die ich jetzt mache. Und er war alleine, definitiv alleine. Uns wird gesagt, dass er der einzige wahre Gott ist. Alle anderen sind menschliche Erfindungen. Also hatte er keine Freunde, keine Frauen, niemanden zum Reden, nichts zu tun, kein Fernseher, kein Internet, gar nichts. Er hatte nicht einmal Tag und Nacht. Soweit wir wissen, verbrachte er unendlich lange Zeit ganz allein in stockfinsterer und furchtbarer Kälte. Aber er muss glücklich gewesen sein, denn er ist ja schließlich perfekt. Irgendwann war, und es klingt ein bisschen sarkastisch, aber irgendwann war er des Alleinseins überdrüssig und beschloss ein paar Freunde zu schaffen. Er schuf ein unvorstellbar riesiges Universum und dann Billionen von Sonnensystemen und platzierte auf einem winzigen und ziemlich gefährlichen Planeten, den wir heute Erde nennen, Menschen, die darauf leben konnten. Er betrachtete zum Beispiel seine Schöpfung und sagte, hey, toll, gut geschaffen. Und dann stellte sich heraus, dass es nicht so war. Nachdem seine himmlischen Vorbereitungen abgeschlossen war, schuf er seine neuen Freunde. Und jetzt könnte man meinen, er hätte sie so intelligent gemacht, wie sie sich selbst. Das hätte interessante nächtliche Gespräche mit Gott ermöglicht. Er hätte sogar mit den Menschen spielen können und ich meine das jetzt ein bisschen sarkastisch und nicht immer gewinnen können oder müssen. Aber dieser Gott tat das nicht. Er machte seine Freunde erbärmlich schwach und damit meine ich die Menschen. Sehr, sehr, sehr klein, angriffslustig, streitsüchtig und sehr, sehr, sehr dumm im Vergleich zu sich selbst. Jetzt sagen einige, gut, Gott wirkt auf mysteriöse Weise. Aber das war wie ein einsamer Mensch, der Bakterien für seine persönliche Gesellschaft herstellt. Es überrascht nicht, dass es nicht so gut geklappt hat. Das ist so, als wenn ein Mensch wirklich Bakterien herstellt und sagt, hey, unterhaltet mich oder betet mich an. Oder Uhrzeitkrebs im Glas. Das ist es. Er achtete wirklich darauf, jeden Menschen seinen eigenen Kummel, also wie soll ich das sagen, viele Menschen, die er geschaffen hat, erkannten nicht, dass er sie geschaffen hat. Sie liebten ihn nicht zurück. Einige glaubten nicht einmal, dass er existierte. dann wollte er, dass sie seinen Verhaltensregeln folgen, genau das, kein Schwein essen, kein Alkohol trinken und so weiter und so fort. Aber die meisten Menschen auf dieser Erde ignorieren ihn. Sie haben sogar angefangen, ihre eigenen Götter zu erfinden und einige haben tatsächlich andere Dinge gemacht, die gegen Gott gingen. Und dann war er so verärgert über seine Freunde, dass er beschloss, sie alle zu töten. Was konnte er sonst tun? Das ist meine Frage. Er liebte sie wirklich, also Gott liebte die Menschen wirklich, aber sie ignorierten ihn. Er hat nur eine Familie am Leben gelassen, von denen er dachte, dass sie sich besser benehmen würden als alle anderen. Ich würde das übernatürliche Selektion nennen. Und jetzt lass mich das mal abkürzen, weil sonst wird es zu lang. Es hat immer noch nicht geklappt. Die Menschen machten weiterhin ihr eigenes Ding. Einige von ihnen gaben vor, ihn zu lieben. Einige von ihnen liebten andere Götter. Und kaum einer von ihnen würde seine widerspenstigen Söhne zu Todes steinigen. Ich denke, Gott war hier mit seinem Latein am Ende. Also dachte er nach und nach und nach und bei einem IQ von mehreren Milliarden ist das viel nachgedacht und dann entwickelte er einen Masterplan. Er würde als Mensch auf die Erde kommen und von den Einheimischen als Opfer für sich selbst getötet werden. Dann wäre er in der Lage alle vergangenen und gegenwärtigen und zukünftigen menschlichen Sünden zu vergeben. Come on. Offensichtlich, oder? Und was könnte möglicherweise hier wieder falsch laufen? Und da sage ich, natürlich ist es möglich, dass diese Geschichte nicht wahr ist. Wir können entweder glauben, dass das immens mächtige Wesen mit einem IQ von mehreren Milliarden das alles getan hat, oder wir können glauben, dass die ganze Geschichte von winzigen Menschen erfunden wurde, die im Vergleich zu Gott sehr, sehr, sehr dumm sind. Und jetzt bleibt jedem selbst überlassen, was er da glaubt. Von einem evolutionären Gott, der das Universum geschaffen hat, Aber bist du jetzt Atheist oder Agnostiker? Ich bin Atheist. Achso, Fettrich hat gesagt, du sollst das Feenvolk nicht fertig machen. Ich soll das Feenvolk nicht. Ja, das ist halt das eben. Also, ich liebe den Wotankult, aber ich weiß, dass der Wotankult fake ist. Ich mag die germanische Geschichtserzählung, aber ich weiß, dass es nicht wahr ist, dass Odin nicht existiert. Ich weiß, dass es kein Valhalla gibt und dass es kein Asgard gibt und keine Märtyrer Tafel, an dem die Märtyrer der nordischen Saga sitzen und so weiter und so fort. Ich mag die griechische Mythologie, die ist so abgefahren und pervers. Ja, und mal abgesehen davon, ich mag es nicht, wie Religionen diesen mystischen Charakter ausnutzen, um uns zu spalten, unser Geld zu nehmen und gleichzeitig uns leichtgläubig und leicht ausbeutbar machen. Also in Star Trek wird immer dargestellt, dass die Menschheit die Religion überwunden hat, aber ich glaube, das wird die Menschheit nie machen. ja, ja, und genau das ist der Punkt. Schau mal, wenn du glaubst, dass Gott überall ist, dann glaubst du auch, dass Gott allgegenwärtig ist, während zum Beispiel Kinder von irgendwelchen Menschen vergewaltigt werden. Wenn du glaubst, dass Gott allmächtig ist und glaubst, dass er allgegenwärtig ist, dann glaubst du, dass Gott die Vergewaltigung von Kindern beobachtet, sich aber dafür entscheidet, diese Vergewaltigung nicht zu stoppen. Die sagen dann immer, Gottes Gründe sind unergründlich oder so. Richtig, und das ist eine Ausrede für ich weiß es nicht. Meine Moral ist in diesem Punkt viel besser als die Moral von Gott, weil ich würde jede Vergewaltigung stoppen, die ich sehe. Und wenn Gott alles weiß, in unser tiefstes Inneres sehen kann, dann würde er, dann müsste er, wenn seine moralischen Ansätze höher wären, als unsere, denn er ist ja der Erschaffer der Moral, dann müsste er theoretisch auch so eine Vergewaltigung unterbinden. Er kann unmöglich wollen, dass ein kleines Kind vergewaltigt wird. Unmöglich. Und das zeigt mir, dass etwas in diesem Gotteskonzept einfach nicht stimmt. Also zum Thema Vergewaltigung ging es ja gestern. Ich kenne leider viele Frauen, denen das widerfahren ist und in seltenen Fällen war es ein Deutscher, es war Albaner, Türke, Syrer, weil es so hieß hier, das ist ein deutsches Phänomen und die Deutschen würden das eher machen. Ja. Ja, ja, und wie gesagt, dadurch, dass ich Atheist bin, ist meine Moral nicht weniger wert als die Moral von einem Gläubigen. Ich sage nicht, dass Gläubige keine gute Moral haben. Doch, sie haben sicherlich eine gute Moral. Aber ich entwickle als Nichtgläubiger, als jemand, der nicht an Gott glaubt, auch keine schlechtere Moral deswegen. Ich sage mal, einen Christ hat ja, wenn der jetzt gläubig ist und ehrfürchtig und den, also nicht die, wie viele Todsinnen waren es? Keine Ahnung. Also wenn der das befolgt, dann ist er eigentlich ein guter Mensch, aber bei muslimischen Menschen sehe ich das nicht so. Ja, der islamische Glaube ist nochmal sehr, sehr, sehr speziell. Sehr speziell. Sieben Tod sind, genau. Und ich weiß, ich will Christen damit nicht auf die Füße treten. Wie gesagt, viele Leute verstehen mich immer falsch, wenn ich Religion kritisiere. Ich verstehe nur halt einige religiöse Konzepte nicht. Und ich frage mich manchmal, ob Christen überhaupt über ihre Theologie nachdenken. Und für mich ist es immer so, dass das Christentum stützt sich auf die Geschichte, dass Gott beschlossen hat, seinen Sohn töten zu lassen, um die menschliche Sünde zu vergeben. Dass sich verschwören, seinen Sohn töten zu lassen, ist eine Verschwörung zum Mord für mich. Darüber hinaus ist es zutiefst unmoralisch, eine unschuldige Person zum Wohle anderer zu töten. Selbst ein Psychopath wäre entsetzt über den Gedanken, seinen unschuldigen Sohn zum Wohle seiner Nachbarn zu opfern, zum Beispiel. Aber genau hier ist das Problem. Gott hat tatsächlich eine junge Frau imprägniert, nicht um einen Sohn zu haben, den man lieben und schätzen muss oder kann, sondern um einen Sohn zu haben, den man töten kann. Das ist für mich ein unmoralisches Übel, für die ich glaube, die meisten Christen blind sind. Und ich verstehe das nicht, warum sie es nicht aus dieser Perspektive sehen. dieser Opferkult macht für mich einfach keinen Sinn in einer Zeit, in der viele, viele, viele Opferkult Religionen existiert haben. Nein, Koran habe ich nur als Hörbuch, aber ich habe nach Suche 3 ausgemacht, das war mir zu radikal. Ja, und ich sage das jetzt nicht, um jetzt hier Zwietracht zu spalten oder so, zu bringen. Es ist für mich, ich bin ein neugieriger Mensch und ich möchte einfach verstehen, wie sich diese Dinge entwickelt haben. Ja, und ich sage das eher als Religionsskeptiker und Kritiker und ich persönlich ist es mir völlig egal, wie schlussendlich Menschen, ob Menschen glauben oder nicht glauben, wenn ihre Religion sozusagen in meinem Radius enden und ich nicht leben muss, wie sie ihre Religion leben wollen. Ja, das ist so meine Vorstellung darüber. Ja, also ich würde sagen, ähm, ähm, ich werde jetzt meinen Stream beenden. Ich mag theologische Diskussionen, ja, auch wenn es vielen Leuten, auch wenn viele Leute denken, oh mein Gott, was sagt er da, ähm, aber ich, ich sage das aus Neugierde, weil ich einfach neugierig bin. Ja, ich, 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 noch was fragen, du, ähm, ich weiß nicht, ob du es jetzt noch machst, äh, bei YouTube machst du ja immer, äh, Livestreams, ja, und, äh, würde das nicht funktionieren, die auch auf Spotify als Podcast hochzuladen, oder ist das gegen die Richtlinien da? Nee, das, das könnte ich theoretisch machen, aber Spotify ist dann, ich, ich weiß nicht, gar nicht, wie das funktioniert auf Spotify, ob man nicht dafür bezahlen muss, die hochzuladen. Nee, muss man nicht, oder kriegst du sogar Geld dafür, wenn genügend Aufrufe sind. Ah, ach, interessant, äh, wusste ich gar nicht, ähm, ist, ist ein guter Anreiz, vielen Dank, dass du das nochmal so, weil ich hab ja, also auf YouTube, ich hab zwar, äh, da gibt's so eine App, da kann man das auch im Hintergrund abspielen, aber wenn ich jetzt auf Handy, ähm, dein, äh, Livestream jetzt hören will, ähm, muss ja immer der Bildschirm an sein, ansonsten stoppt das und wenn ich das einfach nur nebenbei, ähm, hören will, auf dem Handy, ist halt ein bisschen doof. Es sei denn, du hast Premium YouTube, dann kannst du das auch geschlossen anlassen. Ja, dann, dann, ähm, schließt sich nicht der, der, äh, das YouTube-Video, weil mit Premium kannst du sozusagen dein Handy schließen und dein YouTube-Video läuft weiter. Ja, es gibt auch so, so, äh, YouTube, äh, also hier, äh, Y-T-Mini-Player, da funktioniert das auch. Genau. Aber, genau. Auf dem Google-Handy zum Beispiel, wenn es direkt von, äh, also Google Pixel, äh, da funktioniert das gar nicht. Ja. Weil dann wird die App gesperrt. Naja, das, das verstehe ich. Ja, ich will an dieser Stelle auch meinen Zuschauern sagen, dass sie, recht herzlichen Dank, dass ihr da wart. Finde schön, dass ihr, äh, dabei geblieben seid. Vielen Dank. Ähm, und schön, dass ihr, ähm, mir, dass ihr jetzt ein paar Stunden dabei gewesen seid. Morgen geht's weiter. Hallo, Vaini, grüß dich. Morgen geht es weiter. Die Anna ist wieder um 21.30 Uhr dabei. Ähm, der Andreas ist schon weg, leider. Ich konnte mich also nicht von ihm verabschieden. Hab gar nicht mitbekommen, dass er gegangen ist. Ah, Vaini, recht herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, wirklich. Ähm, und ich, ähm, freue mich dann morgen wieder dabei zu sein. Ach, Vaini, was machst du denn? Das ist ja super nett. Ähm, freue mich, dass die Anna morgen wieder um 21.30 Uhr, Ingo, recht herzlichen Dank. Puh, mein Gott, Vaini, was machst du? Äh, morgen geht's um 21.30 Uhr wieder weiter mit der Anna. Boah, die Vaini knallt die Dinger hier rein. Vielen herzlichen Dank, wirklich. Das ist ja neues, oh mein Gott. Normalerweise gibt's hier eine Nachricht und dann, ähm, weiß man, dass ich, ähm, dass ich sozusagen mein Ziel erreicht habe. Vielen herzlichen Dank. Aber ich danke euch allen, dass ihr dabei gewesen seid. Das ist super, super, super nett. äh, äh, Ich hab noch einen Tipp. Ja, gerne. Es gibt da, ähm, äh, bei den Hammers gibt's ja den Mohamed Dive und der war ja auch, ähm, also der war das Ratsjahr vom 7. September und guck einfach mal bei YouTube, ähm, Videos an, wenn er, äh, äh, wenn er, äh, wenn er da öffentlich auftritt, also da jubeln auch Kinder und so, weil es immer heißt, ah, die armen Kinder, also, ja, ja, äh, 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 und deswegen, es ist eine vom Islam verseuchte Gesellschaft voller zorniger Menschen. Ich würde nicht mehr an der Grenze zu Gaza leben wollen, wenn ich weiß, dass auf der anderen Seite solche Verrückten da leben. Ja. Ja, wirklich nicht. Und deswegen verstehe ich das komplett. Es ist eine, eine ganz gruselige Gesellschaft von Zorn, äh, zerfressen. Ja, in, in, in Israel gibt's ja viele Roa-Events, also die Musikrichtung, zum Beispiel Nova Festival war ja auch, äh, äh, ich weiß, ja. Und, äh, ich wollte immer mal hingehen, aber... Sei froh, dass du nicht zu diesem speziellen, ähm, ähm, Festival angereist bist. Ja. Nicht auszumalen, was, wie, wie gruselig das ist, wenn man, wenn man sowas erlebt. Ja, das, ähm, selbst wenn du überlebend bist, das kriegst du ja nie mehr in, in dein Leben aus dem Kopf. Nein, das, das ist ein Trauma, das nicht mehr geht. Da sind ja, also, auf dem Nova Festival waren, glaube ich, 4000 Menschen, also das ist, das, das war, also die, ja, jeder, der dabei war, der ist ja psychisch ein Wrackhäuter. Ja, also, also, ja, recht herzlichen Dank, mein Lieber, recht herzlichen Dank. Ja, sorry nochmal für die Abschweifung so ein bisschen in Richtung Theologie-Kritik, aber, ähm, es geht ja mir auch nicht aus dem Kopf. Ja, also, dann nochmal recht herzlichen Dank für alle Leute, die heute da gewesen sind. und bitte kommt morgen wieder um 21.30 Uhr zu Anna, ähm, sie wird, ähm, äh, äh, dann morgen wieder streamen und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ihr wisst ja, Anna unterstützen ist sehr, sehr, sehr wichtig als Frau, als Jüdin. Ich habe eine dicke Haut, ich komme aus einem anderen Milieu, aber Anna ist aus einem Klima, wo, ähm, ähm, ja, sie muss sich als Frau durchschlagen und als Frau viel gefallen lassen. Vergewaltigungswünsche, Beleidigungen, Obszöne, sexualisierte Beleidigungen und sie macht trotzdem weiter. Ähm, da ziehe ich meinen Hut vor ihr und deswegen unterstütze ich sie auch und, ähm, bitte macht mit, seid ein Teil. Wir sind schon eine Familie und es ist auch völlig egal, ob jemand glaubt oder nicht glaubt, ob jemand, ähm, an Gott glaubt oder an, ähm, an irgendwelche Geister und Hokus-Pokus, es ist alles unwichtig. Ja, wichtig ist, dass wir als eine Familie zusammenstehen und dass unsere Aufklärungsarbeit funktioniert, ja, und, ähm, alles andere muss man übersehen und das ist sehr wichtig. Ich habe noch eine Frage, die schnell beantwortet, ähm, die, ähm, Anna hat ja einen X-Kanal und die steht ja, wie das hoch, sind die wenigstens alle zensiert, also ich habe keinen Bock, echt, also Leichen direkt zu sehen. Nein, das sind sie nicht, wenn du, also wenn, wenn das, äh, wenn es, äh, äh, bei dir eine Spur in deiner Psyche hinterlässt, dann guck nicht drauf. Okay, dann mach ich. Ja, die sind nicht zensiert. Ja, ich war mal an so einem Telegram, äh, Kanal, da ging es über Russland, da hast du irgendwie so eine tote, äh, äh, Soldatin gesehen, das war mir schon zu viel. Ja, ja, das ist, das ist grauenvoll, also damals habe ich mir oft solche Bilder und Videos angesehen, aber heute habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf diese Sachen. Na gut, danke. Ja, dann recht herzlichen Dank, Stephanie, Xeha, vielen Dank, Black Eagle, recht herzlichen Dank, mein Bester, dass ihr da wart, ja, vielen herzlichen Dank, ja, Jan Panther, danke dir, ja. Ja, Jan, und ihr habt auch einige, äh, Dinge gesagt, die ich nicht, die nicht schön waren, ich weiß nicht, was du damit meinst, aber gut, ja, äh, Tinnitus, recht herzlichen Dank, Mona, vielen herzlichen Dank, dass du da gewesen bist, ja, vielen Dank, äh, Ronja, vielen Dank, ja, Theodos, ganz guter, was denn, genau, frage ich mich auch von Tinnitus. Er hat kritisiert, wo du, äh, über Gott gesprochen hast, dass vieles falsch ist. Ja, das, äh, falsch und wahr, äh, richtig, äh, falsch und, 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 und wahr sind, ähm, subjektiver Natur, was für mich falsch ist, kann für ihn richtig sein, ja, ich bin, äh, ein Religionsskeptiker, ich sehe, ich sehe das aus einer völlig anderen Perspektive, ja, und, und Gläubige mögen es nicht, wenn man, äh, ihre Glaubenskonzepte in Frage stellt, und deswegen finden sie immer eine Entschuldigung, was glaubt ihr, warum ich so viele Probleme mit Muslime habe? Ich sage, ich konfrontiere Muslime mit dem Schlagvers, dass Frauen geschlagen werden dürfen oder dem Pädophiliefers und sie sagen, nein, das stimmt nicht, es ist ein ganz normaler Reflex unter Gläubigen, dass sie immer sagen, es ist nicht so, es ist nicht so gemeint, du musst den Kontext verstehen, du musst wissen, wie du das zu lesen hast und so weiter. Dann gibt es aber keinen Kontext. Ja, es ist so, wie es ist, die meisten Muslime verstehen diesen Vers, du darfst deine Frau schlagen, Punkt, fertig, aus. Ich, und, und, und es ist nicht, ich habe doch eben gerade auch gesagt, das ist einfach eine Form der Kritik, es ist, es ist eine Kritik und ich bin bereit zu diskutieren, aber es ist halt mein Standpunkt und ich habe das, ich sage das so, wie ich, wie mein Verstand das aufnimmt. Ja, ich muss kein Religionsexperte sein, um zu sehen, ob das Stoß ist oder nicht. Ich meine, ich bin zwar pro Israel, aber ich habe auch einige Sachen da zu bemängeln, also wie sich manche Siedler da benehmen in der Westbank. Ja, wie gesagt, es ist, es ist diese Siedler, die, da weiß ich nicht, rumschreien und rumbrüllen und, und die Rechte von Araber dort verletzen, die dort leben und die auch. Genau das meine ich. Das, 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 das ist nicht, das ist nicht angenehm, es ist nicht stadthaft, ja, und das kann man auch ruhig diskutieren, ja, einige Siedler benehmen sich wirklich komisch, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille und wir müssen verstehen, in welchem Kontext das stattfindet. Ja, es hat eine Begründung, aber manchmal ist es einfach auch nur widerlich, ganz einfach. Und das muss man halt eben, das muss man halt eben herausfinden, da muss man halt eben zusehen, dass man, ähm, äh, dass man fair bleibt, weil dieser kleine Staat, ähm, hat genug am Hals. Und wenn wir diesen kleinen Staat jetzt aufreiben, durch zu viel Kritik von außen, ähm, wenn dieses Land wieder stabil ist, dann sollen sich die Israelis um diese, um diese Konflikte kümmern. Dann sollen sie diese Sachen aus, äh, diskutieren. Und die Israelis sind sehr pluralistisch in ihrer Meinung, die sind auch nicht festgefahren. Das sehe ich immer wieder. Ich verfolge auf YouTube so einen israelischen Channel, äh, wo ein Jude in, in, nach Westjordanland geht und so weiter und so fort. Und er interviewt dort die Araber auch in Jerusalem und Tel Aviv und, und er fragt hier halt eben, und die Juden auch. Und da merkt man auch, dass die Juden sehr pluralistisch denken, also in, in alle Richtungen. Von radikal bis sehr vernünftig. Ja, und das war's. Ja, und das, das ist okay. Und, ähm, und deshalb müssen wir mal gucken. Freunde, ich beende jetzt meinen Stream und danke euch, dass ihr alle da gewesen seid. Goa, recht herzlichen Dank. Ähm, Black Eagle, Xeha, wollt ihr noch abschließend was sagen? Goa, du kannst dann auch was sagen. Fange ich mit Black Eagle an. Magst du was sagen? Mr. Black Eagle? Ah, er ist schon gegangen. Okay, Xeha, magst du noch irgendwie abschließend was sagen, mein Bester? Ja, einfach, äh, ihr habt wieder einen super Stream gemacht. Ich, äh, hab gar nicht, ich hab voll vergessen, äh, unten die Kommentare zu gucken. War voll gefangen. Ähm, und, ja, ich probier halt niemanden in Swords zu reden und so. Ach Quatsch, kannst du ja machen. Du bist ein willkommener Gast, kannst du ruhig machen. Ja, ich dachte halt, äh, die Kürbisköppe, äh, kommen wieder, aber war niemand da. Also, war diesmal ruhiger Stream, war sehr gut, sehr angenehm. Ja, war sehr angenehm, ja. Und, ja, macht weiter so. Leilatorf, Am Israel Chai. Vielen Dank, mein Bester. Ja, Am Israel Chai, Leilatorf, gute Nacht. Und das wünsche ich auch für die Goa. Magst du vielleicht noch was sagen? Nö. Okay, gut. Dann wünsche ich auch allen anderen, vielen Dank, äh, vielen Dank, Black Eagle. Schade, du warst rausgegangen. Vielen Dank. Und dann für alle anderen, endgültig, gute Nacht. Ihr wart ein super, super, super Chat. Vielen Dank, gute Nacht. So, damit beende ich meinen Stream. Bye, bye.